hallo hallo das klappt ja wo höre ich mich denn jetzt noch wahrscheinlich dreifach hier herzlich willkommen zu den zu der online-version von den dritten 23 rüttüter haben uns alles ein bisschen anders vorgestellt und irgendwie fehlen auch noch ein paar leute aber jetzt sind wir erst mal nur zu dritt und schön dass wenigstens ein paar leute dazukommen wer ist denn da schon grundspend der robert kaskorian und gabamorf aka flo der eigentlich im stream sein sollte und nicht chatten aber schön dass ihr da seid wir gucken jetzt mal was heute so der abend bringt wir haben ja gar nicht so ein großes programm gebastelt skamo kommt gleich noch der wird ein bisschen kochen daniel wird mir heute zeigen wie man smd lötet und ja flam ist auch da und der will nachher glaube ich noch ein bisschen wollte zocken ja vielleicht wir können ja gleich ein bisschen erklären was wir uns ein bisschen ausgedacht haben an programm genau wir haben wie schon sagt dass ein zwei workshops jonas zeigt vielleicht nachher noch ein bisschen was zu fusion 360 also wie man 3d modeling macht was halt über einen einfachen kasten hinausgeht sache jetzt mal und hat einfach so ein bisschen fusion 360 zeigt genau nebenbei wir haben so ein bisschen randprogramm uns vorgestellt also wir wollen jetzt hier nicht einfach nur vorne sitzen und erzählen sei jetzt mal sondern irgendwie wie wir mit den rüttüter selber eigentlich auch natürlich darauf hoffen dass die leute selber irgendwie mitmachen dazu haben wir einen faktorio server aufgesetzt haben unter chat punkt kaostreff-flensburg.de einen eigenen chat aufgesetzt wo sich sozusagen alle unterhalten und schreiben können ein eigenes jitsi wo sie sich halt auch unterhalten können also eine videokonferenz machen genau vielleicht entstehen ja kleine heckprojekte nebenbei oder man verabredet sich zum zum zocken oder sowas genau also sprich ein bisschen offenes programm einfach ich hoffe mal dass da leute bock drauf haben genau das wäre schön genau sonst haben wir ja eigentlich nicht so viel geplant es ist eigentlich so dass wir hoffen dass ja auch alle in chat kommt twitch oder halt noch viel besser wäre der der rocke chat den findet ihr unter rüttüter.de da gibt es unten link da einfach anmelden und joinen und dann können wir da ein bisschen schreiben und genau weiß nicht samuel wollte glaube ich um 17 40 essen machen wie es im programm steht sprich einmal einmal zeigen für den gestrandeten nerd was es neben nudeln und pesto gibt soweit ich weiß sonst hätte er uns ja köstlich bekocht heute abend bei dem ich weiß nicht wie das wetter bei euch ist da gestern abend ja auch schon ja gestern abend ja eigentlich auch schon hier in flensburg ist gerade irgendwie der sommer einbruch sprich das wäre jetzt im kliemannsland natürlich mega geil geworden als draußen irgendwie zu grillen oder sonst was es ist genau das ist leider so wie es ist aber wir hoffen mal das beste und wir hatten ja auch relativ was als glück aber uns sind jetzt keine großen kosten entstanden ich hoffe dass jeder sag jetzt mal einfach sein geld zurück bekommen hat für die teilnehmer den ticket haben das sollte alles geklappt haben sprich da ist das alles sehr reibungslos gelaufen es zerbricht natürlich das herz wenn man irgendwie so viel vorfreude mühe und oh ja das ist so kacke steckt und dann auf einmal ja leider doch nicht ja ich hatte auch schon überlegt ob wir es noch irgendwie hinkriegen eine kamera ins kliemannsland zu schicken die einfach live aus dem saal stream aber da hätte ja eigentlich standbild gereicht foto machen einfach ja vielleicht fliegt mal so eine fliege irgendwie durchs bild oder siehst du so und wie heißen die dann noch mal so tumble read ja so durchs bild fliegt könnte natürlich auch sein ja sehr traurig zumal ja auch diesmal tatsächlich das netzwerk komplett fertig gewesen wäre letztes jahr haben wir erinnere ich mich noch ein tag bevor die rüchita losging noch keystone an die kabel dran gebastelt die irgendwo aus der wand fielen diesmal hätten hätte sogar die fernsehwand funktioniert komplett wahrscheinlich weil wir so perfekt fertig sind geht es dieses jahr nicht ja und ich bin auch gesund also das muss man auch mal sagen flam und ich haben eine tradition kann man das schon nennen eigentlich immer wenn wir uns sehen also wir sehen uns vielleicht so drei vielleicht dreimal im jahr vielleicht auf irgendwelchen events ist flam eigentlich immer krank deswegen kenne ich flam nur seit drei also ich glaube seit drei jahren nur immer mit schnupfen ja aber ich bin jetzt topfit ja es sei dir gegönnt ja danke dass mir gesundheit gönnst ach man krass ja schon wenn ich es richtig hier sehe bei twitch 62 leute die uns beim nonsens reden zu gucken voll schön ja also es wäre interessant ich glaube zwar nicht dran aber es wäre lustig wenn wir mehr zuschauer schaffen würden als wir sonst leute da gehabt hätten an gästen ja weiß nicht genau deswegen ladet eure leute ein ja genau das fragen die ersten gerade ob man schon mehr weiß zum chaos communication kongress im winter also wir sind natürlich auch in der planung nicht mehr drin oder sowas aber das was man bis jetzt halt sagen kann ist weiß man nicht also selbst momentan ändert sich ja irgendwie die lage gefühlt alle zwei wochen und ich glaube zum winter hin wird das wieder noch mal spannender sobald es eben wieder losgeht mit grippewelle allgemein grippesaison und erkältungssaison und dann ist natürlich so ein event wie der congress mit 15.000 leuten in drei messehallen das heißt mal nicht epidemisch gesehen nicht sehr sehr günstig nenne ich das jetzt einfach mal aber da müssen wir dann leider auch nichts näheres vielleicht gibt ja hier jemand im chat der der mehr weiß aber ich schätze mal das wird einfach noch abgewartet zumal da wahrscheinlich auch noch keine verträge oder sowas mit der messe unterschrieben sind als dass man sich da einfach noch ein bisschen zeit nehmen kann bevor man sich da entscheidet ja aber es ist erst mal ja safety first vielleicht passiert ja noch etwas total cooles und wir können alle beruhigt sein aber ich weiß gar nicht ich also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen bei 52 tagen zu hause naja ja vor allem ich habe mir vorab eine liste gemacht was man jetzt alles so machen könnte in der zeit da ging das gerade los mit bleibt zu hause ich glaube außer kompost umschichten habe ich davon nichts geschafft was hattest du noch auf deiner liste ich glaube im keller eine werkstatt bauen irgendwas bauen für die fahrräder dass die irgendwo unterstehen können aber es ist wie es ist ich kann sich ändern und dann gibt es ja dann so sachen wie lasst mal rüdiger online machen und dann sitzt man hier noch ein bisschen wobei das muss man auch mal sagen danke an daniel der eigentlich das meiste diesmal gebaut hat die ganze server infrastruktur die da jetzt im hintergrund läuft und sich einen cop gemacht hat wie das format am besten aussehen kann wenn schon leute hier im chaos chat drin ja da sind gerade einige dazu gekommen annika ist dazu gekommen hallo und omikron auch brunsbären auch freddy ist auch da genau dazu ist zu sagen ich weiß nicht ob ihr das rocket chat alle kennen aber wer slack kennt oder discord ist auch so ähnlich also ihr könnt da verschiedene kanäle an sowas anlegen es gibt halt auch ein rüdiger kanal oder channel in dem man so ein bisschen der natürlich für den rüdiger passen ist der chaos trifft ja nicht nur das rüdiger als event sondern auch immer noch sex on the beach dafür nutzen wir diesen chat halt auch sex on the beach hast du das gerade wirklich gesagt weiß ich nicht auf jeden fall genau könnt ihr euch da einfach anmelden miteinander schreiben und gucken was die anderen so auf die anderen bock haben nachher zu zocken oder sonst was könnt natürlich auch neue channel erstellen wenn ihr irgendwie auch ich habe gerade gesehen ich habe auch kein avatar konnte das denn passieren muss ich schnell hochladen oh ja ich suche gerade wo das geht ja oh was was war das denn für ein faux pas nabend und nabend jetzt crash ich diese schöne ansicht hier oh nein so eine ungerade anzahl hier im bild wieso ist flemming nicht mehr da ja flemming passiert habe ich kaputt gemacht ja es geht immer nur drei leute ach so ja stimmt da war ja was was ne flemming du musst hier wieder aktivieren das mikro und bild aus falls du das nicht schon selbst gemerkt hast er redet einfach mit sich selber ja das ist schon spannend ich muss mir erst mal den chat kram hier aufmachen was sagt mir also ich würde jetzt erstmal behaupten dass es nicht an mir liegt das ist ja auch so die standard aussage dann nach ja es läuft alles natürlich sorry also ich hoffe ihr seid auch gespannt weil dieses smd löten heute wird persönlich mein highlight weil ich habe das ich habe es einmal gemacht muss ich zugeben das war dabei auf dem letzten kongress in hamburg gab es ein workshop seitdem aber nicht mehr und daniel hat was vorbereitet und mir das per post geschickt und ich habe das schon aufgemacht da reingeguckt und das war alles so kleines vogelfutter er hat gesagt was ich bestellen muss so pinzetten und sowas ich wette mit der ich brauche davon nur eine ja naja ich habe jetzt sehr viele schöne pinzetten auch für beauty sachen nachher ja ich habe sogar eine herdplatte hier stehen und vielleicht war das auch ein bisschen mit der grund warum das alles ein bisschen später losging ich habe ein multimeter gesucht und das lag in der garage und da war keine batterie drin weil ich brauchte die batterie woanders drin naja passiert ja das passiert mal man muss ja was sagt kaskurian sagt man muss auch mal pause machen ja das stimmt aber vielleicht nicht unbedingt monate aber wie das halt auch so ist wir müssen ja auch alle arbeiten weil informatiker gehören ich weiß nicht sind für systemrelevant ja ja du als nein nein das kam wird tatsächlich nachgemeldet dass dass wir systemrelevant sind wie aber pauschal jeder informatiker ja die informations und telekommunikation menschen also immerhin warum applaudiert mir keiner ist ich habe auch kein kein dankeschön gehört obwohl ich sage ob auf der anderen seite muss man fairerweise sagen dass wir viel mehr verdienen dann brauchen wir keinen applaus für ja ist so ich finde das furchtbar dass die dass die leute die gerade den ganzen bums am laufen halten applaudi applaudi applaud da ja das das ist kritisch das ist kritisch das zu erwähnen ja ich meine okay das was haben wir noch was klingelt denn hier habe ich mich auch gerade gefragt das war bei dir oder ja könnte gut sein denn also pizza gestellt eigentlich leise gemacht nee ich habe mich gerade hier linksbombs angemeldet tatsache bei mir hat das auch geklingelt ach du bist doch da ja ja also du wirst ja keine probleme oder was nee es klingelte an der tür hängen das wäre mir ruhig doch nicht passiert aber warum bin ich so unterbelichtet also vom das liegt an der schulbildung ja hauptschule naja so ist das alles das ist so die frage was ist wohl die bessere ansicht so wo man alle sieht oder also in den streaming links muss den kriegt man nicht raus oder halt die standard ansicht wo jetzt immer der groß ist der spricht ich glaube das wechselt sonst zu hektisch mal ab und zu hin und her oder also die andere ansicht ist einfach a b wenn das jetzt also immer später 1 a b c c hallo hallo i a u a wahrscheinlich wäre es am lautesten und penetrantesten oh ich habe das gedacht oh man ey das wird ein spaß ich stell mal wieder erst mal um oh ich verpasst die ganze zeit den chat hier ey das ist nicht gut als organisator hier das stimmt also noch eine sache noch eine sache noch für alle die gerade zuschauen wenn ihr noch bock habt spontanen vortrag zu halten oder ähnliches ihr habt bock irgendwas zu zeigen oder so dann meldet euch mal im rocket chat und dann gucken wir mal obwohl obwohl ob und wie wir euch dazu holen können genau oder wenn ihr halt irgendwie wenn wenn ihr merkt irgendwie daniel obwohl er alles weiß er redet dünnschiss und wisst es ein viel besser als er könnt ihr natürlich auch gerne dazu kommen also wir wollen so ein bisschen versuchen dass das alle so ein bisschen mitwirken und wenn ihr irgendwie ein bisschen mit diskutieren wollt oder sowas was über den chat sag ich jetzt mal hinausgeht schreibt uns gern im rocket chat oder auch bei twitter im chat dann schauen wir mal wie wir wir euch dazu holen können genau das ist also das dazu holen ist tatsächlich super einfach also kurz so als background ja letztendlich ist es ein jitsi was wir nutzen und ja da kann man sich mit jedem browser fast jedem browser jedem vernünftigen browser so reinschalten und mit ganz einfach mitsprechen beziehungsweise einfach mit dem handy geht sogar noch einfacher und genau wenn ihr irgendwie was habt was ihr loswerden wollt dann ja schreibt einfach dann kriegen wir das hin so richtig flo hatte sich bereit erklärt so ein bisschen den gatekeeper zu machen ja dumme frage stellen also das auch und auch ein bisschen moderation zu machen wie sieht es aus hier im twitch irgendeiner der mod meinst du leute rausschmeißen die du nicht magst oder was genau ja kann zum beispiel oder so kein problem kann ich auch erledigen warte mal wie haben wir das gerade noch gemacht ihr habt schon wieder vergessen kann das sport der sport community rollenverteilung oder so jetzt bin ich auf einem anderen der sport nicht doch nicht julia schreibt im rocket chat sie ist ein bisschen zu spät gekommen und hat den anfang des teams nicht gesehen ob noch mehr geplant ist als bisher im programm steht ich müsste lügen und sagen um sagen zu können ja wir gucken einfach was passiert wenn jetzt leute ankommen und haben noch eine idee dann bauen wir das sehr schnell mit ein und dann kann jeder der möchte einen kleinen vortrag halten genau wir können auch später gucken ob wir noch eine open discussion machen dann hauen wir link raus da können können mehr leute rein ja beziehungsweise genau also mehr natürlich gibt es das programm was auf der seite steht aber wenn ihr wollt und nicht so viel bock auf stream habt oder nebenbei zocken wollt wie gesagt also spreche doch im chat kurz ab irgendwie weiß ich bei uns ist gerade faktorio und ziemlich erschreit haben wir vom chaos greff auch ein server gehostet den könnt ihr gerne benutzen da ist eine blanke karte drauf den link findet auch auf frühtüter.de genau ansonsten meine scrap mechanic ist gerade ein großes update rausgekommen da bin ich auch sehr gespannt genau also sprich ja einfach bock irgendwie zusammen ein bisschen zocken ein bisschen was zusammen machen für den armen miteinander verbringen genau das was auf der webseite steht ist halt auch eher eine grobe richtlinie also genau also das was auf der webseite steht das ist der aktuelle stand und es kann gut sein dass noch was dazu kommt das wird spontan dann sein wenn sich leute melden die noch bock haben das gilt nämlich fällt mir jetzt gerade auch ein für die leute die sich in der umfrage von damals gemeldet haben die können sich gerne auch melden wir haben es nicht geschafft die konkret anzuschreiben mit wegen vorträgen also wer was fort zu tragen hat kann sich gerne melden und dann schauen wir mal ich bin gespannt was heute im fusion workshop gezeigt wird ja ich bin auch gespannt also ich habe jonas gerade noch mal gefragt ob es ob das noch steht sein angebot weil ich habe jetzt die letzten zwei drei tage nichts von ihm gehört aber hat gerade noch geschrieben das steht soweit aber er weiß nicht ob er dafür eine ganze stunde brauchen wird aber er wird auf jeden fall einen kleinen einblick geben ja genau das sollte ganz gut sein wir können natürlich neben dem wie heißt das faktorio dann auch noch tatsächlich heute abend scrap mechanic spielen genau er hat ein gary smart trouble in terrorist town server noch bereit den anbieten könnte habe ich nie gespielt das ist wirklich sehr witzig ich habe jetzt haben wir jetzt nicht gerade das auf einer lan spiel wo jeder jedem bei jedem auf monitor gucken kann und sie sehen kann wer innocent ist und wer traiter ist aber so dürfte das jetzt recht witzig sein ich habe es leider auch noch nie so richtig über internet gespielt mit genug leuten ja genau ich glaube man muss es mal gespielt haben also ich habe mir mal hin und wieder irgendwie mal so ein video davon angeguckt und wenn du nicht das spielprinzip kennst dann keine ahnung also ja ich habe nicht verstanden wie es wie man jetzt weiß wer jetzt also wie man abballern darf und wenig aber ja aber du musst herausfinden wer der böse ist ja richtig ist das ist macht es halt umso witziger wenn man einfach miteinander redet und aber also das ist wirklich so ein spiel wie wer ist das noch werwolf oder was so von ja so ungefähr okay das kenne ich gar nicht habe habe man das in deiner kindheit gespielt das funkt werwolf funktioniert sogar ohne strom ja du sitzt einfach im kreis das haben die rocket beans gespielt als sie in der woche im kliemannsland waren haben die das auch gestreamt das war sehr sehr witzig cool ja ich habe noch tatsächlich auf terrasse gesessen habe darüber nachgedacht dass wir eigentlich jetzt schon offen auf dem reitplatz sitzen würden auf dem ehemaligen reitplatz und eventuell das ein oder andere getränk miteinander trinken würden und es ist man würde noch besser aus dem saal wo man hören am wohnwagen sitzend ja ja leider ist dem nicht so es wäre so schön gewesen aber hey jetzt wir müssen uns halt mal überlegen ob da nächstes jahr die dritten 23 sind oder die vierten oder die dreieinhalbsten das ist eine wichtige sache da könnte man vielleicht noch eine kleine umfrage zu starten oh ja habt ihr eine idee wir haben ja jetzt hier so ein paar leute da und das die die zuschauerzahl ist auch recht konstanz was mich also was ich gut finde heute ist verwundert sagen nein ich bringe alle ab weil es langweilig werden wahrscheinlich aber das freut mich finde ich richtig gut was wolltest du jetzt fragen ob die nummerierung verwirrend ist weiß nicht kennen ich glaube gar nicht das war auf dem ersten chaos kongress in leipzig mit jimmy nachts um keine ahnung da war das also die idee die rüdiger stattfinden zu lassen die gab es irgendwie also muss dazu sagen jimmy und so wir haben uns also flensburg und die klimansland leute haben sich im klimansland ja logischerweise kennengelernt aber relativ früh sogar da waren es jimmy und viertel die als allererstes mal da waren dann haben wir angefangen das netz so das wlan aufzubauen und dann kamen halt immer mehr leute dazu flo kam dann dann kam daniel ja und dann kamen auch irgendwann flemm und torben und so dazu um die ersten rüdiger stattfinden zu lassen vorher waren die glaube ich nur einmal kurz da um sich das alles anzugucken und das war es dann auch wieder und dann haben wir das im dezember uns ausgedacht ja ende dezember und haben dann im mai nee gar nicht das war ende april das war anfang mai dann haben das tatsächlich vier monate später dann schon gewuppt gehabt und torben der kranke typ hat sich direkt ein tattoo stechen lassen stellt er ja stimmt lebenslänglich rüdiger freien eintritt er fragt auch gerade wann das dann hochgezählt wird zu 24 niemals nie ne das ist ganz witzig wir haben ja genau gesagt dass das die 23 sind weil also rüdiger also einfach rüttel tage aus quatsch sache weil irgendwie beim kliemannsland alle events zusätzliche namen haben völlig eloquent und direkt klar raussagen worum es geht ne genau und deswegen haben wir 23 gesagt und nachdem wir es sozusagen öffentlich gemacht haben schrieb mich auch jemand an aus einer jugendorganisation irgendwie und fragte warum das denn nicht möglich sei das auch für minderjährige zu machen weil wir da schon gesagt haben wir können das nur für volljährige anbieten und warum wir es denn nicht auch für minderjährige machen das ist ja schon schließlich das 23 mal das event und also das und ich musste erst mal erklären nee das ist nicht das 23 mal ist das erste mal und stand das nicht sogar auch in der zeitung in zeven irgendwann nie in zeven nicht tatsächlich so ein lokalmagazin ach so die wirklich geglaubt haben dass es halt die 23 rüttel tüfteltage sind ich glaube es war land und leben oder so war das ja genau bereits zum 23 mal so fing der artikel an ich habe ich habe dem journalisten das irgendwann mal gesteckt und er hat dann ziemlich dumm aus der wäsche gekriegt also die idee dahinter war dass drei also irgendeine zahl davor zu packen weil ein großer versandhändler in deutschland damals als die angefangen haben dann zwar noch so kataloge also es war so ein analoges ohne strom amazon du hast halt so so papierberge gekriegt und dann konnte da durchblättern musste dann eine bestellkarte ausfüllen die hast du dann zu dem versandunternehmen hingeschickt und ich weiß gar nicht wie es dann war war du die bezahlt hast direkt oder auf rechnung weiß ich nicht mehr ich glaube du kannst per nachnahme auch noch sagen und dann hast du irgendwann dein zeug gekriegt und die haben halt auch nicht mit der mit 1 angefangen sondern die hatten irgendwie weiß gar nicht auch irgendeine zahl vorne weggepackt 50 oder 52 um halt gerade so ein traditionsunternehmen vorzugaukeln das hat halt extrem gut funktioniert ja und dann waren halt die drei die 23 rüttüter und dann ging es halt um die zweiten wie wir das machen wie wir das hochzählen und da war erst die idee okay jetzt haben wir 23 dann machen wir jetzt 42 dann 64 aber das wird irgendwann unhandlich und dann irgendwann war die idee ach komm wir nennen das einfach die zweiten und da haben sich auch ein paar leute meinen das ist ja totaler quatsch und wir haben uns dann entschieden das zu machen weil es eben quatsch ist und weil es glaube ich kein event gibt was so seltsam gezählt wird also eigentlich nicht seltsam aber komisch aussieht ja ja hier schon mal ein paar paar vorschläge aus dem chat die hatten wir doch gar nicht erwähnt aus dem twitch chat container sagt ich schlage die dritten drei viertel vor finde ich auch eigentlich ganz gut ctfl bar sagt die dritten drei ne die dritten 32 versuch nummer zwei auch okay ja ja hat was hat ein bisschen tiefe let's place with noobs ist heute vielleicht eher der 2,5 rüttüter orga treffen eigentlich war noch nichts organisiert muss man aber auch sagen dass diesmal die vorbereitung echt mit wenig schweiß und auch irgendwie pflastern von statten gegangen sind ja ja da was ist denn hier mit dem licht los mensch aber aber die das das ich habe das gefühl das dänische bettenlager zieht das so ein konzept aber genauso durch mit ihren komischen jubiläen kann das sein weiß ich nicht ständig wenn man da vorbeifährt siehst du irgendwie hier 25 jubiläum 30 oder so aber gefühlt das auch schon seit zehn jahren wir könnten ja auch irgendwann rüttüter räumungsverkauf machen alles was raus weißt du dann kommen mehr leute aber wir haben eigentlich schon genug leute also wenn das wollte ich ja gerade noch erzählen dass es halt super interessant war und auch ein schönes gefühl wenn man sieht wir haben bei den ersten rüttüter mit ach und krach ich glaube was waren das 70 tickets verkauft und wir hätten 100 gehabt ja irgendwie also in dann also inoffiziell waren wir glaube ich nachher so um die um die 100 mit halt irgendwie leuten aus dem kliemannsland mit leuten aus dem kaustaflensburg und dem dazugehörigen kreis die halt irgendwie sich kein ticket gekauft haben warum auch immer letztes jahr waren wir dann tatsächlich ungefähr also da war es glaube ich ausverkauft aber das hat ewig gedauert also ich glaube bis irgendwie zwei drei tage vorher noch und dieses jahr waren das hat das das war relativ zügig auch meine ich und die warteliste nachher wir auch relativ lang sogar bei dem ersten mal ja ja und dieses jahr waren binnen 24 stunden alle karten weg das war ein sehr schönes gefühl ja vielleicht nächstes jahr guck mal das ist ja alles nur hype wir kreieren einfach jetzt einen neuen hype für nächstes jahr in der hoffnung dass es nächstes jahr noch gibt es kommt jetzt tatsächlich tschuldigung es guckt ihr tatsächlich ein benutzer zu der den benutzernamen 0800 backpapier hat schön wie geil ist das ich habe habt ihr lust irgendwie also bis samuel das essen gleich zubereitet wollen wir so ein bisschen dürfen wir das kommentieren oder ja wie beim fußballspiel der kommt ja in diesen channel weil ich bin jetzt gerade noch dabei ein zoller aufzusetzen aber haben wir diesen channel jetzt eigentlich irgendwie haben wir nicht nee das nur organ intern okay ja ich also wir werden später noch weil wer hat das gefragt julia julia hat das gefragt ob wir nachher vielleicht auch nach den vorträgen noch kleine offene jc runden machen wollen ja können wir nicht tun das kann ja auch einfach so jederzeit machen also wir haben die links sind da hauptsächlich deswegen drin halt einfach als ja wir haben da infrastruktur mal hingestellt also wenn ihr es irgendwie nutzen wollt könnt es jederzeit nutzen genau wenn es nachher eine gruppe sagt wir wollen scrap mechanic spielen entweder streamen wir das dann sogar hier auf twitch vielleicht oder ihr macht das da unter euch und nutzt das jc um hat einfach miteinander zu sprechen aber das ist halt einfach so da habt ihr infrastruktur die ihr gerne nutzen könnt genau aber meine eigentliche frage die ich gerade stellen wollte in die runde ist wollen wir so ein bisschen erzählen was wir so an morti was sind ja das mehrzahl von motto 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 ist doch klar genau ich hätte auch motto gesagt so fahr und so fetten die das die mehrzahl von couch ist ja auch sofas ob wir da so ein bisschen fallen lassen wollen was wir uns an ideen hatten oder ob wir uns das alles für nächstes jahr vielleicht auch sparen ja können wir gerne machen ich kann auch mal ich hatte auch ein video vorbereitet war sehr schlecht oder auch gut gealtert ist ich weiß es gar nicht ich kann das alles geahnt ja willst du das motto verraten was gewesen wäre da hatten wir uns jetzt für eins entschieden ja man weiß ich gerade nicht was ich hänge auch auf den schlauch ja das war digital detox und als idee hatten wir weil beim ersten event hatten wir den katamaran im saal in der mitte stehen und wir hatten als idee für dieses jahr den deutsch vom kliemannsland halt in den saal zu fahren und dann darauf eine vr brille zu installieren auf dem man den farmsimulator spielen kann und ein mitglied aus dem chaos treff hat auch sogar genau den deutsch aus dem kliemannsland als als mod sozusagen für den aktuellen farmsimulator das wusste ich noch gar nicht ist natürlich auch super jetzt kann man alles erzählen das kann ja keiner überprüfen also dass wir hier ja also die wir wollten ja auch so irgendwie mehrere vr ecken wo die leute gegeneinander alle spielen können es hätte eine anbindung von zehn gigabit gegeben für jeden für jeden natürlich genau komplette co-location wo alle leute ihre server hinstellen können es wir hätten so viel gehabt das passwort alligator 23 an der bar hätte es whisky tasting oder nein ich wollte das jetzt nicht das interessiert vielleicht kein schwein aber ich hätte sagen die einzigen ausgaben die wir bis jetzt hatten für die redita waren halt irgendwie so transaktionskosten sprich irgendwie irgendwie kreditkarten neben gebühren und bankgebühren und sowas und die paar hundert euro die welt ausgegeben haben waren halt ausschließlich für die bar also wir haben für 180 euro floramate gekauft und ich glaube 300 so edelstahl strohhelme also um halt einfach müll zu sparen also die haben wir eingekauft also die mate und die strohhalme werden spezielle strohhalme werden ja nicht schlecht die werden wir im nächsten jahr wieder nutzen die mate können wir im nächsten jahr auch noch benutzen wahrscheinlich oder sie wird halt irgendwie und bei unserem nächsten event was vielleicht im herbst stattfindet dann mit anderen boten da ist es wenn der glückliche sag ich jetzt mal der da bei uns immer die bar so ein bisschen schmeißt der hätte bei sich zu hause geparkt also der hat keinen koffein mangel sagen wir mal so und irgendwann ach so und die diese das ist dann die sind dann die zinsen die ja ich habe gerade mal das video reingepackt was eigentlich was ich so geschnitten hatte was im background halt auf monitoren gelaufen wäre es tatsächlich habe ich das im dezember angefangen wo noch nichts klar war außer okay das motto könnte es werden tja passt erschreckend gut irgendwie naja die idee war nämlich genau das was daniel mir heute zeigt und zwar hat ein maker und auch youtuber namens bitlooney eine software geschrieben um vga outputs über ein aduino zu machen und dann werden überall monitore gewesen die halt solche flacker sachen anzeigen oder auch irgendwelche acht bit artworks und sowas ja da wäre sowas halt auch gelaufen aber so ist es nicht so ich fand es so interessant dass dieses video schlecht oder sehr gut gealtert ist das liegt im auge des betrachters ja dann hoffe ich mal gleich zusammenkommen aber ich habe echt schon hunger zwei minuten hat er ja noch genau ach so er hat auch geschrieben wenn jemand mitmachen möchte ich hatte das habe die sache natürlich nicht hier er hat im rocke chat hat er geschrieben um 17 40 geht es los in der chaos kombise wenn ihr mitmachen wollt braucht ihr folgende zutaten tomatenmark margarine sandwich toast käse und wer das geahnt ein sandwich toaster schreibt das kriege ich so schnell nicht hier alles also ich habe immer noch den sandwich toaster von hier was war da noch dingsbum festival wo wir waren wo wir dings gebaut haben die raketen kosmonaut festival hin und wieder hin und wieder benutze ich den sogar noch das war da die beste beste anschaffung tatsächlich ich bin gespannt ob er auch den sandwich toaster lifehack benutzt der ist ach so mit backpapier ich hoffe ich hoffe das bessert sich noch ich bin dann im internet entwicklungsland deutschland und ich bin hier in der wunderbaren küche wir haben nur das dsl von nachbarn der echt weg wohnt und wir haben auch schon vor einem monaten telekom anschluss beantragt aber das dauert also ton ist gut aber bild bild nicht so so sehen wir also vorhin war es besser tatsächlich hat es nur mein rad im gesicht hast du hast du wieso ist das wlan vielleicht da gerade so ein bisschen uncool oder ein bisschen rum zu sagen eine ganz gefährliche konstruktion also wenn du dich nicht bewegst dann wird das nach und nach besser ja also so ist glaube ich okay würde ich sagen das super sehr gut normalerweise wenn jetzt nicht corona wert würde ich in einer wunderschönen gastro küche auf dem kliemannsland stehen und das essen koordinieren auf jeden fall das habe ich nämlich letztes jahr gemacht und da ja genau kam ein paar sachen zusammen deswegen haben uns gedacht chaos kombüse ist leider nicht aber wir können sie zeigen wie man wunderbare sandwiches macht auch wenn das ein bisschen kleineren rahmen als beim röteter passiert und ich hoffe ihr habt alle hunger nicht wahr sehr cool alles noch ein paar fun facts ist ja immer so ein bisschen wird wenn man so essen für so viele leute macht weil am ende des tages nimmt man eigentlich so ein rezept und bastelt das ein bisschen rum und dann trägt man halt die teilnehmeranzahl an und dann fahren halt irgendwann so kilo angaben raus und genau theoretisch werden nämlich schon fast eigentlich alles gekocht um diese uhrzeit also wenn halt irgendwie das normale röteter stattgefunden hätte und insgesamt wären zu diesem zeitpunkt schon 330 kilo lebensmittel so viel haben wir uns auf jeden fall letztes mal liefern lassen werden schon fertig zubereitet in verschiedenen formen ja und jetzt stehe ich hier ganz ganz traurig mit meinen zutaten und ein paar sandwitches zu machen und mit einem hochqualität sandwitch toaster der kurze zwischenfrage ja hättest wenn du jetzt auf den röteter für alle sandwitches machen müsstest gäbe es da überhaupt eine möglichkeit außer du bräuchtest irgendwie 50 sandwitch toaster große sandwitch toaster also tatsächlich ist ein bisschen unserer traum noch es gibt so gastro sandwitch toaster die sind echt groß und cool aber die kosten auch so ab 500 euro und fleming ist ja auch der schatzmeister und kümmert sich immer so ein bisschen finanzen und vermutlich wäre es günstiger sich einfach 50 günstige sandwitch toaster zu kaufen und einfach zu hoffen dass die sich auch ein gastro teil ungefähr doppelt so groß wie der jetzt hier echt also also wie wie zum beispiel beim beim goldenen m zum beim restaurant zum goldenen m die haben ja die haben ja auch so so große dinge zum auf und zu klappen beziehungsweise die gehen automatisch auf und zu aber genau das besondere hat nur ein bisschen gastro teilen ist halt so die sind halt die sandwitches sind deutlich schneller durch eine weitere sache auf die ich auch noch mal richtig bock hätte aber da müsste man auch ein bisschen kleingeld noch zusammenkommen es gibt so ketten toaster das heißt da tut man einfach seinen sandwitch oder seinen toast auf der einen seite rein kann man auch belegen und dann fährt das quasi mit der kette durch so ein wärmetunnel durch und wenn es durchkommt ist entweder durchgebacken oder lecker durchgebraten um es auch selber bauen was kann so schiefgehen wir brauchen nur so eine komische edelstahl kette ja genau und ich erinnere mich da an die ersten rückgüter wo daniel seine bälle bad sortiermaschine bauen wollte und der tagelang styropor irgendwie beschnitten ich war am sonntag wo alles vorbei war fertig wo ist jetzt jetzt wieder da der rückgüter stream rückgüter stream hängt aber ich glaube jetzt jetzt geht es glaube ich weiter ich habe ein paar küchenwitze mitgebracht was ist rot und fährt hoch und runter der essensaufzug eine tomate im aufzug damit geht es auch schon weiter das ist nämlich eine super überleitung nämlich zu unseren ersten rezepten wir wollen natürlich leckere sandwiches machen und alles was wir dafür brauchen ist am liebsten margarine geht aber auch mit butter und tomatenmark andere frage an euch wie heißt der erfinder der tomatenmark mark nee das war natürlich andré aber der mark sagte boah ich weiß wie das heißen sollte aber machen wir weiter mit den wichtigen sachen und zwar nämlich der köstlichen versorgung als grundlage für unsere wunderbaren sandwich dientheit wie gesagt diese tomaten margarine dafür braucht ihr nichts außer eine schüssel in dem waffel unter diesem tomatenmark und der margarine wenn ihr richtig fancy seid so wie ich besorgt ihr euch den bio tomatenmark aber im aluminium kanister damit kann man sich gleichzeitig schlecht fühlen und gut so abgesehen davon einfach wir machen jetzt mal nicht so eine riesen ladung im zweifelsfall könnt ihr es aber natürlich variieren wie ihr wollt das verhältnis sollte immer zwei zu eins sein also doppelt so viel margarine wie tomatenmark da rein ich habe war das gestern war freitag ja tatsächlich habe ich gestern ein was sehr kritisch und zwar nannte sich das monkey burger sehr gut genau jetzt vermischen wir das einfach nur miteinander und machen das sehr gut das ist auch eine wunderbare sache das ist auch eine schöne sache das ist einfach nur die markenlaken mit margarine okay alles klar ja ja das ist noch sehr low basics also generell alle rezepte hier kann man quasi mitmachen mit einem zehn euro sandwich toaster budget hättest du das eher gepostet hätte ich tatsächlich mitgemacht ja das hätte ich halt alles da gehabt aber ich hoffe jetzt sind ganz viele leute im stream die wissen wie sie endlich mal leckere dinge machen können genau jetzt haben wir natürlich ein bisschen das problem ist alles ein bisschen geschmackslos ich bin basic sagt mir sehr guter deswegen habe ich jetzt hier noch salz und pfeffer besorgt und würze das damit einfach ein bisschen nach und dann wird daraus auch schon fast ein schuh draus so geheizt an sachen natürlich auch mit dem guten mehr salz weil wir flensburger wir wissen was gut ist quasi seit von der haustür hat die ostsee eigentlich einen höheren salz gehalten als die nordsee ist nee die nordsee hätten höheren guck mal alles spricht immer gegen die ostsee ich sag euch das aus dem brackwasser das kann ja nicht also ich würde nichts sagen aber für leute die in der nordsee wohnen unserem meer läuft uns jedenfalls nicht davon regelmäßig nicht so doll quasi gar nicht ich dachte ihr habt da trotzdem ein bisschen gezeiten drin ja so fünf zentimeter oder so ja guck das sieht man ja nicht da sind das schon so wie wir sehen haben wir eine wunderbare masse sieht richtig lecker aus also das sieht aus wie lapskarten hier ja gut so was wir jetzt natürlich brauchen ist sandwich toast ich habe natürlich gute weizen vollkorn sandwich toast besorgt weil die sind ja noch gesundes ja vollkorn und zum kese genuss ich habe quasi zwei verschiedene käsensorten dabei einmal habe ich jetzt sind die wiegen reide genuss mit schmilz garantiert und da gibt es ein sticker da steht unten drauf so lecker also muss das stimmen und den klassiker die guten schmilzkäse der nur ich glaube fünfte von den gekostet hat der aber genau die produkte enthält angeblich laut packungsanleitung genau und ich habe mir ja das habe ich tatsächlich nicht vorbereitet ich wollte doch natürlich habe ich auch backpapier dabei aber das ist ja auch nie genannt das ist doch alles möglich willst du doch nicht gleich einsauen das wäre ja schrecklich wenn man den direkt waschen muss ja das stimmt natürlich aber wie gesagt genau backpapier mega lifehack aber auch passend beim backpapier kauft es gibt tatsächlich auch backpapier welches keinen eigenen fett enthält das war ein richtiger flop wir haben aber sammelpizza gegessen und dann muss das backpapier einfetten und dann ist das backpapier halt mit in der pizze festgebacken war halt im boden mit drin das ist gut für die verdauern wo kauft man denn sowas muss man sammeln muss man jetzt mit gewohnert tragen jetzt ist natürlich ein bisschen käse drauf jetzt ist natürlich so ein bisschen das ding wir sind ja quasi konnoisseure konnoisseur ist französisch das genießer deswegen haben wir natürlich auch noch zwei großartige andere sachen wir kommen auch ein bisschen aus wir haben ja so ein klein dänemark hintergrund deswegen natürlich die guten röstzwiebeln das dänische essen in begriffen und schnittlauch gibt es natürlich auch das macht gleich eine schöne frische gesunde note damit merkt man auch einfach okay krass das ist jetzt einfach so ein essen was einfach nachhaltig ist was irgendwie auch einen voran bringt geil ist noch ein paar röstzwiebeln umdrauch dann sind diese sandwich toast es ist dumm gemacht aber ich würde doch alles nur auf eine seite tun wenn es gefühlt wird es ist doch tatsächlich ein initialversuch ich habe diesen sandwich bruster vorher noch nicht ausgesucht was ist ansonsten euer gepix essen deutsch 3000 hat noch eine frage sollte man den grill vor dem ersten einsatz reinigen kann mir vorstellen dass in der chinesischen fabrik allerhand rom drauf landet schnuppern mal dran es ist wirklich nicht so gesund aber das ist ja auch hier das backpapier rein das schützt eigentlich das backpapier ja kann das nicht sein dass wenn du den jetzt anders hatten hattest du den schon mal an ne überhaupt nicht also ich hab dir vor zwei stunden gekauft das war auch alles ein bisschen kurzfristig brennt sich da die farbe nicht erstmal ein ja das heißt mal wieder für 999 kriegt man richtig qualität ja okay noch eine anleitung brandgefahr brot kann brennen ja ansonsten genau jetzt warten wir hier schön habe gar nicht mehr so viele gute küchenwitze ich habe jetzt schon meine beiden guten witze aus dem repodar verbrannt hast du ein bisschen schade habe ich noch einen guten küchenwitz ne aber was hättest du denn eigentlich geplant für jetzt rüdiger wenn jetzt rüdiger gewesen wäre was hättest du essen gegeben hast du da was geplant ja tatsächlich schon ich hatte auch so einen wirklich schocken moment weil ich bin freitag morgens so normalen uhrzeit also gegen 9 aufgewacht und hatte da schon anruf von deutlich früher und ich war so wie weg wer ruft mich denn von der handynummer freitag morgens an und ich hatte so ein bisschen angst dass ich schon brötchen bestellt habe für das rüdiger so drei vierhundert stück und auch jemand stand und sie ausliefern deutsch ist mir dann doch eingefallen dass es nicht das sein kann genau zum glück sonst wären jetzt brötchen im klimafall gelandet aber das konnten wir verhindern genau was hätte es eigentlich geben sollen es gab ja letztes jahr eine sehr große auswahl an verschiedenen eintöpfen und suppen das liegt einmal daran dass eintöpfe mega gut sind und auch sehr gesund sind aber auf der anderen seite ist auch relativ einfach das ist etwas für eine große anzahl von leuten zu kochen dieses jahr wäre es ein bisschen anders gewesen und zwar gesunde ernährung ist super aber es gibt auch essen was einfach ja gut für die seele ist wie ihr sehen könnt ich bin da ja auch ein großer konnoisseur des essens und deswegen war eigentlich geplant dass es quasi dass man freitag so ein bisschen sehr gesund mit ich glaube einem großen chili und reis gestartet wäre und dazu vielleicht noch irgendwie einen kleinen salat noch dazu und dass es dann samstag so ein bisschen so ab dem nachmittag so hot dog stationen gegeben hätte wir haben uns da schon coole ideen ausgedacht mussten sogar tatsächlich schon im verein schon hot dog test essen das haben wir schon gemacht ich glaube mit irgendwie 30 40 leuten oder ja 30 leuten um halt mal zu gucken wie das ist und wir hatten schon alles vorbereitet es gab schon kosten kalkulation aber vielleicht gibt es ja nächstes jahr hot dogs das würde mich sehr freuen und das ganze sogar auch vegetarisch wäre gewesen genau das hätte genau verschiedene arten von hot dogs gegeben da hat man ja auch ein bisschen freiheit was man hätte machen können da wäre jetzt auch wieder ein ketten toaster richtig richtig gut gewesen für die brötchen okay wir sprechen nachher mal drüber was ein ketten toaster kostet gastro ketten toaster auch noch ja ja das ist leider nicht so günstig aber naja da haben wir jetzt ein ganzes weiteres jahr zeit uns vorzubereiten und auf der einen seite ist es finde ich mega schade auf der anderen seite wäre jetzt auch so der zeitpunkt gewesen wo ich so maximal erschöpft gewesen wäre denn in der küche ist es so dass wir in der regel schon ab äh donnerstag für die quasi leute die aufbauen kochen und äh quasi so durchgehend gefühlt bis samstagabend halt kochen weil kann man sich ja vorstellen so 330 kilo kommen ja in der regel auch nicht in der art und weise wie man sie braucht ähm und eine andere sache wo auch nicht genug geklatscht wird aber die auch ziemlich viel dank verdient haben aber auch glaube ich ziemlich viel dank bekommen haben letztes jahr waren die unzähligen helfer die einmal mir geholfen haben bei der ganzen orga bei diesen ganzen excel themen sich angucken also eine excel einkaufsliste anzugucken ist echt nicht so lustig und vor allem auch super viele leute die auf dem event geholfen haben das heißt beim nächsten röteter wenn ihr bock habt ähm genau das könntet ihr sein geil ja das mit den helfern klappt tatsächlich immer sehr gut das ist auch gegen die events immer echt schön genau geil jetzt haben wir hier unser sandwich toast ich weiß nicht ob ihr sowas schon mal gesehen habt ähm da muss man aufpassen was ich runterfällt genau das sieht super lecker aus jetzt muss man auch aufpassen ist es heiß wie wir gerade schon gelernt haben war das vollkorn toast ja weil das gesund ist warum sind das jetzt dreiecke schmeckt das denn besser so dreieck ich bin mir nicht sicher aber ich habe von attila hildmann das ist ja dieser veganer von dem habe ich gelernt dreieck hat irgendwas mit der regierung und der neuen weltordnung zu tun und ich glaube dass ja muss man aufpassen tatsächlich ist dieses toast jetzt auch vegan ich hoffe es schmeckt ich mache das jetzt mal ganz so wie man das normalerweise auch in der kochschau machen würde hmmm 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 ich stehe nicht wieder warm aber schmeckt tatsächlich auch sehr gut ähm ja das ist das gibt es auch noch Fragen aus dem Stream ich sehe denn gerade nicht so wenig Internet hier ne naja genau ansonsten falls ihr noch Ideen habt was man sonst noch kochen könnte und was eine mega gute Idee für das gute Tobi schreibt uns ein bisschen Ich hätte gerne noch ein Close-Up von dem Sandwich. Und da muss noch Petersilie drauf. Ach nee, Deutsch. Da ist schon Petersilie drin, das ist der Heck. Das sieht richtig lecker aus, man sieht hier auch. Das ist ja die Tomatenbutter. Ist das da rausgelaufen oder was ist das da in der Mitte? Ja, ich habe das schlecht auseinandergeschnitten. Achso, es ist abgerissen. Jemand im Chat schreibt auch gerade, wo der Unterschied ist. Brot schräg durchgeschnitten gleich Sandwich, Brot mittig durchgeschnitten Stulle. Also, da ist jemand von dran. Jetzt wird einiges klar. Ja, gut. Das ist auch schon gut. Man lernt hier noch was, so. Ja, genau. Falls ihr noch coole Ideen habt oder wenn ihr sagt, boah, das bräuchten wir unbedingt mal mit dem Guten Tag zum Essen, schreibt das gerne ins Rocket Chat rein. Ich bin da nämlich auch noch ein bisschen aktiv und wir suchen immer coole Ideen, die man auch vielleicht skalieren kann. Genau, ansonsten, falls ihr Bock habt, irgendwie bei der Küche mitzuhelfen, im Vorfeld des nächsten Events wird das vermutlich auch wieder angekündigt, wie das machbar sein wird. Man muss wirklich nicht viel mitbringen. Beim letzten Mal haben sich Leute während einer Küchenschicht, glaube ich, dreimal geschnitten oder so. Aber keine Sorge, wir haben ein Pflaster. Wir haben auch ein Brot und ein Brot und ein Brot. Wir können alles abwickeln, annähen. Das kriegen wir alles hin. Ja, stimmt. Wir haben ja auch Leute da, die nähen können. Eben. Wir haben ja Schiene auch, für größere Sachen. So für Bügelperlen und so. Falls es dann halt ab sein darf, dann haben wir auch das Bügeleisen da. Das ist gar kein Problem. Und der Karstrup hat ja auch eine Stickmaschine. Also wenn man es denn, dass ein Muster sein darf. Dann können wir auch das auf den Stumpen setzen. Oh, Daniel hat doch auch seinen Lasercutter. Da kann man auch bestimmt schöne Sachen gravieren. Ich denke da so an Torben, der sich nochmal so ein Rütitar-Branding holen könnte. Ja, das, ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ja. Ich habe mal ein Video gesehen, wo natürlich Russen das gemacht haben. Ja, aber man sieht, glaube ich, nie das Ergebnis, oder? Ja, okay. Punkt geht an dich. Keksi 86 würde Einhornpflaster mitbringen. Das ist auch okay. Ja. Alles gut. Mit Einhörnern. Definitiv. Wenn man einen hinterfragt. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, ich bin jetzt gleich weiter im Twitch-Stream und im Rocket-Chat und vielleicht schaffe ich es auch noch auf den Faktorio-Server. Aber jetzt würde mich interessieren, was geht überhaupt bei euch weiter? Was habt ihr jetzt cooles vor? Genau. Bei uns geht es jetzt weiter. Können wir mal ein bisschen anteasern? Ich will hier so ein bisschen... Ja, aber uns geht jetzt weiter mit einem SMD-Workshop, den Daniel und Finke vorbereitet haben. Sprich, jetzt wo ihr alle euer Sandwich habt, könnt ihr da genüsslich zugucken, wie die beiden sich die Finger verbrennen. Genau. Das wird wahrscheinlich auch ein kleines bisschen länger dauern, aber viele haben schon geschrieben, dass sie das auch mal machen wollten. Beziehungsweise gespannt sind. Wir haben gestern schon ein bisschen drüber geredet. Daniel hat ein bisschen was gezeigt. Ich glaube, das ist jetzt spannend. Genau. Flo wird jetzt ein bisschen mit der Rat noch spielen, also ein bisschen Fragen mit beantworten, das ein bisschen zu moderieren. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Rocket Chat oder in den Twitch Chat. Dann werde ich das an Daniel und Finke weiterleiten, beziehungsweise einfach stellen. Genau. Gut. Ja, Skabo, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt Hunger. Scheiße. Ja, geil. Ich muss hier noch ein paar Sandwiches machen, aber ich bin auf jeden Fall ein Streamwriter dazu. Mega cool, dass ihr das macht. Und ja, Männer, die im Internet Dinge erzählen, immer eine großartige Sache. Viel Spaß beim Rebellieren. Wer noch aufs Jahr 2021 denn finally wieder in wunderschönen Rüspel. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 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 Ach so, da winkt er noch. Ach, Mann. Ach, da habe ich es doch richtig gesehen, dass das Alex war im Hintergrund, der kurz aufgetaucht ist. Die beiden haben jetzt zu in meinem Büro. Ach so. Wer kommt da denn dazu? Die Küche, glaube ich, nochmal. Ich würde sagen, er hat einfach sein Teil weggelegt und hat nochmal gefettfingert. Da ist er weg. Ah, okay. Jo, ähm. Wie machen wir weiter? Jetzt haben wir schon, ja, wir haben schon zehn Leute vergrault. Sehr gut. Ja, äh, jetzt kommt der, der spannende, aber vielleicht, aber vielleicht kommen die auch wieder. Die machen alle gerade einfach nur Essen. Ich habe übrigens auch drüber nachgedacht. Hätte man jetzt Sandwich-Toasts für alle auf dem Rüthüter gemacht, dann hätte man entweder ja dieses Ketten-Ding gehabt oder drölft sich von den Sandwich-Toastern, ob das irgendwie auf einer LAN-Party gewesen wäre und du hättest die dann alle in so eine Mehrfachdose gesteckt und wie lange das gehalten hätte. Ja, man hätte ja immer drei Pro, also neun Stück mit so einem 16-Ampere-Stecker. Müsste ja theoretisch gehen, weil wir dann gleich ein KW-Sonding. Ach nee, geht ja gar nicht. Ja, aber du kennst ja die Klima-ins-Land-Leitung. Naja, gut, aber das, wir haben ja extra für die Rüthüter da Steckdosen gehabt. Oh ja, die Power-Sockets. Ach ja. Ja. Gut. Ja, keine Ahnung. Also theoretisch ist ja sogar, glaube ich, genau passend, wo es jetzt losgehen sollte. Oder? Ja, genau, wie jetzt soll es losgehen. Das ist mir fassenweise unheimlich, dass das auch funktioniert. Das ist so unheimlich. Das ist doch alles genau getaktet hier. Ja, stimmt auch. Wir machen das ja sonst immer mit Absicht, dass es das Essen erst eine halbe Stunde später gibt und sowas. Ja. Wir sprengen jetzt einfach den Zeitplan gleich. Also ich kann das jetzt ein bisschen steuern, indem ich mich sehr dumm anstelle. Ach so, stimmt. Wir müssen ja nicht nur den Startpassen hinkriegen, sondern auch das Ende, oder was? Ja, genau. Ja, okay. Oder wir reden jetzt einfach so lange, bis es wirklich nicht mehr 18 Uhr ist. Aber besser zu spät als zu früh, weil, keine Ahnung, die coolen Leute schalten jetzt ja, siehst du, die Zuschauer? Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ja, ja. Passend zu 18 Uhr, wo es losgeht, geht's los. Was ich gerade noch sagen wollte, also irgendwas hatte der Streaming-Rechner da gerade. Der hatte irgendwie Schluck auf und Streamlabs hat volle CPU gebraucht und ein paar Dropped-Frames auch gehabt. Aber jetzt geht's wieder. Ist wieder alles easy. Keine Ahnung. Nasenflöte ist gerade in Rocket Chat gekommen und sagt Go, Go, Go. Na gut, dann... Auf geht's. Auf geht's. Dann schalte ich jetzt auch... Warte mal. Ich hole mir erst mal hier... Ich habe hier so einen Karton, nämlich. Die Frage ist natürlich... Wobei, gut, ich kann hier ja mal hin- und herschalten zwischen mir und Fige wahrscheinlich. Ja, warte. Ich habe gerade gesehen, dass hier noch... Ich muss auch hier mein Handy aufbauen. Ich muss mal eben hier was Wichtiges wegreißen. Tja, eigentlich wäre man... Vielleicht steht auf dem Karton eine Adresse. Ist doch schön, wenn du da einen Fanpost kriegst. Oder vielleicht auch ich. Oder irgendwelche fremden Leute bei dir klingeln. Nee, die wollen ja nur Gutes. Hallo Dominik, jo. Ja, schön. Schön, dass du hier bist. Gut. Er hat geschrieben, dass er das auf Insta gesehen hat, dass wir hier live gegangen sind. Stimmt, das wollte ich auch noch machen, aber jetzt ist es wahrscheinlich eh zu spät. Bist du bei... Hast du das bei Instagram auch auf live gestellt, Finge? Nein, ich habe das nur gepostet. Hostest du auch? Ja, natürlich. Ach so, okay. Kai Becker 11 schreibt, was wird heute gemacht? Es gibt einmal das Programm, das findest du auf rüthüter.de. Also am besten Rüe, Tüe, Ta. Das andere geht, glaube ich, aber auch mit Ü. Da findest du dann das Programm, was heute so stattfinden wird. Wir haben schon gesagt, es gibt um 20.30 Uhr, also jetzt ist erstmal der SMD-Löt-Workshop mit Daniel und Daniel versucht es mir zu erklären, wie das geht. Um halb neun geht es dann weiter mit dem Fusion 360-Workshop. Den macht Jonas und zeigt da ein bisschen, wie 3D-Modelle bauen geht für 3D-Druck und danach weitere Beiträge, falls jemand Bock hat, einen zu machen, dann meldet euch bitte im Rocket Chat bei Flo oder einfach in den Channel Hashtag Rüthüter. Schreibt da rein und dann regeln wir das und bauen das schnell ein, dass ihr auch noch mitmachen könnt. Und wahrscheinlich wird es später noch ein bisschen Open-Runde geben, wo jeder dann in den Channel rein kann und wir reden einfach eine Runde. Und wenn jemand Bock hat, zwischendrin können wir noch Factorio spielen. Da hat der Chaos Treff Lensburg auch einen schönen Server für aufgesetzt. Und parallel dazu werden wahrscheinlich einige noch ein bisschen Scrap-Mechanics spielen, weil dazu ist gestern ein Update rausgekommen. Genau, das kann man ja von einer her auch ein bisschen streamen hier. Genau. Genau, je nach Lust und Laune. Kriegen wir das denn über Jitsi gedrückt? Nee, ja. Ja, einer streamt dann halt, dann streamt Daniel halt und der andere hört Daniel halt. Ja, beziehungsweise, also theoretisch müsste das gehen, aber der Gamesound ist halt schwierig, wenn man das noch nicht eingerichtet. Also Figge könnte mit Gamesound spielen. Ja, nee, ich habe schon geguckt, ich habe schon zwischendrin mal in der Vorbereitung heute eine MP3 druntergelegt, die wird aber so krass runtergerechnet vom Codec bei Jitsi. Das ist furchtbar. Okay. Das klingt wie ein Telefon. Ja, aber, ja, ist auch eigentlich... Ist egal. Genau. SMD-Löt... Ich kann das nicht aussprechen. SMD-Löt-Workshop. Ja, ich komme sofort. Ich renne jetzt weg. Tschüss. Ich erkläre mal ein bisschen, wie das zustande gekommen ist. Ja, genau. Ja, gut. Dazu schalte ich hier auf die Bau-Cam. Uh. So. Mann. Daniel. Daniel randaliert noch ein bisschen. Daniel randaliert die ganze Bude auseinander. Was? Nee, ich habe die Mehrfachsteckerkiste gesucht und in der Mehrfachsteckerkiste war keine Mehrfachstecker drin. Das war ein bisschen doof. Gut. Aber ich fange jetzt einfach mal an, während Daniel noch da rumrandaliert. Ich kann das ja auch mal... Bau-Cam. Da fehlt ein bisschen Kamera. Aber... Habe ich die echt rausgeschmissen? Ich erkläre es erst mal so. Also. Und zwar war geplant, wenn die hätten die Rüte stattgefunden, dass wir überall Monitore hinstellen, weil Flo hat irgendwann mal gesagt, hör mal, ich kann ganz viele alte Monitore besorgen. Soll ich das tun? Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gesagt, ja, mach. Und habe so mit 5 gerechnet. Flo hat aber über die Zeit irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25, 30 VGA-Monitore besorgt. Kommt das hin? Ja. Ja. Und die stapeln sich in Lagerregalen im Technikraum im Kliemannsland. Und jetzt war die Idee, es wäre ganz cool, wenn das Motto, das hatten wir gerade schon einmal gesagt, das Motto dieses Jahr wäre Digital Detox gewesen, wenn überall Monitore hängen und die irgendwelche Animationen zeigen in Low-Poly-Optik. So, und dann habe ich lange danach gesucht, wie man das umsetzen könnte, weil überall einen Rechner hinstellen, wäre echt aufwendig gewesen und auch teuer. Und der Zufall spielte es so ein bisschen ein, dass ein Maker, beziehungsweise auch YouTuber, namens Bitlooney, den könnt ihr gerne mal googeln, beziehungsweise Flo kann parallel vielleicht auch mal den Link posten von seiner Webseite. Der hat nämlich ein Projekt gebaut, mit dem er es hingekriegt hat, dass ein Arduino, genauer gesagt ein ESP, VGA sprechen kann und du kannst dann darüber einen VGA-Monitor ansteuern und da halt genau diese Low-Poly-Optik mit erzeugen. Und das habe ich mir dann alles mal angeguckt, habe dann ein paar Bauteile bestellt und habe das auch einmal per Hand gebaut. Das liegt hier auch noch. Das sah dann so aus. Könntest du vielleicht einmal deine Kameras umschalten? Ja, das mache ich mal. So. Das sah dann nämlich so aus. Ach shit, warte mal. Und ich kann das so machen. Ja, mach mal so. Ah, guck mal. Genau, das sah so aus. Jetzt die Kamera ein bisschen hell. Naja. Das war auf jeden Fall ein Massaker mit Widerständen und irgendwann, ich habe es erst versucht, sauber zu bauen und irgendwann geht mir der Platz aus und dann habe ich tatsächlich nur noch überall Jumper-Kabel reingelötet. Ja, das funktionierte auch, aber es war jetzt irgendwie nicht geil und davon irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stück zu bauen oder sagen wir 15, da wirst du halt echt blöd bei. Und es ist auch eigentlich alles viel zu groß und dauert viel zu lange. Also hat das alles keinen Sinn gemacht und Daniel meinte, auch ein bisschen jugendlichen Leichtsinn. Ach, ich mache da mal, jetzt passt das hier nicht mehr rein. Warte mal, ich muss hier mal eben, aha, so. Ähm, ich mache das mal eben auf SMD und tatsächlich ging das sogar relativ schnell und er kam dann mit den Platinen um die Ecke, sogar richtig schön gebrandet und hat daraus ein richtig schönes kleines Projekt gemacht und die wollten wir eigentlich anbieten als Workshop. Das findet leider jetzt ja nun mal nicht statt, deswegen machen wir das zumindest online ein bisschen. Und dazu hat er mir relativ, ja, so viel ist es gar nicht. Also wenn man mal guckt, die Bauteile sind hier so ein paar, das sind die Widerstände. Also, es ist so Vogelfutter. Daniel sagt zwar, Daniel sagt zwar, das ist alles riesig, ich finde das sehr, sehr klein. Ich habe da auch gerade ein bisschen Schiss vor. Ah, ich habe mal ganz kurz umgeschaltet. Also letztendlich, genau, es ist nichts Besonderes. Also der Plan war, wie gesagt, ein SMD-Löt-Workshop anzubieten, wo man das mal ausprobieren kann und genau, das Projekt, was Figue gerade gesagt hat, das bot sich da irgendwie für an und dann, ja, habe ich mal so eine Platine gedesignt und das ist, sind auch tatsächlich noch die, die Prototypen. Deswegen wissen wir auch noch nicht, ob das überhaupt gleich funktioniert. Oh Gott. Naja, aber es geht ja erstmal ums SMD-Löten, ne? Genau. Der Workshop ist ein SMD-Löt-Workshop. Das geht nicht darum, dass es auch funktioniert. Alles andere wäre so on top, so nice to have. Genau. genau, also der Bausatz besteht, oder, ja, das könnte man auch noch überlegen, wenn nach diesem, also Workshop vielleicht Leute Interesse haben, könnte man das auch als Bausatz anbieten. Besteht halt aus der Platine, den Widerständen, die, das sind halt relativ große für meine Verhältnisse, 08, 05 für die Leute, die Ahnung haben. und eine VGA-Buchse, dann zwei Tastern, die allerdings aktuell noch keine Funktion haben. Das sind, wie nennt man die? Keine Ahnung. Da kann man halt den ESP-Sperr da reinstecken. Das ist das Brain quasi. Da kann ich mal aufmachen. Das ist ja ein ESP-230, da läuft dann später ein Arduino drauf, also, oder beziehungsweise nicht ein Arduino drauf, sondern, keine Ahnung, wie sagt man das? ESP. ESP, ja. Genau, und das ist quasi das Haupt-Ding-Part bezüglich SMD-Löten, weil beim SMD-Löten lötet man, also, es gibt verschiedene Wege, wie man das lötet, also, man hat ja hier die Pads, wie kann ich das jetzt zeigen? Die silbernen Dinger, das sind die Lötpads. Genau, und die Bauteile, die ja hier, hier drin sind, die müssen da ja irgendwie drauf, und, Moment, und müssen halt festgelötet werden, und da gibt es verschiedene Wege, also, entweder macht man das mit Lötkolben, wie man auch so andere Bauteile festlötet, oder man macht es mit Lötpaste, das ist der heutige Weg, und die Lötpaste muss ja auf die Platine aufgebracht werden, und da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, entweder mit einer Spritze, dass man auf jeden von diesen silbernen Punkten kleinen Klecks Lötpaste macht, und der zweite Weg ist, dass man hier so eine Schablone hat, also ein Stencil nennt sich das, der ist tatsächlich gedruckt, mit einem 3D-Drucker, also mit so einem Resimendrucker, das ist auch der erste Versuch, das habe ich auch noch nie probiert, aber sollte, also es spricht nichts dagegen, dass es nicht funktioniert, Kommt das denn hin, wenn du das drauflegst? Sollte es hoffentlich, ne? Ja, hast du es noch nicht getestet? Doch, natürlich, Moment. Genau, und, genau, der Trick dabei ist, dass man diesen Stencil passend drauflegt, und dann mit der Lötpaste hier einmal drüber streicht, quasi mit einem Spatel, oder Spachtel, und anschließend nimmt man das wieder ab, und die Lötpaste ist dann da, wo sie hin muss, und anschließend setzt man die Bauteile rein, und, ja, und dann geht's in den Backofen, oder auf die Herdplatte. Genau, so, das wär's zur Erklärung. Ach so, ihr seid alle, hm, wie machen wir das am schlauesten? Ich weiß nicht, ob wir so zwischen den beiden, also meine Schnute muss man jetzt ja nicht sehen, ne? Ja, ich bin, warte mal, ihr habt ja Video aus, vielleicht schaltet der dann ja nicht mal auf euch um, wenn, warte mal, so, zack. Wenn ich rede, wird das doch bestimmt dunkel, oder? Ja, dann schaltet der auf dich um. Gut, dann musst du... Die Klappe halten? Nee, du bist ja, sollst ja, oder machst ja Moderation. Dann, keine Ahnung, muss man mal schauen. Ich mach meine Kamera wieder an, dann sieht man mich halt kurz. Ja, genau. Ja, gut. Gut, ja, letztendlich könnten wir dann starten, mit den, also der erste Schritt ist eben die Lötpaste, die wir jetzt aufbringen müssen, und dazu muss ich meine Lötpaste erst mal holen. Das heißt, ich brauch aber... Du bist ja gut vorbereitet, Daniel. Also, das hätte ich nicht von dir gedacht. Die ist im Kühlschrank. Ach so. Was? Das hast du mir nicht gesagt. Die muss in den Kühlschrank? Und jetzt hat Chris gleich komplett flüssige Lötpaste, oder was? Nein. Das hat mir der Sack nicht verraten. Nein, wenn du die lagerst, also, wenn die angebrochen ist, dann, vielleicht hat er die ja schon angebrochen. Also, die sieht so aus, ne? Überall, oh, das ist ja gar nicht die richtige. Moment. Ja, das ist ihr andere. Warte. Seine Gesichtscreme eben aus dem Kühlschrank geholt, oder was? Ist übrigens auch sehr gut, dass ich immer noch eine Fahrkarte habe für einen Musik-Express in der Oktoberwoche in Warburg. Die nehme ich jetzt einfach statt Kreditkarte, um das hier gleich so drüber zu ziehen. das sind ja so diese Fahrkartenchips. Ich weiß nicht, wo ich die herab. Also, ich glaube, die hat mir Torben mal geschenkt, weil er die noch in der Tasche hatte. Und das ist ja immer wichtig, dass man sowas in der Tasche hat, falls man mal irgendwann den Musik-Express erwischt. Also, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, weil rausgehen, keine Ahnung, zumindest wird es vielleicht nicht so irgendwelche Volksfeste geben, aber vielleicht nächstes Jahr. Dann kriegt er halt seinen, kriegt der Musik-Express halt seinen Chip wieder. Vielleicht mit ein bisschen Lötpaste drin. Ich bin halt ein netter Typ. Genau, so, also, weiter geht's. Wir müssen uns jetzt erstmal so ein kleines Gestell bauen. Oh Gott, oh Gott, warte mal, ich stelle hier mal alles zur Seite. Ach nee, wobei das ist auch. Dann kriege ich die Kamera, vielleicht, ich habe hier nicht so viel Platz. Ach, so. Nein, ich kann sie nicht weiter kippen. So. Naja, ist ein bisschen hell. Letztendlich müssen wir jetzt hier nur so ein, warte mal, kann ich auch hier nochmal umschalten. Hast du denn da Kupferplatten oder was? Ja, das ist Rohmaterial halt. Also, du sagst, ich brauche noch so ein bisschen Lochraster, ne? Ja, irgendwas, was die gleiche Dicke hat. Moment, ich gehe kurz ans Lager. Sehr gut. Was ist denn überhaupt? Ach so, Top Shot, ja, okay, das passt ja. Krasse Birkenstock, die Fecke da hat. Alles fällt runter. So, ich habe jetzt hier, hat das die gleiche Dicke? Ja, es ungefähr passt, also das ist egal. Genau, also, wir müssen jetzt eigentlich so ein, also dadurch, da wir ja nur eine Platine machen, ist das relativ wurscht, also da, ja, müssen wir das jetzt nicht super krass aufbauen, vor allem die Bauteile sind auch riesig, deswegen ist das dann egal. Ich mache vielleicht mal die andere Kamera an. Genau, also die Platine muss jetzt halt da fixiert werden und dazu kleben wir hier die äußeren. Ja, ich hole mal kurz Klebeband. hast du das etwa noch nicht besorgt? Ich habe hier alles da. Wie gesagt, das ist hier nur ganz grob, das muss ja nur für ein Dings haar. Achso, du baust hier quasi so eine Kante. Ja, genau, also dass die Platine halt von allen Seiten umschlossen ist, also das ist so der, also dass sie sozusagen stramm in der Ecke sitzt. Drehe ich mal besser um, sonst gebe ich mir nämlich hier für weitere Löt-Sachen, die irgendwas kaputt. Tja, wie muss du denn überhaupt drauf hier so? Doppelt hält besser. Was hast du jetzt gemacht? Du hast was von der anderen Seite auch noch geklebt, na gut. Ja, wenn du hast, aber muss nicht unbedingt. Ja, natürlich habe ich. Sehr gut. Jetzt muss ich das nur irgendwie vernünftig. Okay. Du siehst, sie ist umschlossen. Oh, mit ein bisschen Druck sogar. Ja, super. So, dann brauchen wir halt den Stencil. Ja, den habe ich natürlich direkt hier liegen. Sehr gut. Und den müssen wir jetzt passend aufkleben, also am besten, also du nimmst dir auch wieder einen Klebebandstreifen. Ja, ich muss erst mal gucken, wie rum. Ich glaube, der gehört so. Ist das mit dem Klebeband ein bisschen schwierig? Ja, pack die mal andersrum, dass die VGA-Kontakte zu dir zeigen. Das ist dann, sollte theoretisch einfacher sein. Okay. Du bist der Man. Das heißt so. Genau, dann legst du noch nicht drauf, also klipst du jetzt den Streifen oben an die Kante von dem Stencil. so. Ja, kein Problem. Sehr gut. Oh, ich habe es festgeklebt. Ja. So, dann, Moment. Ich habe das so ein bisschen hoch. ob die Kamera fragt gerade, die Nasenflöte fragt, ob die Kamera schärfer geht. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn ich nämlich jetzt anfange, die Kamera einzustellen, dann geht die Spiegelreflex kaputt. Frag mich nicht, warum. Das ist magic. Tja. Genau, so, und jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem Video sieht, also jetzt. Warte mal, ich brauche irgendwas zum drunterlegen. Ich muss hier zwischengreifen, dann habe ich hier mein Luftfeuchtemesser. Ich will jetzt kein Klimaanbauen. Vielleicht geht das so besser. Also jetzt, also noch nicht festkleben, sondern du legst es jetzt, ja doch, das sieht man sogar, legst es hier jetzt drauf und richtest, also ohne, also kannst du festzukleben, ich weiß nicht. Wie oben hochhalten, und dann schiebst es so lange hin und her, bis es, also nimmst meinetwegen unten links die Ecke, guckst, dass es passt, dann drückst du hier fest und dann kannst das hier so drehen quasi. Ja, ich hatte das gerade schon mal passend. Genau, dann drehst du es oben auch passend, dann drückst du das insgesamt nach unten und dann streichst du quasi oben den Streifen fest und dann hast du jetzt hier... Oh, ich glaube, das passt schon ganz gut. sieht doch gut aus, glaube ich. So, und dann hast du jetzt hier so eine Klappe, die du hoch und runter klappen kannst. Ja, genau. So, und dann nochmal kurz gucken, ob es ungefähr passt. Also, ja, bei den Riesenbauteilen ist das echt wurscht. Ja, ja. So, und dann, warte mal, ich hatte hier auch eben noch eine Luft. ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, jetzt kommt der, wobei, man kann es ja korrigieren, also von daher ist es nicht so, nicht so wild. Genau, jetzt brauchen wir die, Moment, steht hier irgendwas Wichtiges drauf? Nee, das wurscht. Ich habe hier auch meine Bastelschere, ne? Oh, der ist noch an. Guck mal. So sehen die Widerstände aus, die ich sonst benutze. So. Super scharf. Aha, ich mag die Kamera. Ich glaube, also, mach mal den Trick mit quasi hinterhalten. dass der... die Kamera stellt sich nicht anders. Fokussieren, ja. Ich habe gelernt jetzt, wie das heißt, wenn man so macht und dann auch so, also, wenn man irgendwas so vorstellt in der Beauty-Szene, das heißt, das nennt sich Swatchen. Aha. Hat man mir gestern erklärt. Ich könnte jetzt Beauty-Blogger werden und dann kann ich immer auch was so in die Kamera halten. Warte, hier diese Lötpaste. Warte mal, ich mach mal die große Kamera an. So, hier, das ist, das funktioniert auch super. Ach, also das noch nicht ganz, aber dann hält man das immer so und dann schmiert man sich das so auf den Handrücken, damit man die Pigmentierung und so sehen kann. Das könnte man jetzt mit der Lötpaste natürlich auch machen. Ach, Daniel, wir sollten auch Beauty-Blogging machen. Bracker sagt auf jeden Fall, dass du das falsch machst. Oh, ich darf mir gleich wieder was anhören. Naja. Gibt mir richtig Lack. Aber dann kann man mir, wenn es Lack gibt, dann kann man sich die Pigmentierung schön angucken. Genau. Stell ich das jetzt einfach hier oben ab, ne? Ja, Aber nicht komplett, sondern nur so eine kleine Ecke, also wie so ein, also ganz, so ein ganz Mini-Loch einfach, das reicht schon, dass du es gerade rausdrücken kannst. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen viel jetzt, aber naja, gut. Das Schmieren ist Swatch, sagt sie. Was sie noch geschrieben hat, sage ich jetzt nicht. Ach so. Ja. Okay, also ich habe dummerweise halt an dem Ende aufgeschnitten, wo nichts ist, das heißt, ich brauche sehr viel, bis es oben rauskommt. Naja, vielleicht reicht es ja. Meine Lötpass ist ein bisschen alt, merke ich gerade, aber ich schmier da noch mal ein bisschen, ein bisschen Flussmittel mit rein. Der Blitz ist beim Aufräumen ein Stift gefunden, in dem Flussmittel drin ist. Also extra für so. Und ich habe tatsächlich zwei gefunden, das heißt, ich habe schon einmal gesagt, oh, ich brauche mal so einen Stift mit Flussmittel, habe dann einen bestellt, habe den weggepackt und habe irgendwie Zeitraum X später gedacht, oh, ich brauche mal so einen Stift mit Flussmittel drin, habe noch einen bestellt und habe den auch wieder vergessen. Den habe ich jetzt wiedergefunden. Ja, Flussmittel ist echt beim Löten sehr wichtig. Also ich verstehe Leute nicht, die ohne löten. Ja. So. Das heißt, ich schmier das jetzt einfach mal hier oben in einer Linie drauf, ne? Im Moment. Also ich schmier das hier so hin. Genau, also du, Moment, machst einfach quasi, warte mal, die Kamera ist mir jetzt an, die hier. Machst hier drüber einfach so eine mittelgroße Wurst. Wurst. Ja, ja, gut, das Wurst machen kann ich. Kannst du einmal anders halten, dass ich sehe? Hä? Egal. Was denn? Also du brauchst nicht viel. Ja, das muss nur einmal dann hier so drüber geschmiert werden. Ich mache jetzt einfach so eine kleine Wurst. Ja, und dann sage ich, ob es zu viel oder zu wenig ist. Ja, ja. Da kommt's. Das ist noch zu wenig. Ich glaube es gleich. Ärgert mich jetzt, dass ich das mit dem Swatchen doch nicht richtig verstanden habe. Dachte, ich wäre total klug. Wer hat denn dir das erklärt? Racker. Dann ist das jetzt ganz dünnes Eis. Du hast nicht zugehört. Ich habe zugehört. So, Daniel, was hältst du denn davon? Sag mal was, dass ich dich sehe. Ja, ja, du kannst ja auch vielleicht einfach auf dem zweiten Monitor das Normale aufmachen. Stimmt. Aber warum ist Floh nur noch zu sehen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Hast du gerade ein ScreenShare aus Versehen oder kurz angehabt oder so? Ich hoffe nicht. Okay. Keine weitere Nachfrage. Also, jetzt ein bisschen dunkel, äh hell. Oder bist du der ganze Zeit am senden? Floh. Hallo, hallo, hallo. Ich muss... Irgendwas macht der hier. Warte mal, ich mach... Guck mal, Leertaste einmal. Ah, jetzt ist es auch weg. Ja, komisch. So, Daniel, guck mal. Reicht das? Machen wir noch ein bisschen mehr. Boah, das ist voll anstrengend. Also, besser zu viel als zu wenig. Ja, ja, was du hast, das hast du. Ja, ja. Aber du musst da eigentlich nur so einmal oben anpacken wie so ein... mit so einem Wurst ausbringen. Ja, ich hab dummerweise halt die falsche Seite abgeschnitten. Hä? Später nicht. Ja, dann geht so viel verloren auf dem Weg, weil das Rohr hier ja leer war. Ja, aber du kannst auch oben einfach anfangen und das so runterziehen. Ja, das ist... Aber ich wollte nicht da oben schon rumdrücken. Warum nicht? Ach so. Ich dachte, ich benutze das... Also, wie so eine Linkstube hier. Zahnpasta-Tube. Einfach ausbringen. So, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, ob das mit dem Stample funktioniert. Ich hätte ja gedacht, du hast das vorher mal getestet. Ja, wollte ich, aber habe ich nicht. Ja, ja, cool. Ich bin recht überzeugt von mir und weiß, dass das funktioniert. Ja, das stimmt. Das ist manchmal ein Problem. Manchmal. Und dann hören wir immer wieder von wegen, ich habe mir das alles irgendwie so einfach vorgestellt. Ja. So, Daniel, guck mal. Sehr gut. Ja, ja, geht schon passen. Und dann nehme ich jetzt hier meinen Musikchip, die Fahrkarte. Genau, du nimmst... Äh, warte mal. Ja, genau. Also, ich habe das jetzt ein bisschen anders, weil ich schon eine Lydpa-Sub, die halt gebraucht ist. Ja, die hast du da drauf geschickt. Okay. Genau, ist vom Prinzip ja das Gleiche. Also, du setzt die Karte... Moment, ich zoome noch mal kurz ein bisschen hier. Ja. Ja. Also, du setzt die Karte quasi, ähm... Ja, über der Lydpa-S an. Hältst sie so im, keine Ahnung, 45-Grad-Winkel. Ja, und dann ziehe ich runter. Moment, shit. Ich mache das nochmal wieder. Oh, jetzt ist alles im Arsch. Ich ziehe. Ja, warte mal, warte. Machst du schon? Ja, mach einfach nicht. Okay, jetzt. Ja, ich wollte halt irgendwie... Ach Mann, das wird jetzt hier nichts. Ich habe einfach drüber gezogen. Ich bin so aufgeregt. Daniel, mach jetzt. Ja, ich muss doch hier die... Also, das hat so gar nicht geklappt. Ja, dann hast du auch... Du hättest noch warten müssen. Worauf? Ja, auf mich. Wo ist denn hier die da? Okay. Shit, falsche Richtung. Oha. Oh Mann. Jetzt wird doch fest hier, scheiß Ding. Oh Gott, ey. Also, ich ziehe und ziehe, aber da unten kommt noch nichts. Das heißt, ich muss nochmal ein bisschen mehr Lötpaste, glaube ich, nehmen. Also, du hast einfach nicht genug. Du setzt das hier flach auf und ziehst hier einmal schön... Ja, das habe ich ja schon gemacht. Aber das funktioniert nicht. Drüber, aber bei mir reicht es auch nicht. Ja, okay. Okay, dann nehme ich noch mehr. Ich weiß jetzt ja, wie es... Ich habe ja auch noch ein bisschen hier über. Hat das Stencil denn irgendwie eine gewisse Struktur, dass da so viel davon hängen bleibt? Ja, das ist auf jeden Fall rauer als ein richtiger Stencil. Ich habe auch vielleicht ein bisschen wenig genommen. Ja, bei dir hängt jetzt noch ganz viel an der Karte dran. Musst du die Karte vielleicht noch flacher darüber ziehen? Ja, habe ich auch schon hier gemacht. Ja, das... Also, es war einfach zu wenig... zu wenig... Passte. Also... So, ich probiere es nochmal. Ja, also... Und der letzte Schritt ist quasi mit einem höheren Winkel ziehst du einmal quasi noch so drüber, um den Überschuss abzudingsen. Und dann klappt man es vorsichtig hoch und sieht, dass es nicht schön aussieht, aber ausreichend. Boah, ich glaube, jetzt habe ich es. Also, ähm... Könnte besser, aber für das hier reicht es jetzt. Ähm... Also, so sieht es dann aus. Man hat jetzt... Überall, wo die Löcher waren hier, ähm... Ist jetzt die... Wollte ich es mal hochklappen? Ja, mach mal. Äh, warte mal. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Wirbeltrommel. Ja, ist überall so irgendwie so ein Tropfen drauf. Ja, das ist auch super. Sehr gut. Dann funktioniert das also mit druckbaren Stencils. Also, so kann man sich auch Stencils erstellen, wenn man nicht zufällig einen Lasercutter hat, oder... Okay, das heißt, ich nehme jetzt das Stencil ab, richtig? Äh, nee, kannst du die Platine einfach rausziehen. Also, die... Ah ja, gut. Du brauchst immer die Platine. Ah, okay, ja. Sehr klug. Okay. Genau, so. Und jetzt hat man hier die Platine und, ähm, ja. Das sieht ja richtig gut aus. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da dann überall so schön gleichmäßig so... Also, das ist sogar sehr, sehr krumm und schief tatsächlich. Also, das ist, ähm... Ja, muss ich halt noch mal ein bisschen... So, stell dich scharf. ...ein bisschen ausprobieren. Ähm, achso, ich kann ja zoomen. Stimmt da ja was. Nee? Er stellt sich immer woanders hin scharf. Blödes Ding. Ja, aber gut. Also, so von der... Von der Stencil-Qualität... Also, von der... Von der Lötbasten-Aufbringung ist das, äh, echt ziemlich beschissen. Ähm, also könnte auf jeden Fall besser, was bei mir auf jeden Fall auch an der alten Lötpaste liegt. Hier, Dorsch3000 hat gerade geschrieben. Hätte man den Stencil in Isopropanol kurz baden lassen sollen, um ihn etwas zu glätten? Ähm, nein. Ich glaube, der würde sich dann komplett auflösen. Nee, also man macht den nicht so sauber nach dem Drucken. Aber, nee, also bei mir ist es wirklich die Lötpaste. Also, ich weiß... Nee, du kannst nicht so einfach eine Aufnahme machen. Nein, leider nicht. Ist auch wurscht. Solange da was drauf ist, ist das völlig ausreichend. Also, äh, da bin ich schon... bin ich mit zufrieden. Also, das kann man auch... Ich weiß, aber fokussiert sich nicht deine Facecam von alleine besser? Nein. Nein, okay. Ja, ich meine nur. Ich habe das alles sehr lange und professionell eingestellt. Ähm, aber alles auf festem Fokus. Wir müssen ja noch was für das nächste Streaming-Event haben. Muss ja Luft nach oben bleiben. Ich habe auch den Greenscreen nicht aufgebaut. Ich habe die anderen Softboxen nicht hingestellt. Genau, auf jeden Fall, ähm, haben wir jetzt die Lötpaste aufgebracht. Ähm, die Reste packe ich immer dann irgendwie weg. Und man merkt, die Reste sind eigentlich nach ein paar Monaten spätestens überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Die Lötpaste, oder was? Ja, also, wenn die nicht vernünftig verschlossen ist, dann ist sie halt... Also, in der Verpackung ist das kein Problem, die du da hast. Also, die musst du halt nur zuklippen. Ja, oben wieder zuklippen, ja. Hättest du das vielleicht in eine Tüte packen sollen und die vakuumieren müssen. Ja. Ja, also normalerweise ist es... Habe ich das in der Spritze hier so, ne? Äh, sieht man das überhaupt? Wieso bist du... Achso, ich habe die angeklickt. Deswegen. Ja. Äh, normalerweise hat man das so in der Spritze. Äh, da. Und, äh... Oder auch in der Spritze oder in der Packung und dann ist das... Auch nicht unbegrenzt haltbar. Äh, überschlossen halt. Ja, genau. Also, die haben normalerweise so zwischen 12 und Monate... Äh, 12 und 24 Monate Haltbarkeit, bis sie dann... Äh... Zumindest... Also, ne, danach funktionieren die immer noch. Also, die Lötpaste, die ich jetzt nehme, ähm, also die eingepackte, die würde immer noch super funktionieren für das, was wir da jetzt mitmachen. Aber wenn du so auf 0402 oder 0201 Größe gehst, äh, da ist das dann schon problematischer. Ähm, ja, da kommt es dann auch so ein bisschen auf die Lötpastenqualität an. Genau. So. Jetzt, äh, haben wir unsere Platine. Ähm, den Rest können wir jetzt dann abbauen. Hä? Wollen wir... Ja, okay. Ich lege es einfach erst mal nur zu... Ich lege es erst mal nur zur Seite. Ja, ich lege es auch an der Seite. Völlig demontiert. Ich lege es auch an die Seite. Aber, also, für die... Willst du noch eine zweite bauen, oder? Nee, weiß ich noch nicht. Je nachdem. Ja, aber das Grundprinzip kennst du jetzt, ja. Ja, ja, jetzt bin ich schon... Jetzt kann ich schon immerhin... Ja, nee, kann ich nicht. Ich habe keinen Lito-Drucker. Oder wie der heißt. Wichtig ist, ähm, dass du da nicht draufpackst oder drüberwischst, weil dann darfst du, nee, wirklich noch mal drucken. Äh, drucken, äh, können wir nicht sagen. Denkst du nicht. I got it. Ja, gut. So, jetzt kommt das nächste Problem. Du hast mir Widerstände geschickt. Warte mal, ich muss... Genau. Da steht drauf, was das für welche sind. Ja, das kann man doch gar nicht mehr lesen, Alter. Natürlich. Ich mache mal ein Foto davon. Ach, das war eine falsche Kamera. So. Also, du sagst... Ja, ja, das nützt mir doch nichts, wenn bei dir jetzt steht, was was ist. Ich muss das ja selber hier auseinanderfummeln. Ja, also die Länge, über die Länge könnte ich so sagen. Aber für die Leute, äh, um die Zahl zu verstehen, äh, zu verstehen, da steht ja 1500 drauf. Ähm... Ja, das sind 1500, ja. Nee, das sind 150. Ähm... Ähm... Auf denen, die ich hier gerade fotografiert habe, sind 1500. Ja. Also, die Langen, das sind, äh, die, das müssten die 300er sein. Genau. Also, die, das größte, der größte Streifen ist 300, dann der mittlere 150 und die 5, äh, das ist 82 Ohm. Ich habe jetzt 1500 draufgeschrieben, dann weiß ich das schon mal. Genau. Dann müssten das ja dann der 300er sein. So, und jetzt, äh, genau, wieder das, was, äh... Detro91 hat eine Frage gehabt, leider den Anfang verpasst. Das heißt, ähm, Stencils habt ihr selber gemacht oder kommen die vom PCB-Hersteller? Äh, die sind selber gemacht. Äh, die sind im Resin-Drucker gedruckt. Äh, also so ein Konzerts-Drucker. Ich könnte mal eben noch kurz drüber gehen. Dann kann ich den... Ich kann es mir mal kurz zeigen. ...zeigen. Ich kann das ja hier jetzt ganz wild. Wieso zoomt ihr jetzt nicht zusammen? Bin ich... Ja, bin ich zu sehen. Ähm... Und, äh, TV, äh, ganz nebenbei auch noch gefragt, sind die SMD-Bauteile teurer oder billiger? So im Durchschnitt? Viel, viel billiger. Also wirklich viel, viel billiger. Also, ja, äh, kurz zum Drucker. Das ist hier so ein Resin-Drucker. Da kommt so Kunstharz rein. Äh, äh, ist verhältnismäßig günstig und damit kann man super fein drucken, weil mit so einem, äh, normalen Drucker, also mit so einem FDM-Drucker, wie man kennt, äh, funktioniert das nicht, weil der nicht so aufgelöst, also so gut aufgelöst drucken kann. Und das geht hier mit so einem Resin-Drucker, äh, geht das super. Daniel, kann das sein, dass du mir falsche Widerstände geschickt hast? Nein. Weil ich hab jetzt die, äh, zweimal 3000, zweimal 1500 und dann so... Ich hab dir quasi zwei Kids, äh, geschickt. Jaja. Ja, und was hat... Ich hab jetzt immerhin draufgeschrieben, was ist. Ja, also du müsstest zweimal lange Streifen haben, zweimal mindere und zweimal kleine. Ja, stimmt. Wie, joa, das ist eine komische Aussage. Ja, warte, warte, warte. Ah, okay. Ich hab zwar einmal 1500, einmal 3000 und einmal auf denen steht, äh, 82... 82 R0. Ja, genau. Das sind die 82 Ohm-Widerstände. Musstest du dir tatsächlich ein Bild davon machen und das ranzoomen, damit du das lesen kannst? Ja, Alter, ich kann das sonst nicht lesen. Ja, also das ist schon sehr klar, also... Ja, also das ist ganz fällig. Also sonst hätte ich... Ich wär sonst halt nach hinten gegangen an die, äh, an meine, an meine Fingernagellampe, wenn ich ja Maniküre mach, biete ich ja an. Ähm, aber ich hab die Lötstation hierhin geholt und deswegen ist die Steckdose auch nicht mehr da hinten. Weil ich die Steckerleiste hierhin gelegt hab. Ach so, na. Ähm, was war die zweite Sache noch? Äh, einmal der Drucker und... Ja, wie günstig die Bauteile sind. Ach so, ja, genau. Ähm, ja, die Thruhole-Widerstände, keine Ahnung, da kostet einer... Fünf Cent? Weiß nicht. Ich hab, äh, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Ahnung, weil ich nie sowas... Also ich hab schon immer SMD gemacht. Ähm, aber... So, als Vergleich, die Widerstände, da kostet einer, ähm... Ich glaube, einen halben Cent oder sowas. Ich kann's... Nee, genau, nee, tausend Stück, vier Euro. Also 0,4 Cent oder verrechne ich ihn jetzt wieder komplett? Passt du da? Weiß ich nicht. Ja, ja, vier Euro durch tausend, der sind, äh, ja, 0,4 Cent. Also einer von diesen Widerständen, äh, und tausend ist noch von der Stückzahl eigentlich sehr gering, äh, kostet dann 0,4 Cent. Also die sind sehr, sehr günstig. Ähm, genau. So, nächster Schritt. Wir brauchen, äh, die Stückliste, wo was hin muss. Ja. Muss ich erstmal... Die hast du mir nicht geschickt? Nein, brauchst du ja auch nicht. Ich muss sie ja selbst erstmal haben. Äh, so, wo habe ich mein Projekt? Hier, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hab schon hier die, äh, Pinzette. Äh, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ähm, du schickst mir das per Slack und ich mach es hier auf. Ja, das wäre, glaub ich, schlau. Äh, ich mach dir mal... Können wir das Projekt auch teilen oder ist das noch nicht public? Äh, das ist grundsätzlich public, aber ich kann hier auf diesem Rechner, wo ich das habe, gerade schwierig drauf zugreifen. Äh, ansonsten findet man das auch bei Bitlooney. Äh, ja, also genau. Die Sachen, äh, die stelle ich alle noch online. Also, wie gesagt, das war für, für den, für die Rüte-Tage geplant und da war, wäre es dann auch alles online gewesen. Ähm, wie gesagt, wenn das auf Interesse stößt, äh, und die, ihr, ja, Bock habt, das nachzubauen, dann kann man da sicherlich auch mal... Snowsurfer 11, äh, fragt schon, kann man die Kids irgendwo bekommen? Ja, also das... Bisher nicht. Äh, also, ja genau, bisher nicht. Ähm, das sind, wie gesagt, auch noch die Prototypen-Platinen, wo noch, also die sollten funktionieren, gehe ich stark von aus. Ähm, ja, äh, genau, aber, ja, wenn, wenn da Interesse ist, äh, kann man da sicherlich was, ähm, organisieren, dass man da... Kann man sich denn irgendwo melden, dass, äh, wenn, wenn jetzt jemand Interesse hat, Snowsurfer zum Beispiel, wenn, wenn er das jetzt haben möchte, kann er sich bei dir melden? Ja, ähm, ja, würde ich sagen, bei mir oder irgendwo, also, ja. Haben wir auf der Rüttüter-Seite irgendwie einen Kontaktformulat oder sonst, ja, über Instagram? Ja, auf der Rüttüter-Seite ist bestimmt irgendein Kontakt, da dann einfach, äh, äh, sein, sein Interesse bekunden und dann, ähm, können wir das an die richtige Person dann weiterleiten. Ähm, sonst geht's auch immer, technik-at-klimansland.de, kann man auch hinschreiben. Ähm, äh, Nasenflöte fragt gerade, äh... Wieso haben wir das denn gedreht? Ist das dumm? Nasenflöte fragt gerade im Rocket Chat, ist das Platiendesign kompliziert, was nutzt man da für ein Programm? Äh, das ist mit KeyCut gemacht, äh, vielleicht, ähm, warte mal, krieg ich das doch vielleicht schnell organisiert hier, äh, wie sie sitzen, äh, naja, wir werden eh total überziehen, deswegen ist es inzwischen auch egal. Ähm, in die Eye Skin Converture, ähm, geht sofort weiter. Ähm, äh, ja, wo ist meine Kamera? Backroom... Oh, der Chat, äh, der Stream hängt wieder, Daniel. Ach, shit. Äh, es sieht aber eigentlich nicht alles gut aus. Scheiße. Okay. Ne, also, ne, äh, ja, also ich sehe es auch gerade, das Sink. Ähm, sorry für die Unterbrechung, äh... Jetzt geht's wieder. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Hast du Packet Loss oder so, oder Frame Drops oder so im OBS? Also jetzt gerade, ähm... Aber, also die Auslassung ist jetzt nicht super krass. Also jetzt scheint's wieder... Ne, geht nicht, ne? Oh, doch, alles cool. Ne, weil der Stream gerade... Hallo, hallo, sehe ich mich winken? Ne. Also der, der Ding-Stream hängt, oder? Der Twitch-Stream? Nö, also aktuell läuft er bei mir jetzt wieder. Jetzt geht er wieder, ja. Das war bei dem wirklichen Gestocke eben. Ja, keine Ahnung, warum der... Also ich will logischerweise den Stream nicht anhalten, aber... Keine Ahnung, was da los ist, warum der so hakt. Ich würde sagen, irgendwas stimmt mit deiner Leitung nicht. Ne, der, also der, der, äh, der Streaming-Rechner, der hat Probleme. Also der hatte auch Drop-Frames tatsächlich, also jetzt gerade ein paar. Er schreibt gerade Playdoor, das liegt an Twitch. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt... Daniel, Daniel, aber tatsächlich im Jitsi auch eben so ein bisschen so digitalisiert, zerstückelt, geklippt. Ja. Egal, äh, scheint ja jetzt wieder einigermaßen zu funktionieren. Ähm, ich schalte mal eben hier schnell um, hoffentlich. Da hab ich meinen, äh, ich hoffe, ich teile jetzt nichts, was nicht, äh, zu sehen sein sollte. Äh, zack, klappt nicht. Doch. So eine Gegen-, so eine Zwischenfrage wäre, wie lange bleibt die Lötpaste weich? Ewig. Okay. Ich hätte ja sein können, dass wir gleich jetzt wieder abkratzen müssen. Was passiert, wenn man jetzt aus Versehen darauf patscht? Äh, das sollte man natürlich nicht machen, weil dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ähm, äh, so. So, also, das ist jetzt hier, das, nee, falsche Maus, die da. Äh, das ist, und da muss ich hingucken. Ähm, das ist hier das Projekt, also mehr ist das eigentlich gar nicht. Äh, so sieht, sieht das, also sieht das, der Start aus. Also, man malt quasi, oder man zeichnet den Schaltplan. Und, ähm, ja, hier hat man zum Beispiel die VGA-Buchse. Dann Connector, das ist der ESB32, also der Hauptbaustein. Das sind die beiden Schalter. Ähm, und hier ist dieses Widerstandsnetzwerk, also letztendlich ist der Hauptpart, den wir jetzt SMD löten, ist, ähm, ist dieser Bereich, äh, ne, kann ich nicht markieren. Äh, halt dieser Bereich hier, ähm, die ganzen Widerstände. Das sind alles SMD-Widerstände. Und, ähm, das ist hier quasi erstmal der grundlegende Schaltplan. Und darauf basierend, ähm, ach, muss wieder umschalten wahrscheinlich, ne? Äh, äh, erstellt man dann, ähm, äh, also ordnet man zu jedem Bauteil, ähm, den, äh, also den, äh, den Footprint quasi zu, also wie das Bauteil physikalisch aussieht. Und dann im nächsten Schritt ordnet man die, äh, auf der Platine an, legt die, äh, also hat dann quasi die Aufgabe, alle Leiterbahnen zu erstellen, beziehungsweise das automatisch erstellen zu lassen, geht, äh, glaube ich auch irgendwie. Aber genau, die Leiterbahnen alle zu verlegen und dann, äh, kommt am Ende, ähm, so eine Platine hier raus, die, ja, die man dann herstellen lassen kann. Das ist eigentlich schon alles. Ja. Also, sehr simpel. Und, äh, also, so vom Zeitaufwand, wenn man da zumindest ein bisschen drin ist, ähm, dauert so eine Platine, das hat, glaube ich, tatsächlich sogar einen Abend, einen längeren Abend gedauert. Ähm, deswegen geht das tatsächlich sogar bei so einfachen Sachen sehr schnell. Es kommt immer auch sehr darauf an, wie groß das Ganze ist, also je kleiner eben es ist, also je weniger Platz man hat für die Leiterbahn, desto schwieriger wird das, weil, ja, wenn man dann eben auch Platz, äh, Schwierigkeiten teilweise kriegt. Und dann dauert es ein bisschen länger. Genau. So sieht das Ganze aus. Kleiner Exkurs. Punkt der Herstellung, äh, sagte, oder fragte Nasenflöte nochmal eben, hast du noch eine Oberhausnummer? Die, so, also eine Platine, wenn man eine einzelne bestellt, was man eigentlich nie macht, äh, also die fünf Stück haben, glaube ich, zehn Euro, knapp zehn Euro gekostet. Ähm, kommen aus China, dauert halt ein bisschen, ähm, aber, ja, wenn man das jetzt nicht sofort braucht, ähm, kann man, ähm, ja, Ja, ich würde sagen, ein Euro pro Platine sollte man, glaube ich, mit hinkommen. Also kommen dann so klassisch mit dem Container rüber? Äh, ja, schon per Post, also ich glaube, das hat irgendwie eine Woche gedauert, also schon relativ schnell, ähm, aber, ja. Okidoki. Genau, so, und jetzt kommt der spaßige Teil, wir brauchen auf jeden Fall die Pinzette. Ja, die habe ich, eine, eine, die so abgeflacht ist, ne, äh, die so. Jetzt finde ich meine nicht mehr. Ach, egal, ich kann das auch so. Überbrückungsmusik, schalalalalala. Nee, bin ich drauf? Oh Gott. Ach, hier, da liegt direkt auf den Tisch. Ok, ähm, genau, du, ich habe dir jetzt ja das, äh, den Schaltplan so zugeschickt, und, ähm. Äh, ja, natürlich, ich habe das mitgekriegt, und, ähm. In Slack? Ja, 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 ich hab's. Genau, und da steht ja immer dran, äh, also hier auf der Platine, äh, da passt das. Ja, ja, da sehe ich's, er steht ja auch immer drauf, ähm. R31, R30, R25, ja. Genau, und dann, äh, kann man, kann man halt, äh, vorgehen, wie man will, also man sollte natürlich immer eine, äh, eine, eine Widerstandsgröße gleichzeitig machen, also beispielsweise, ähm, bei den anderen Liste kann ich die auch schnell inschicken. Ja, aber, ne, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen schlecht vorbereitet, aber kennt man ja. So, R31 ist R-Halbe, das müssten dann ja 1500er sein. Ähm, also man könnte mit den R-Halben anfangen, das sind die drei einfachsten, äh, also, äh, also, genau, 31, 22 und 11. Da müssen die 82er hin. Die 82er, okay. Genau, also, da gibt's jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgeht, also, äh. Die krieg ich erstmal die hier rausgepopelt. Achso, ähm. Da geht's schon los. Also, hier oben ist so eine, äh, da ist so eine Folie drauf, also, du gehst hier an der Seite rein und, äh, ziehst dann das quasi ab. Äh, äh. Und, ähm, genau, ich mach das eigentlich immer so, ich, ähm, pack mir, also, normalerweise hat man da ja längere Streifen, ich zieh mir den so weit, also, entweder hab ich die Streifen passend auch abgeschnitten, dass ich die komplett leer brauche, oder ich nehm halt die drei Widerstände in diesem Fall raus. Äh, Ficke, warum hast du jetzt die abgewinkelte genommen und, und... Ich würde theoretisch auch eine abgewinkelte nehmen, aber ich hab gerade keine. Das ist... Achso, okay. Das ist ziemlich wurscht. Äh, genau, so, jetzt haben wir hier die, äh, drei Widerstände, die wir, ähm, die liegen falsch rum, ist eigentlich... Nee, wobei ist nicht egal. Ähm. Aha. So, jetzt hab ich schon mal zumindest... Oh Gott, das ist ja fummelig. Ja, also, man kann sich... Das wäre auch nochmal ein, äh, ein Add-on, was man, also, wenn man das öfters macht, äh, kann man sich aus so einem, aus einem, aus einer kleinen Aqu... Äh, achta, aus einer kleinen Aquariumluftpumpe, ähm, so einen... Kriegt ein Auge, steh mal von den anderen, der kam hier schon raus. So einen Sauger bauen, ähm, wo man die Bauteile mit, äh, hochheben kann und draufsetzen kann. Das geht nochmal deutlich einfacher als mit der Pinzette. Aber mit der Pinzette geht das eigentlich auch super. So, der kommt auf R31, sagst du. Genau, du hast jetzt die drei Widerstände und die musst du... Ja, der fällt mir immer wieder runter, warte mal. Bisschen, bisschen googeln, hätte ich beinahe gesagt. Bisschen suchen, wo, äh, die hin müssen. Also, wir hatten die R11. Ja, genau. Ich mach das immer so, ich leg die drauf. Oh, so. Und, äh, dann drücke ich nochmal einmal mit der Spitze einmal oben drauf, dass, dass der, dass der festsitzt. Okay, muss die erstmal hier rauskriegen. Dann war es R22, ja. Gott, das wird ja richtig viel Arbeit. Kommt gerade noch eine Frage über Twitch rein, warum nur 1080p verfügbar ist beim Stream. Das ist, glaube ich, eine Einstellung in OBS, oder? Nur 1080p? Ja, aber es ist tatsächlich nur 1080p zur Verfügung. Achso, ähm, äh, das, also, die Leute wollen weniger, weil... Ja, aber manche sind halt auf dem Land oder haben nur 4G und dann ist das jetzt nicht so doll, ne? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das einstellen kann. Ich glaube, das kann man in den Stream einstellen. Oh, Gottes Willen. Wann mach ich? Wo war das noch? Gott, wie soll ich den dann drauf... Ich hab echt Angst, den da irgendwie drauf zu fummeln jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel... Also, ich, äh, hab ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wo ich das machen kann. Also, mit... Flo, kannst du vielleicht kurz nebenbei googeln? Ja, ja, ich check das mal eben. Okay. Ähm, genau, so, also, was hat man denn noch? 22, die ist... So, das ist hier, äh, wo hab ich's jetzt? 22. Drauflegen. Festdrücken. Äh, die müssen auch nicht super perfekt drauf liegen, weil die ziehen sich gleich beim Löten, ähm, ziehen die sich alle gerade. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich die unten drunter durchverbunden hab. Was meinst du mit durchverbunden? Ja, dass die Lötpaste bis zum anderen Pad durchgedrückt ist. Das ist gar kein Problem, es ist wurscht. Okay. Also, du pappst sie da einfach drauf, irgendwie, hauptsächlich liegen da grob drauf, und, ähm... Also, R31, der nächste wäre... Also, 11, 22 und 31. R31 hab ich. 11, der liegt hier so quer. Na gut. Wo ist 31? Ach, da oben. Oh Gott. So, was haben wir? 11, 31 und? 21 oder was? 22. Das hat tatsächlich was mit, äh, Twitch-Partner zu sein, genau. MyFroschTV hat's gerade nochmal beschrieben. Das macht wirklich nur eine, wenn genug Zuschauen und gerade genug Server-Kapazität frei ist, oder man Partner ist. Aha. Also, da habe ich keinen, keinen Einfluss drauf, leider. Also, das tut mir leider leid, ja, genau. 22, der... Wo hast du den denn versteckt? Ach, da. Nein! Der ist mir umgedreht. Fuck. Aber der klebt jetzt gut am Tisch. So, ey, ja. 4, dann habe ich jetzt schon mal 3. Oh Gott. Je länger man dabei ist, desto schneller geht's ja. Gut, das heißt, diese kleinen Miniviecher, also die 82er haben wir jetzt. Das sind nur 3. Ja, genau. Aber je mehr belegt ist... Also, beim letzten muss er nur noch auffüllen. Ähm, genau, ich würde jetzt die, äh, was sind das, die, äh, 150, die 150er nehmen. 1500 steht bei mir drauf, da nehme ich die. Ja, die, äh, hinten, das ist die 10er, äh, wie heißt das noch, Potenz? Ja, das wusste ich natürlich. Also, es ist 150 mal 10 hoch 0. Ja, oder? Ja. Okay, dann mache ich das mal auf hier. Genau, da können wir jetzt eigentlich auch wieder zählen, wie viel, äh, wie viel wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Das sind immer die Momente, wo ich denke, ich bin im Löten schneller, aber wahrscheinlich wäre ich das nicht. Bitte, was denn? Achso, äh... Auf Lochraste alles zu löten. Aber ich weiß, ich vergesse immer, wie lange ich an diesem blöden Ding gesessen habe. Also, der Riesenvorteil, genau, das können wir auch nochmal kurz so ein bisschen ausführen, äh, dass das, ähm, also, der Riesenvorteil ist einfach, dass das viel, 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 viel kleiner ist. Und man, ähm... 6, 7, 8... Ähm, als Frage kommt noch kurz rein, von Nasenflöteil, kann man so eine Platine auch schon mit Widerständen drauf bestellen? Äh, ja, aber dann sitzt irgendwer und macht das, was wir jetzt hier gerade machen. Also, die, äh, genau, die kann man fertig, fertig gelötet natürlich bestellen. Da gibt's, äh, Hersteller, die das machen, vor allem. Ähm, falls das die Frage beziehungsweise Antwort darauf ist. Ähm, genau. Aber das kostet dann halt dementsprechend mehr. Wo bleibt denn da der Spaß? Genau. Dann würde, würde es diesen Stream ja gar nicht geben, wenn man das machen würde. Genau, so, jetzt hab ich hier mir wieder 11, ich glaub, ich hab richtig gezählt, ähm, äh, So, sag mir mal eben, was sind das denn? Das sind R, ne? Also, das ist, äh, zwei R sind die, sind die 3000, die 300er, und die 150er sind die, die einfach R heißen. Ja, genau, ja. Okay. Dann ist das, äh, R7. Das sind R7. 7, 8, 9, 10, ja. Ah, ist R7. Gott, wie soll ich das denn jetzt, nein, jetzt sind wir runtergefallen. Wie hab ich das, ich überleg gerade, wie ich das auf dem Kongress gemacht habe. Ah, das war spät abends, und ich war, glaube ich, leicht angetrunken. Ja, klappt das besser. Würde ich mal sagen, hast du dich schlecht vorbereitet. Ja, ich hab tatsächlich kein Bier im Haus. Vielleicht, äh, hast du, ähm, ja, vielleicht waren das ja auch noch größere Bauteile. Man weiß es nicht. So, 7, Daniel, die R7 hängt aber ganz schön schief da. Bei mir auch. Das ist, also, genau, also das so als Tipp, also, es ist natürlich immer besser, die möglichst gerade draufzusetzen, aber, den lasse ich jetzt mal extra so, ähm, können wir später mal gucken, nach dem Löten, wird er sich, äh, perfekt gerade gezogen haben. Also, das ist auch. Du sagst, es ist egal, wenn ich die Pads mit Lötpaste beim Zusammendrücken verbunden habe. Ja, das, äh, löst sich alles wieder. Also, das ist, das heißt, normal ist jetzt übertrieben, aber, das ist egal. Okay. So, R7, dann sagst du R8. Ich bin gespannt, wie viele hinterher durchverbunden sind. sind. Ja, ich auch. Hä, wo ist denn da? Wo ist R8, verdammt? Wo hat er den versteckt? In der Mitte, unten. Ach, da, unter, links unter R18. Richtig? Oder ist das eine 6? Nö. Nee, ist eine 8. Die sind eigentlich alle immer sehr nahe aneinander, weil die logisch zusammengehören. So, R7, R8, R9, R10. Wie viele SMDs habt ihr da jetzt nochmal insgesamt? 30, glaube ich. R30 ist jetzt hier das höchste, also vermutlich. Nee, 31. Links ist R31, okay. Vermutlich 31 SMD-Bauteile, weil das, genau, sind alles Widerstände, die haben alle von R1 bis R31. Genau, von daher sollten das so viele sein. Wo war ich denn jetzt? 28, 29, 30, 28 habe ich gerade. Torben fragt noch, ob Factorio dann nach dem Programm gespielt wird. Ich glaube, Factorio kann man generell jetzt auch schon spielen. Ja. Ob es dann gestreamt wird, weiß ich jetzt nicht. Genau, also der Server läuft schon. Ich habe auch schon gerade eben raufgeguckt, einige haben da scheinbar auch schon was gemacht, also könnt ihr auch jetzt schon drauf rumdaddeln und mal anfangen. Factorio ist ja, sag ich mal, ein Spiel, was nicht innerhalb einer Stunde zu Ende ist, sondern man da gut und gerne ja mal 15, 16 Stunden reinstecken kann, bevor man die Rakete gestartet hat. Ist es also wie Anno? Weiß ich nicht. Ich habe Anno noch nicht gespielt. Wie generell kein Anno, oder was ist jetzt schief gelaufen? Ja, tatsächlich, ja. Also das ist ja auch ein bisschen ein Generationsding. Flam ist ein bisschen jünger, das musst du ja auch einsehen. Ich konnte mit Anno auch noch nie was anfangen, also ich habe es glaube ich auch noch nie gespielt, also noch nicht mal ausprobiert. Okay, also jetzt bin ich schon ja, verstehe ich nicht. Empört. Spielberg. Okay, also Fege, zur Erklärung, Factorio ist so ein bisschen Stream aus und Feuerhund. Factorio ist ein Spiel, ein bisschen so ein Aufbauspiel, ein bisschen wie Minecraft in die Richtung, würde ich sagen, aber viel mehr viel mehr Nerd behaftet, sage ich jetzt mal. Also es geht darum, dass du als Mensch startest in so einer leeren Landschaft und es geht Rohstoffe, Eisenerz, Stein, Uran, Öl, Wasser, also verschiedenste Rohstoffe und Ziel ist es halt, eine Rakete zu bauen, mit der du dann halt irgendwie zum Beispiel Satelliten startest. Okay, Kim Jong Jonas hat das ganz gut beschrieben. Ist wie Minecraft, aber man macht alles mit Redstone. Ja, genau. Also es ist sehr technisch. Ich habe nie Minecraft gespielt. Also du, Factorio, du baust halt so, also ist ja auch schon ein Name drin, du baust so Fabriken sozusagen, also die Rohstoffe baust du nicht alle selber ab, sondern du lässt sie für dich abbauen und du musst sozusagen diese ganze Fabrik nur organisieren und aufbauen, was schon anstrengend genug ist teilweise. Wo du gerade sagst anstrengend genug, stell dir jetzt mal vor, wir säßen hier mit Finn. Ja, das ist so, wie wir jetzt Glasfaser spleißen, was immer. Da muss ich nämlich auch gerade dran denken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ein ADHS-Kind immer so dazwischen sitzen. Äh. Ich glaube, wenn man das einigermaßen kann und seine Gliedmaßen unter Kontrolle hat und nicht so zittert wie ich, dann geht es nicht. Ja, das Hauptproblem ist einfach, wenn du am Ende dann aus Versehen irgendwo was runter haust, weil dann ist es vorbei, dann kannst du halt bei Null anfangen. Das ist so das größte, also die größte Gefahr, dass du, wenn du einmal irgendwo dran haust, und ich glaube, ich habe hier was falsch gesetzt. Nee, doch nicht. Da muss auch noch einer hin. Wenn du einmal irgendwo dran haust und die Lötpass so runter haust, dann ist es natürlich schwierig, da wieder die Lötpass hinzukriegen, weil wenn die Beurteile schon drauf sind, dann kannst du den Stencil natürlich auch nicht mehr drauflegen. Und dann steht man zunächst mal vor einem Problem, aber ja, man kann, bei Kleinigkeiten lötet man das dann einmal mit Lötkolben an. Ja, du und. Wenn es schlimmer ist, dann muss man halt nochmal anfangen. So. Dann bin ich jetzt bei R21. Chris, wie gehst du vor? Gehst du der Reihe nach? Also suchst du dir immer die Zahl der Reihe nach? Nee, tatsächlich. Daniel kann ja gleich nochmal das Bild ranzoomen, was er mir geschickt hat. Dann kann man das, ja, kann man ganz gut immer durchgehen. Du hast immer pro Farbe immer ein Array an Widerständen und da gehe ich jetzt gerade durch. Ach so, also. Und dem obersten ist es 7, 8, 9. Genau. Oben ist es dann für Red, also für Rot ist es zum Beispiel dann 7, 8, 9, 10. Für Green ist es 18, 19, 20, 21. Okay. Hat Daniel so festgelegt? Genau, das habe ich, was heißt festgelegt? Also, dass die, also, man hätte es tatsächlich noch ein bisschen anders machen können, also man kann auch eine Netlist ausdrucken, aber das wäre jetzt zu kompliziert gewesen und bei der Anzahl ist es jetzt überschaubar, dass man das auch noch so eben hingesetzt kriegt. 27. 20, was? Machst du erst die 300, oder was? Was? ich bin da fertig. Weil 27 ist doch 2R. Ja. Ach so, du hast die anderen schon fertig. Ja. Das ist ja. Arsch. 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 So, wo fehlt noch einer? Da, 26. Tada. Flemm, hatte ich den Kurs mit dir gemacht, oder er war dabei? Ja, wir wollten den eigentlich zusammen machen. Aber es war nur noch ein Platz, ne? Es war nur noch ein Platz und dann war ich so selbstlos und habe ihn die überlassen. Aber hast du nicht dein Leben gesetzt? Ja, ja, ich kam irgendwann mal an und dann fragte ich nach, wie läuft's? Und dann sagtest du, das ist wie Vogelfutter sortieren. Ich habe das gar nicht mehr so schwer in Erinnerung. vielleicht war das 12.06, das ist ja nochmal ein... Ich habe dir doch die Platine gezeigt. Wobei stimmt, da war auch Dings noch kleiner. 06.03, ne? Vielleicht war es wirklich am Alkohol. Ich glaube auch. Ähm, ich will ein Stück Platine haben. Ach, Platine. Übrigens, wo wir jetzt bei Hammelf vorher nicht geprobt sind. Ich habe tatsächlich auch noch nicht geprobt, ob das, also wie stark die Herdplatte an muss und so weiter und so fort. Aber Kleinigkeiten. Einmal mit den Profis arbeiten. So, 28, 29, 30. Dann bleiben hier, also bleiben vier Stück über. Bei dem, 150er. Äh, genau, also sind, glaube ich, also bei dem, bei den 82ern bleiben zwei über. Genau, bei den 105, also bei den mittleren, bleiben vier über. Ja, gut, dann mache ich jetzt noch, muss ich jetzt noch die 300er. Genau, und bei den 300ern bleiben drei über, also 17 Stück müssen noch gesetzt werden. und rein theoretisch müsstest du, wenn du bei den anderen keine Fehler gemacht hast, müsstest du bei, also müsstest du jetzt alle freien Stellen besetzen können, aber, ja, am besten trotzdem kontrollieren. Was bleibt denn, was nochmal, ich habe gerade gelesen. Der Rest sind ja, das sind ja alles die freien Plätze, also sprich, alles, was jetzt noch frei ist, müssten 17 Stück sein und da müssten die, äh, drei Monate, ähm, müssten da hin. Ja. Geh ab, Mann. Ja, die Pinzette ist blöd dafür, ich nehme die nächste. Wusstet ihr übrigens, dass ich erst 30 Jahre alt werden musste, um rauszufinden, dass es Pinzette heißt und nicht Ping? Wirklich? Ja. Was hattest du noch vor ein paar Tagen erzählt, das war auch irgendwas, äh, ich musste erst so und so viele Jahre alt werden, um, was war das noch? Ich habe das öfters, dass ich, ich habe auch, aber das ist, das ist schon sehr, sehr lange her, erst in der Mittelstufe, Unterstufe, Mittelstufe, irgendwo da, habe ich erst gelernt, dass es Habicht heißt und nicht Haarwicht. Ich finde das schön, dass ihr mich trotzdem so in die Gruppe integriert habt. Irgendwer muss sich auch um dich kümmern. Ja. Du Hoden, ich habe dich ins Klimasland geholt. Wen hast du da nicht reingeholt? Genau. Flemm, der kam über Jimmy. Oh. Ich habe übrigens, ähm, ganz am Anfang waren ja Viertel, Jimmy und dieser Hendrik dabei. Und Hendrik ist ja irgendwann nicht mehr aufgetaucht und den habe ich letztes Jahr auf dem Rockstar-Konzert wieder getroffen. Da saß er auf einmal da und hat mich auch gegrüßt. Ich habe erst überhaupt, das hat mir so leid, ich habe erst nicht gecheckt, wer das ist. Nochmal, ich habe gerade nicht zugehört. Hendrik. Ach so, ja. Das ist der, der am Anfang mal die Switcher mitgebracht hatte. Ja. Und den habe ich nicht, also der kam ja irgendwann leider nicht mehr. Ja, stimmt. Weiß auch nicht, warum. Eigentlich sehr schade, weil ich den eigentlich mochte. Oder ich mag ihn immer noch, aber wir haben halt gar keinen Kontakt mehr. Und den habe ich zufälligerweise auf dem Rockstar-Konzert wieder getroffen. Ach, witzig. Und der hat mich halt gegrüßt. Das heißt, Konzert, das war halt hier Rockstars Comedy-Nacht. Oder Comedy-Tour. Und wir saßen zufällig in der gleichen Reihe. Oder einen hintereinander, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich an ihm vorbei und er hat halt gegrüßt. Und ich habe erst überlegen müssen, wer das ist. Ja. Du hast ihn dann aber nicht stehen lassen und bist einfach weitergegangen. Ich habe ihm einfach ungefragt mit dem Edding Autogramm auf die Stirn geschrieben und bin gegangen. Wie ich das halt immer mache. Genau, natürlich. Bezüglich mit dem unterschiedlichen Auflösungsgedöns, ich streame vor allen Dingen mit 6 MBit wahrscheinlich. Ja, ich glaube, 3.500 an. Nee. Also ich pumpe hier 6 MBit raus. Mega-Bit raus. Das, was du da reindrückst. Du kannst auch theoretisch auf 10 MBit oder 50 MBit hochstellen, aber letztendlich. Ja, aber dann wird es ja doch noch encodiert, also neu encoded. Ja, von Trash sowieso. Ja, aber dann wäre es ja eigentlich unproblematisch, dass die da auch noch andere Auflösungen raus. Ja, dann müssten die das ja mehrfach encoden. Ja, wird schon irgendeinen Grund haben. Naja, können wir leider nicht mehr erinnern. Wir sehen uns halt fürs nächste Mal. Wir machen das jetzt einfach regelmäßig. Ich mach doch nicht regelmäßig diesen Kram hier. Wir können es auch besser. Damit wir mit dem Rüthüter-Channel noch Twitch-Partner werden. Ich glaube, das wirst du automatisch, wenn du halt eine bestimmte Anzahl an Leuten... Nein, nein, nein. Es ist komplett kompliziert. Ja, ja. Ich bin auch mit meinem eigenen Channel in irgendeinem Zustand, wo er mir sagt, hey, du bist jetzt Affiliate und ich bin es eben nicht, aber ich kann auch nichts mehr einstellen, weil ich alle Daten mal eingetragen habe. Und eigentlich müsste ich da mal einen Support schreiben. Aber da wir... Da ich so selten streame... Reggie, du kannst auch das Bauteil einfach erst nur drauf fallen lassen und dann schiebst du es an die Position, wo es hin muss und dann drückst du einmal von oben drauf. Ich glaube, ich habe gleich ganz viele Grabsteine hier drauf. Das habe ich schon gelernt. Grabsteine heißt das, wenn die sich... wenn nachher die Lötpaste flüssig wird und sich dann die Bauteile hinstellen. Dreh dich. Dreh dich. Alter, der dreht sich... Das ist wie ein Marmeladenbrot, das Ding. Da schreibt gerade jemand, ich habe mal was gefrickelt und dann restream ich euch jetzt 480p. Dann nimmt uns jetzt die ganzen Benutzer... die ganzen Leute weg hier. Ja, jetzt so ding, 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 ding. Keiner guckt mehr zu. Und zack sind wir auch 150 Viewer gerade. Das wäre lustig. Auf seinem Stream sind dann 150 Viewer wahrscheinlich. So, bist du durch, ne? Achso, nein. Brauche immer für alle Sachen sehr lange, außer für die Sache, für die man sehr lange brauchen soll. Da nicht. Jimmy hat sich übrigens auch schon bei mir gemeldet und er kann das mit seinem Netz nicht gucken. Ja, ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Das war mir nicht bewusst. Ich habe auch gestern oder die letzten Tage immer mal nach neuen Mobilfunktarifen geguckt. Ich hatte alles vergessen. Das ist so schwachsinnig, was hier in Good Old Germany der Kram kostet. Ja, bei denen würde jetzt aber auch vier überbleiben. Dann fehlt irgendwo noch einer. Eins, zwei, drei, vier. Achso. Ja, du hast recht. Also, aber Platine. Ja, ja. Kippe ich die jetzt noch aus? Tut mir echt leid, dass die Leute jetzt so warten müssen. Du, es warten jetzt 52 Leute darauf, dass du dein Vogelfutter da richtig zusammengefummelt hast. Ich will keinen Druck ausüben, ne? Aber du machst das schon gut. Ja. Ich habe eher Schiss, dass ich gleich die Bude hier anzunehe. Ach, Quatsch. Du machst doch nur eine Kochplatte an. Ist doch außerdem nur ein Mietobjekt. Kannst du bitte aufhören, den Leuten irgendwelche Infos zu geben, wo ich wohne? Was, Ficke? Du wohnst zur Miete? Ja. Hier im Großraum Hamburg. Großraum vor allen Dingen, ja. Ja. Die Leute denken schon, dass der Stream eingefroren ist, weil Ficke sich nicht bewegt. Das wäre geil, wenn ich mich so wenig, wenn ich so wenig wackeln würde. Hat er ja geschrieben. Ich habe neulich auch mal irgendwo was gelesen, dass jemand meinte, er muss sich bei den täglichen Stand-Ups im Homeoffice jetzt auch einfach auch nicht mehr bewegen. Kann man so tun, als wenn der Stream eingefroren ist und es wäre ärgerlich, wenn dann die Katze im Hintergrund durchläuft oder sowas. So, ich glaube, ich habe alle drauf, weil jetzt von den letzten sind noch drei über. Sehr gut. Dann haben wir es. Kommen wir zum Löten. Oder vergesse ich noch irgendwas? Nö, den Rest machen wir später. Also zum SMD-Löten. Zu dem, wo alle drauf war hatten. Wie, wie, ja, erzähl mal. Was? Ich wollte schon dumme Fragen stellen, aber das ist... Hole ich jetzt schon die Herdplatte? Richtig, jetzt kommt es zum zweiten Rezept kochen mit... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache, weil die Platte steht... Hattet ihr alle die Platte schon mal am Strom dran? Um sicherzustellen, dass die Sicherung gleich nicht irgendwie fliegt, warum auch immer. Genau, das wäre nicht jetzt meine Ankündigung gewesen, weil das ich natürlich... Also die Platte... Also ne, die Platte habe ich schon auf das benutzt. Also das ist kein Problem. Also mein Problem ist, ich weiß nicht, wird die Platte, die wird wahrscheinlich auch hier warm, oder? Also hier natürlich, aber auch hier. Wo packst du denn jetzt? Ja, das Metallding wird logischerweise warm, ja. Wie warm? Mittelwarm. Kann man das noch anfassen? Ich denke nicht. Ich würde es nicht versuchen. Da sind überall Kühlungsdinger so an der Seite. Siehst du das nicht? Also so auslassen. Okay, es steht jetzt auf einem IKEA-Expedit ungefähr ja so 35 bis 40 Zentimeter unter einer Dachschrägen. Ist das klug? Die Dachschräge ist aus Holz. Die Dachschräge sind jetzt eher unkritisch. Ich hätte aber ein Stück Fliese da drunter gelegt. Ja, ich habe tatsächlich auch ein Stück Holz da drunter gelegt. Denk doch mal mit. Ja, warte, 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 sowas habe ich. Ich habe hier doch immer mein Bohrbrett. Haben wir zufällig sogar das gleiche Stück Holz? Vermutlich nicht. Meins kann ich teilen. Ja, das könnte ich theoretisch auch. Das ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch jetzt drei oder vier Jahre alt. Irgendwann kann ich das draußen hinhängen für Bienen. Genau, ein Insektenhotel ist das. Ja. So, ich stecke jetzt mal schon mal die Platte rein. Also falls der Stream gleich hängt, wisst ihr warum? Ich mache das jetzt auch. Ich mache jetzt an. Lötstation geht auch mit an, ist okay. und jetzt mache ich hier mal auf eins. Steckt schon mal drin, ich mache jetzt an und dann achso, ich sollte mich am besten nicht bewegen, das wäre schlau gewesen. Naja. Die wird gar nicht warm. Das ist keine Induktionsplatte. Nein. Genau, also das ist für mich jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen Rumproberei, weil ich sonst mit meiner Dampfhasen-Lötmaschine löte. Selbstgebaut natürlich, aber das wäre für... Auf was muss ich die denn stellen? Wir haben glaube ich ja die gleiche Platte. Also auf eins ist sie gerade schon wieder ausgegangen, ich habe sie jetzt auf zwei gestellt, damit sie weiterheizt. Also im Prinzip kannst du die erstmal so doll einstellen, wie, ja, dass du einfach erstmal aufheizst. Wir müssen gleich mit unserem Inhoro-Termometer... Oh ja, sie wird schon warm. Oh, das Thermometer. Und wenn du unterwegs bist, brauchst du auch Alufolie. Alter, wir haben glaube ich keine. Ja, dann nicht. Aber... Welche brauchst du? Nein, hast du nicht. Genauso wenig wie, du brauchst Klebeband. Ich gehe mal suchen. Wir beobachten deine Platte, keine Angst. Und dann? Jubelt ihr oder was? Nö, auf die Feuerwehr. Achso. Ne, ich mache mal hier. Ja, genau, so ist das. Gibt es sonst noch irgendwelche sinnvollen Sachen, die man zum SMD-Löten sagen kann? Ich weiß es nicht. Sonst noch Fragen? Chat, was geht? Also der Riesenvorteil ist einfach, dass es klein ist. Und auch meiner Meinung nach viel, viel schneller geht, da irgendwie was zusammenzulöten. Und ich habe tatsächlich noch nie wirklich, weil mich das immer genervt hat, so diese True-Hole-Bauteile genutzt. Weil das, gerade wenn man Platinen selber herstellt, was ich früher auch gemacht habe, da ist es dann nervig, dass man die ganzen Löcher auch noch bohren muss. Und das spart man sich, wenn man SMD nimmt. Also es könnte sein, dass ich jetzt das Multimeter kurz auseinanderschrauben muss. Oh, meine Platte. Weil da die neue Goldblatt-Batterie drin ist, die ich jetzt bräuchte. Wieso qualmt denn die Platte? Brennt sich ein. Ach nee, die hast du schon ein paar Mal benutzt. Ja. Wird schon passen. Ja. Ich habe keinen passenden Schraubendreher. Wofür? Achso. Da hat noch was hier. Sag mein Wort übers Einlöten. wenn man was tauschen muss. Ähm. Was? Was steht das? Ähm. Rocket Chat. Äh. Den sehe ich gerade nicht. Was? Nochmal. Ähm. Nasenflöte schrieb, sag mal ein Wort übers Einlöten, wenn man etwas tauschen muss. Entlöten. Entschuldige bitte. Ja, ich habe schon... Ich habe meine Brille nicht auf. Dann ergibt das nicht auch mehr Sinn. Ähm. Ja. Ähm. Das kommt auf die Bauteile drauf an, was man auslöten muss. Meine Platte kleimt auch. Soll die das? Dann gehört das anscheinend zu der Platte dazu. Weil meine macht das auch. Dreh mal ein bisschen runter. Ich dachte, du hast deine Platte schon mal benutzt. Ja. Deswegen wundert mich das auch so ein bisschen tatsächlich. Oh Gott. Ich habe echt Schiss. Ähm. Wir müssen... Ich habe dir ja noch so ein Stück Draht geschickt. Äh. Äh. Ich schalte mal irgendwie auf die andere. Ähm. Den musst du dir jetzt so ein bisschen biegen, dass du so einen kleinen... Ähm. Warte mal. Ich muss mich erst mal hier mit der Batterie beschäftigen. Okay. Ja. Ich zeige es mal den anderen schon. Dass du jetzt aus deinem Multimeter die 9-Volt-Block-Batterie rausgehst? Ja. Okay. So. Ref. Was Ref? Ref? Also er sagt, die Platte ist 330 Grad heiß. Ja. Das kann gut sein. Meine ist auch ähnlich warm. 360 schon. Wieso heiß? Vor allem steht nur auf 1. Wie viel soll ich dich denn jetzt haben? Ähm. Wir müssen... Also die Lötpaste äh... wird flüssig bei... Warte, ich habe meine Platine nicht. Sag endlich die Zahl. Äh. 230. Also die Platine muss 230 Grad erreichen. Und möglichst nicht viel höher, weil viel höher ist halt blöd. Weil die dadurch... Wie soll ich denn runtergehen auf 1 oder was? Jetzt müsst ihr erst mal eine halbe Stunde warten, bis die Platte wieder abgekühlt ist. Also theoretisch wollte ich mir jetzt so ein Zelt mit Alufolie bauen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich, ähm... Ja. Also... Ich glaube, wir lassen das einfach... Ähm... 348 Grad, Alter. Ja. Ähm, bau mal hier so ein... so ein Pinotel hier, wie ich das gemacht habe. Äh... Du hast mir das Stück geschickt. Schneide ich das auseinander, oder was? Ja, wie ist einmal ein bisschen... Das ist... Ja, die hat dir einfach so einen groben Stahl zugeschmissen. Ja. Was? Hä? Okay, ich biege mir das jetzt auch so. Halt, dass das... dass die Platine nicht direkt auf der Platte liegt. Aber, hey, das ist doch vom Prinzip her genau das gleiche, wie ich dir geschickt habe, oder nicht? Ja, aber er hat halt noch ein Riesenblech an der Seite dran. Achso, nee, das ist ein Stück... Gaffer. Gaffer. Achso, okay. Damit die... Also da waren auch so Spitzen, und damit die da nicht irgendwo rein... Ich brauche mal kurz irgendwie eine Zange. Äh... Wie sind wir eigentlich im Zeitplan? Wahrscheinlich schon komplett... Hab ja noch eine halbe Stunde Zeit. Echt? Achso, ja, dann... 19.20. Alles gut. Also gefühlt sind wir schon ewig dabei. Aber anscheinend ja doch nicht. Naja, der Plan ist auch erst, dass wir um 20.30 Uhr mit Fusion 360 anfangen. Also wenn ihr da ein bisschen überzieht, ist das kein Problem. Achso, ja. Jonas schrieb mir auch gerade noch, ob es noch passt, ob er schnell mehr einkaufen gehen kann. Ich sage, ich habe auch keine Stress, die Jungs brauchen. Ich gucke dir etwa nicht zu. Also wirklich. So, ich hoffe, dass man das später gleich sieht. Also ich lasse das mit der Alufolie doch. Weil dann... Sieht man das vielleicht, wie das... Okay, ich habe das jetzt so leicht gebogen. Ja, einfach, wie gesagt, ich kann es nochmal zeigen hier, dass das... Also dass die Platine gleich da drauf liegt und nicht direkt auf der heißen Platte. Ja, die liegt dann so... Also ganz minimal. Ganz minimal. Also kannst du ja mal bei mir jetzt hier gucken. Das ist halt... Das ist fast schon zu viel. Also, ja, irgendwie so, dass sie nicht direkt auf der 300 Grad heißen Platte liegt und da die Hitze komplett kriegt. Ja, okay. Ich bin nämlich ein Dödel. Ich brauche die andere Zange. Und jetzt vorwichtig da drauf mit dir. Warte, warte aber erst mal. Du hast das bei dir auch schon drauf gelegt. Ach so, ich dachte, du hast die Dings in der Hand, die Platine. Okay, nee, dann... Ja, ja, dann lege ich mal drauf, ja. Ich habe eine Herdplatte im Arbeitszimmer stehen. Gott, oh Gott. Ja, steht gerade nochmal erst da, aber lasst euch Zeit. Guckt auch im Stream zu. So, ich habe das jetzt auf der Herdplatte liegen. Genau, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich messe nochmal. Genau, ich messe hier auch. Also, ich habe hier so 370 Grad. Das sollte... Ich habe 266. Ich kann da ein bisschen hochgehen. Ja, also, ich sage mal so, also, ich habe keine Ahnung. Ich würde so 370, sollte es ungefähr mindestens sein. Eben hast du noch irgendwas von 200 nochmals gesagt. Ja, die Platine muss so warm werden, aber du musst ja ein bisschen mehr Temperatur haben, damit die Platine das erreichen kann. Ich warte noch. Ach, Flo, irgendwas machst du immer komisch. Du bist jetzt auch schon wieder die ganze Zeit, glaube ich. Also, ich sehe das nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Hört man dann rauschen oder so? Weiß ich nicht. Nee, eben nicht. Oh, Smartphone wird warm. Gut zu wissen. Da sollte ich das vielleicht von über der Wehrherplatte wegnehmen. Bitte, was, Fegel? Ja, die Platte pendelt sich so bei 260 gerade wieder ein. Ja, man muss ein bisschen heißer machen. Auf 3. Die macht echt komische Geräusche, die knackt. Ja, macht meine auch. Das ist normal, sind die Spannungen. Das gehört zum Modell dazu. Wenn du dein Auto abstellst und ausmachst und gerade richtig geballert bist, dann knackelt der ja auch so, der Topf. Juh, das tut mein Auto jetzt auch wieder, seitdem der neue Topf da drunter ist und der Mittelschalldämpfer kein Loch hat. Seitdem, wenn ich das Auto hinstelle, macht er auch knack, 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 knack. Das hat der alte nicht mehr. So, 200. Nasenflöte würde gerne wissen, wie heiß dein Smartphone jetzt ist. Also, dass du das Thermometer da mal ran hältst. 54 Grad, krass. Könnte ein bisschen zu warm sein. Also, wobei, das könnte vielleicht auch die Reflexion von der Platte jetzt sein. Die Rückseite ein bisschen. Oh, ich habe jetzt 300 Grad. Wollen wir es nicht? Kann man das nicht jetzt einfach drauflegen und dann gucken, was passiert? Ja, genau. Das ist jetzt auch der Plan. Also, wollen wir das gleichzeitig machen oder soll ich erst? Und dann, ich mache glaube ich lieber erst, bevor das dann nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann kannst du das noch korrigieren. Also, jetzt zeige ich mir auch noch andere Werte an. Also, ich habe jetzt so... Je nachdem, wie dich du das da ran hältst, es ändert sich ja die Fläche, die du scannst. Ach nee, was will ich denn jetzt? 300? Ach nee, habe ich gerade 370 gesagt? Nein. 270 bis 300 würde ich so zu... Das ist eine andere Nummer. Du hast 370 gesagt, damit die Platine 270 ungefähr hat. Okay, dann habe ich... Ja, ich merke es gerade selber, dass ich mich vertan habe dann. Also, ich habe jetzt 280. Ja, irgendwie sowas passt schon. Also, merken wir ja. Man kann... Also, das ist auch noch so eine Sache, hier sind nur Widerstände drauf. Die kann man stundenlang braten. Das ist wurscht. Okay, dann packe ich die jetzt vorsichtig drauf oder was? Wollen wir gleichzeitig oder soll ich erst? Ich mache erst und dann kann man das uns angucken. So, ich lege die jetzt hier drauf und ich glaube, das ist viel zu kalt. Kannst du da vielleicht noch dichter ranzoomen mit deiner Handy-Kamera? Ja, das kommt jetzt. Damit man besser sehen kann, wie das verbaut. Ja, kommt. Vielleicht sollte ich das doch auch... Soll ich jetzt noch warten oder kann ich auch drauf tun? Du kannst, aber warte, glaube ich, ruhig. Also, ich mache, wie du meinst. Ich packe das jetzt da drauf. Ich meine, das bringt ja nichts. Ja, man sieht, dass die Platine jetzt so langsam wärmer wird und irgendwann... Ah, das ist nicht ganz geil hier. Das ist irgendwie in diesem Digital-Zoom drin. Ja, ich will halt das Handy nicht zu nah an die Herdplatte packen. So, man sieht, dass die schon am Kochen sind. Interessant. Nee, das ist, glaube ich, fake. Boah, nee, das stimmt eigentlich. Musst du eigentlich... Deine kochen doch schon. Das ist alles so ineinander verflossen. Also, komplett irgendwie. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen viel Lötpaste gewesen sein. Also, bei mir fließt noch nichts. Und das ist jetzt... Ist jetzt schon... Fertig eigentlich. Also, da macht man nichts mehr mit. Ja, genau, die... Ab welcher Temperatur löst sich denn diese Beschichtung von der Platine auf? Mehr, beziehungsweise längere Temperatur. Tja, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange, tatsächlich. Kritzel fragt noch, ob es Empfehlungen gibt, wo man die Bauteile am besten kauft. Ich würde jetzt sagen, hier beim Ali... Nee, Farnel oder Mauser oder sowas. Oh, jetzt sieht man es, wie die Lötpaste oben, da wird sie schon flüssig. Ja. Und, genau, und... Jetzt gleich ziehen die sich gerade, ne? Genau. Wenn ich schnell eine gleichzeitig... Also, der R7, der müsste sich jetzt gleich sofort gerade ziehen. Der R10 hat sich gerade gerade gezogen. Danke, mach doch dein Bild statisch. Achso, ja, ich kann das gerade nicht. Ich muss nicht... Ihr dürft einfach nicht reden, dann... Achso, warte mal, ich kann mal auf mich draufklicken, so. So, und das, wie man sieht, ist viel zu viel Lötpaste gewesen. Ja, das sollte, glaube ich, passen. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, das runterzuheben, ohne was zu versauen. Bei mir glubbert noch gar nichts. Kannst mal messen, wie warm die Platine ist. Ja, 170, sagt er. Ja, dann... Also, du musst halt... Also, bei 230 geht's halt los. Geht doch ganz langsam wärmen. Ich dreh mal den Ofen an hier. Sorry, ich muss mal eben mein Handy retten. Oh, ach, heiß. Direkt alles von der Platine geflogen. Es ist so unbefriedigend bei mir. Dreh die mal einfach wärmer, weil meine... Also, ich hab die ja halt auf drei oder was auch immer gedreht. Ich hab die jetzt auf vier stehen schon. Ja. Also, ist vielleicht der Abstand zu groß? Ja, ist vielleicht ein bisschen größer als bei dir. Sonst mach das mal ohne. Mach die nochmal... Nee, warte, ich kann ja noch auf fünf gleich drehen. Wenn alles nicht hilft, geh ich auf fünf. Ja, zu viel ist halt auch kacke, weil dann... Bin ich bei 217? Ja, okay, er kommt. Platinentemperatur oder was? Ach so, wir können... Ja, aber die schwankt halt extrem. Also, ich weiß nicht, ob das Messgerät vielleicht einfach so im Sack ist. Ich warte einfach. Ich bin ungeduldig bei sowas. Merkt man gar nicht. Da kann ich die Kamera vielleicht mit darüber nehmen. Vielleicht ein wenig dunkel. Messen, messen, messen. Ja, doch. Ich glaube, die haben sich verflüssigt. Sind die Stellen jetzt so glänzend? Ja. Ja, wenn alle glänzend sind, dann kannst du die jetzt vorsichtig runterheben. Also, auf jeden Fall die Platte schon mal ausstellen. Und jetzt vorsichtig runterheben. Wo packe ich die hin? Die ist doch jetzt heiß. Die ist sofort kalt. Du hast gerade das runtergenommen und hast dann noch gesagt... Relativ schnell runternehmen. Warum? Ja, weil die verbrennt. Und vorsichtig. Nicht wackeln, weil sonst das Lötzen ist ja heiß. So, jetzt hältst du sie ein bisschen in der Hand. Und die ist kühlt jetzt... Also, nicht in der Hand, sondern nicht irgendwo draufstellen oder auf irgendwas, was halt Feuerfest ist. Das sagst du mir jetzt, du Arsch. Ja, also jetzt ist es so kalt, dass du dich nur mal auf den Tisch legen kannst. Sonst wartet es noch 30 Sekunden und pustest ein bisschen drauf. Entschuldigung, wenn euch jetzt gerade schlecht wird. Ich habe eine Hand nur. Ist ja nur das kleine Bild. Ja, das stimmt. Man sieht nichts. Naja. Ja, ich kann mal... Da rutschen alle Widerstände runter. Nee, ich glaube, dafür, das passiert schon nicht mehr. Aber die haben sich fast alle gerade gezogen. Krass. Das ist schade. Ist denn jetzt alles glänzend bei dir? Ja, so matt. Bisschen matt glänzend. Nicht, dass sie noch nicht warm genug waren. Ich kann mal eben hier bei mir dann so ein bisschen zeigen, wie das... Also man sieht auf jeden Fall, dass das zu viel Lötpaste war. Also das... Ja, genau so habe ich das auch. Ja, also man sieht jetzt hier zum Beispiel an dem Widerstand, dass da so ein bisschen, also eine Lötperle nebendran ist. Die ist aber, also da ist kein Durchgang unten drunter. Aber jetzt muss ich gucken, wo ich bin, ja. Also diese Lötperle da, und die kann ich jetzt hier auch zum Beispiel wegknipsen. Und, ja, die stört einfach nicht. Ja, das war... Ich weiß nicht, wenn du mir irgendwelche Diamanten zeigst, oder so. Das war, wie gesagt, der erste Test mit diesen Stencils. Und das ist eigentlich normal, dass man... Was, nee, normal nicht. Aber das ist, ja, nicht ungewöhnlich, dass so ein Stencil auch mal noch nicht perfekt ist und man dann noch nacharbeiten muss. Also man würde jetzt beispielsweise die Öffnung ein bisschen kleiner machen. Was auch noch fehlt, ist einmal mit ISO waschen, muss man nicht. Aber dieses Ganze, also die Flussmittelreste, das ist alles so ein Anzeichen, dass das vielleicht noch ein bisschen hätte länger... Ist das wie so Schlacke beim Elektroden schweißen, dass man die abschlagen muss? Nö. Also das ist mit Isoprobanol, kann ich mal mit dem Ton. Kann man das ganz einfach abwaschen, abputzen. Ach, steht schon hier. Das wird nicht eigentlich die ganze Zeit angezeigt. Ach so. Oh. Ach, haben wir das jetzt die ganze Zeit gar nicht gesehen oder? Oh Gott. Ja. Oh, upsie. Stimmt. Hat der Nasenflöter auch geschrieben, aber ich habe die ganze Zeit auf meinen Monitor geguckt und nicht auf den Stream. Sorry. Okay. Sorry, Leute. Das sind Profis. Ja, genau. Aber es gibt ja noch genug andere Beispiele, wo das genauso ist. Zum Beispiel hier R10, R11. Da sieht man jetzt an der Seite von R11 zum Beispiel so ein bisschen Reste von Lot, aber das ist alles locker hier. Das ist unproblematisch. Also solange das nicht komplett viel zu viel ist. Und genau, das andere nochmal, die Flussmittelreste, was man jetzt hier auch halt sieht, ist das honigfarbene. Das kann man mit Isopropanol ganz einfach abwischen. Ich streichle gerade mit dem Finger über die Widerstände, da fällt keiner mehr ab. Das wäre schlimm, wenn das passieren würde. Also wichtig ist einmal, dass das Löt sind. Ja, du kennst meine Augen. Ich finde ich jetzt nicht so gut. Also ich habe jetzt hier Isopropanol. Würdest du denn jetzt sagen, dass es trotzdem möglich ist, mit deinem Drucker so ein Stencil zu drucken? Oder war das jetzt trotz allem zu dick? Könntest du noch? Nee, das geht... Ja, ja. Also das ist einfach nur, das ist ganz normal, dass du... Also sonst mache ich die ja mit dem Lasercutter. Und da habe ich, bis ich... Also bis ich einen Stencil habe, der funktioniert. Zum Beispiel der R11, der ist jetzt halt auch einigermaßen sauber. Also die Flussmittelreste. Bis ich einen Stencil habe, der funktioniert, dauert das, keine Ahnung, zehn Versuche. Weil das... Also die Technik erstmal dafür nicht so richtig ausgelegt ist. Und die... Wenn man einen Stencil mitbestellt beim Hersteller, also ich hätte jetzt hier auch für einen Stencil mitbestellen können, aber der kostet relativ viel im Verhältnis und man hat dann eben nur einen. Und wenn man so ein Kit zum Beispiel anbieten will, dann braucht man natürlich für jeden, der das selber machen will, braucht man ja einen Stencil, den man dann im Paket oder in dem Kit mitliefert. Und deswegen, ja, war der Versuch mit einem Disney-Drucker und das funktioniert, also wie gesagt, sehr gut. Tatsächlich, finde ich. Bisschen Tweaking noch, dass das besser wird, aber sonst ist es super. Okay. Und jetzt kann man mal Stichproben-mäßig mal irgendwie messen, ob Durchgang oder nicht, oder? Also Durchgang-mäßig, aber... Also letztendlich macht man eine Sichtkontrolle, ob die Widerstände alle passend liegen. Und wenn die... Also wenn da so viel Lötzinn drunter wäre, dass da unten Durchgang wäre, dann würde man das auf jeden Fall sehen. Ich hab dir gerade ein Bild geschickt, vielleicht kannst du es irgendwie mal einblenden oder so. Wo hast du... Ach, da... Ähm, ja, nicht so einfach tatsächlich. Ja, guck einfach mal drauf. Ja, also bei dir sieht das besser aus als bei mir. Gut. Also es ist auch bei dir halt zu viel Lötzinn. Ja, aber ich glaube, das kommt durch die Dicke vom Stencil. Ja, genau. Das ist der Stencil, der noch angepasst werden muss. Aber sonst sieht das super aus bei dir. Na ja, gut. Ich könnte jetzt aber mit dem Multimeter einmal links und rechts vom Widerstand messen, ob da das rauskommt. Weil wenn da jetzt 0 Ohm ist, dann weiß ich, dass es durchverbunden ist. Ja, aber wie gesagt, das würdest du auch sehen. Also die Platine bei dir, die sieht super aus. Du hast ja nicht mal diese Lötperlen, die ich beispielsweise da habe. Deswegen, also... Oder, ja, nee, ich sehe zumindest jetzt keine. Hast du sehr gut gemacht, Ficke. Ich habe nichts gesehen. Notizblock schreibt, hey Ficke, schön mal wieder von dir zu hören. Ja, schön, ne? Schön, dass du dabei bist und dass wir uns mal wiedersehen. Und das D-Royd-Content, Feuerwehr musste nicht kommen. Bisher ist alles noch so, dass es... Also jetzt kommt der Lötpart, glaube ich, nur noch. Genau, der ungewöhnliche Part ist jetzt durch. Und jetzt kommt noch die... Das heißt, ich brauche auch meinen Thermometer nicht mehr. Nee, genau. Alles, was brennt, kann jetzt weg. Alles, was brennt, kann jetzt weg. Ich halte nur noch den Lötkolben. Oh, stimmt, genau, wir löten ja jetzt. Warte mal, ich muss mal gucken, welche Platte, ob das die Platte ist. Dann ziehe ich die auch schon mal wieder aus der Dose raus. Ja, ich versuche ja auch mal vorsichtig mit dieser zwei... Ich finde immer, so eine Herdplatte, ich meine, da ist nicht viel drin. An Technik und so und so. Aber so eine Herdplatte, die halt sehr heiß wird und so 12 Euro kostet, finde ich immer ein bisschen... Suspekt. Ja, der ist immer ein bisschen gruselig. So, bauen wir mal irgendwie das Multimeter zusammen. Das habe ich auch nie verstanden, warum... Ich weiß nicht, gefühlt, ne? Ich habe so eine 9-Volt-Block-Batterie, warum Minus der große Pol ist. Ich hätte da immer Plus gesehen. Benedikt fragt, ob nochmal Videos von dir kommen, Ficke. Ja, wenn ich Bock habe. Also, momentan ist einfach so, ich habe zu viel zu tun. Und seit längerem komme ich da nicht mehr zu, weil beruflich viel ist. Und für ein Video, wo ich schon sehr lange dran schneide, fehlt die letzte Szene. Und die letzte Szene kann ich nicht drehen, weil ich dazu gerne im Kliemannsland wäre. Aber da fährt man momentan nicht hin. Da gibt es sehr strikte Regeln, wegen Hinkommen und so. Und das muss man jetzt gerade nicht machen. Und für diese Video, für das Ende des Videos, brauche ich mehrere Leute. Und die müssen jetzt nicht auf einem Haufen stehen. Deswegen liegt das rum. Das heißt, Multimeter... Achso, ich wollte ja messen. Ja... Ach man. Flo, habe ich eigentlich erzählt, dass ich jetzt ein weiteres Messgerät besitze? Was für eins? Ein Feuchtigkeitsmessgerät. Ach, warum? Weil das nicht viel kostet. Tatsächlich. Also, da gibt es... Also, die fangen... Das, was ich jetzt gekauft habe, liegt bei 15 oder 20 Euro. Und die nächsten gehen erst bei 100 noch was los. Und dann dachte ich mir, Gönnung! Wir haben auf der Arbeit diese ultra teuren Dinger. Aber die spucken halt irgendwelche Werte aus, die ich nicht verstehe. Deswegen habe ich letzt gedacht, dass mein ganzes Badezimmer unter Wasser steht. Hm. Jetzt zeige ich noch nichts an. Warum? Was habe ich jetzt hier gemacht? Ist doch wurscht. Du merkst auch, dass es... Ob es funktioniert oder nicht. Triggert dich das gar nicht, dass du da irgendwie mal so eine Bestätigung haben willst, Daniel? Ich sehe das doch. Ja, ich sehe das doch. Weil du kannst doch nicht da direkt drunter gucken, oder doch? Warum pieperst du nicht, Mann? Wenn da unten eine Lötbrücke drunter wäre, würde der Widerstand nicht flach auf der Platine liegen. Sondern du würdest... Also der Widerstand würde hoch... Also anders liegen. Also falsch. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Irgendwas tut hier nicht mehr. Na gut, ich brate es einfach zusammen. Richtig. Endlich. Ja, was brauchen wir denn? Also wir müssen einmal kurz hier die Dinger zuschneiden, weil die... Es gibt es nicht in der passenden Länge. Zumindest habe ich sie nicht auf die Schnelle gefunden. Was müssen wir zuschneiden? Achso, ja. Die Dinger. Ich glaube, da habe ich noch welche. Ich muss aber mal eben hier meinen Beauty-Schwamm nass machen. Kleiner... Ich habe einen Beauty-Schwamm. Tipp für die Leute. Also wir wollen jetzt hier das da durchschneiden. Dann guckt man, welcher raus muss. Dann zieht man den raus. Und dann kann man das hier ganz einfach durchklippen. Und wenn man sich nicht vertan hat, dann... Passt es sogar. Achso, und dann... Knipst man den da genau an der Stelle durch, wo du den gerade rausgezogen hast. Genau, wenn er rausgezogen ist, dann... Ja, dann hat man da kein Metallteil und drückt genau die Stelle durch. Dann ist das deutlich einfacher. Ja, ich glaube, aber... Wie ist so dein Stand? Bist du noch mit anderen Sachen beschäftigt, oder? Ich glaube, er wollte irgendwie seinen Schwamm nass machen. Ach ja, stimmt, aber ja was. Dann machen wir kurz einmal... Pause. Weshalb er seinen Schwamm nass gemacht hat. Container hat noch im Rocket Chat was gefragt. Was genau wäre jetzt auf der Platine bei diesen Grabsteinen passiert? Grabstein heißt, dass ein Bauteil sich hochstellt. Deswegen auch Grabstein. Also... Das heißt, ein Widerstand, der würde auf einem Pad quasi... Oh Gott, wie soll ich das zeigen jetzt hier? Ach so, dann stellt er sich auf quasi, wenn er nicht breitseitig genug Zeug hat. Ja, genau. Wenn die Oberflächenspannung von einem... Also die Oberflächenspannung von der Lötpaste zieht quasi das Bauteil dann hoch und dann steht das wie so ein Grabstein hochkant. Und das ist dann ein Tom Stone. Also, wie der Name schon sagt, Also stehen die Bauteile einfach dann wie ein Grabstein nach oben und das muss man dann natürlich korrigieren, weil wenn der gerade steht, dann ist die Verbindung natürlich nicht da. Ja. Ah, da ist er wieder. Ja, ja. Ach man. Oh, 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 oh. War nicht so klug. Ich schmeiße gerade alles um. Man sieht's. Ja, ich hatte gedacht, ich find noch schnell eben die Schublade mit den, mit den Buchsensteckern da oder wie die heißen. Äh. Dann müsste ich, könnte ich mir jetzt sparen, die erst zurechtzuschneiden. Ich bin da nicht so gut drin. Bin auch zu treffen. Ja, komm. Sind die so eng, Alter? Hast du eigentlich eine Möglichkeit, die besser auseinanderzukriegen, als mit der... Hättest du im Stream aufgepasst? Ich stand gerade wahrscheinlich mit dem Arsch zur Kamera. Was, was, sag. Also, nochmal für dich. Ja. Oder hast, also hast du das wirklich nicht mitgekriegt, oder? Nein, hab ich nicht. Ich war, also... Ich hab grad erst den Schwamm nass gemacht und bin dann wiedergekommen. Du ziehst den Pin raus, den du durchschneiden willst? Nach oben, oder was? Nee, packst mit der Spitztange einfach den, das, was du anlötest. Ziehst du einfach raus. Also, du siehst mein Video, oder? Nee, ich seh grad Flo. Ach, Flo. Ja, war schon wieder ich, sorry. Was ist denn das? Also, egal. Auf jeden Fall, hier nochmal. Ja. Also, ne, du ziehst den einfach raus. Ja. So, und dann... Also, dadurch, dass da ja dann leer ist, kannst du also einmal mit dem Dings dann durchknipsen. Nicht da leer. Mit dem Seitenschneider. Gut, wenn man den so einfach rauskriegen würde, ne? Hä? Einpacken und ziehen, oder nicht? Ja, okay. Hat dir geklappt? Wie hast du denn das sonst immer gemacht? Hat hart mit der Zange durchgeballert und dann geguckt, wo es bricht. Und wenn ich Pech hab, dann halt nochmal. Ach so. Genau, aber ich würde vorschlagen, dass wir erst die VGA-Buchse einlöten, weil das ist, ähm, ja, das Komplizierteste. Das geht viel besser! Ach! Leck mich am Arsch! Soll ich dir den zweiten Trick auch noch zeigen, bevor du das im Video siehst? Oder habe ich dir das schon erzählt? Mit, äh, Locherser-Platine? Anritzen. Okay. Ja, gut, dann... Mach ich mittlerweile doch auch so. Mann, das ist ja schon voll alt. Ja, dann ist ja gut. Ach, du willst jetzt eher... Ja, gut, dann machen wir... Ja, ich glaube, das ist am einfachsten, weil, äh, der andere Krams ist ja easy. Genau, ähm... Ja, ich hab irgendwie anscheinend nicht die komplett richtigsten, richtigen Buchsen geordert. Nö, die sind sehr tight. Müssen wir die eigentlich festlöten? Joa, wieso nicht? Weiß nicht, die sind so tight. Ach so, ja, stimmt. Könnte tatsächlich sogar ohne funktionieren. Genau, äh... Jetzt hätte ich gerne meine Lampe, die von oben Licht macht. So, und dann löten wir das alles fest. Fängt das Lötzinn an. Da gibt's, keine Ahnung, äh, gibt's da irgendwelche Tricks? Ich weiß nicht. Nö. Also, ich mach das immer so, ans Pad dran mit dem Lötkolben, dann zwei, drei Sekunden warten, Lötzinn hinterher, fertig. Joa, das hört sich sinnvoll an. Und eigentlich frage ich auch immer mit der Lötkolben. Dann würde er gerne den zweiten Tipp gehört. Ach so, der Zettel. Das musst du jetzt zeigen, du. Ja, ich such gerade, wo ich das hingelegt hab. Ach da. Ey, warum bist du denn hier so? Alter, du... Hä? Ach nee, mein Lötkolben ist an einer Stelle heiß, wo er nicht heiß sein darf. Ach so. Und zwar sehe ich irgendwie super oft, dass Leute Lochasser-Platinen, also wenn man jetzt hier so Lochasser-Platine hat, um irgendwie eine Schaltung aufzubauen, die man, also wo man keine fertige Platine hat, dass die Leute die Platine durchsägen, was aber... Ich hab hier noch eine alte Platine. Was aber halt auch super einfach geht und, also vor allen Dingen staubfreier und alles, man ritzt einfach die Platine da an, wo man... Man sieht's nicht. Entschuldigung. Ähm... Man ritzt die Platine einfach da an, wo man... äh... die brechen will, von beiden Seiten. Oh, shit. Ja, genau, das würde ich vermeiden. Genau, und wenn man die angeritzt hat, dann kann man sie einfach brechen und das war's. Und dann... Ich weiß nicht. Das ist schon der Trick. Wuhu! Ich dreh ab. Das, äh, genau. Ist halt einfacher, als wenn man da jetzt mit der Säge anfängt und, ähm, die Platine sägt und da sehr viel Staub macht und so. Aber kommen wir wieder zu diesem schönen, fertigen Ding, was man nicht sägen muss. Genau, also... Das ist überhaupt, ja. Die Leute rasten komplett aus. Dachte ich mir. Lifehack Nummer zwei. Du würdest so einen schlechten Lifehack-Channel auf Instagram abgeben. Meinst du? Ist vielleicht ein bisschen mitschig, aber... Ja, 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 eben. Schon jeden Tag kommt da so Pro-Tipp. Dials Pro-Tipps. Genau, das ist nicht Lifehack, sondern Pro-Tipp. Ich glaube, tatsächlich... Geht das nur mit Hartpapier gut oder funzt das auch mit Epoxy... Epoxy-Platin? Frag ich. Ja, jein. Also, es geht tatsächlich mit Hartpapier deutlich einfacher, aber auch mit... Ey, das ist nicht so locker. Die sind alle bei mir gerade voll locker. Ja, die mittlere Reihe, ne? Ja, genau. Da habe ich richtig Schiss, dass die irgendwie gebrochen sind mittlerweile. Nee, ich denke einfach, dass die, ja, also... nicht so tight da drin sind. Genau, mit FR4, also Epoxy, geht das auch, aber da muss man wahrscheinlich ein bisschen tiefer ritzen und so, ne? Und die Kante ist dann nicht so schön sauber, weil das ja so Glasfaser ist, die dann reißt und so... Glasfaser? Ja, es ist doch... Die Vokunft! So, schon fertig gelötet. Tja, die kennt man gar nicht so gut. Ja, auch das kann man alles noch sauber machen, wie man sieht... Die Dinge braucht ja eh noch, dann kannst du die Dinge am Rand da auch noch machen, oder? Flussmittel... Oh, ja, bestimmt. Genau, die Zugentlastung hier. Nee, nicht Zugentlastung. Also, ja. Da brauchst du ja richtig Lötsinn, Alter. Genau, da ballert man ein bisschen hier rein. Ein bisschen mehr. Das Schöne ist jetzt ja mal, dass die Leute sehen, wie lange man eigentlich lötet, was ja sonst immer nur in Zeitraffern oder in harten Cuts zu sehen ist. Also, im Internet. Ja. Machst du das ganze Loch dazu, oder? Ja, ein bisschen ordentlich raus. Der ballert da richtig rein. Ja, okay. Ja, du musst ja halten, ne? Überleg mal. Zieht einer dran, weil da gerade umfällt und... Ja, mit dem Lötzinn sollte man nicht sparsam sein. ...heißt die Platine raus. Oder so. Mehr Vorschub, Alter. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier auch noch einen Lifehack hab, aber... Nee, hab ich... Ah, perfekt. Alter Fehl, du geile Sau. Wobei, das ist vielleicht tatsächlich so ein kleiner... Was heißt Lifehack ist jetzt übertrieben, aber... Ähm... Ich löte halt immer... Also, so ganz schrottig erstmal... Ja, du willst... Ja, du willst erstmal überall Lötzinn haben. Das verteilt dann besser die Wärme. Nee, also erstmal... So, dass... Dass das Ding hier fest ist und dann kann man jetzt... Ähm... Quasi die aller anderen Pins, außer die, die man jetzt so angepappt hat, äh... Vernünftig festlöten. Ganz am Ende macht man nochmal die schönen, die... Die jetzt noch kacke sind. Also, sprich, hier, die machen wir jetzt einmal schnell alle... Sieht man das überhaupt? Ja. Einmal löten wir die alle kurz hier fest. Ach, die hast du auch schon fest. Alter. Ist ja kein Wettrennen, ne? Aber irgendwie... Genau, ich wollte gerade sagen, das ist kein Wettrennen. Ich kann leider nicht langsamer. Boah! Das war richtig schön, Bitchlap. Ich mach schon extra so langsam, wie es geht. Ach, komm. Nein, kleiner Scherz. Ach, der ganze... Kacke. Ja, dann löte ich den erstmal mit ESP fest. Na ja, die... Meine Pinheader auf dem ESP sind leicht schief. Okay. Warum auch immer. So, genau. Wenn man jetzt... Also, die äußeren beiden haben wir ja erstmal zum Festpappen gemacht. Und jetzt am Ende macht man die beiden äußeren, weil jetzt wird der Pinheader ja von den mittleren alle gehalten. äh, und dann kann man die auch nochmal schön löten. Kritzel hat noch ein Lifehack, Lifehack zum, äh, Pinheader anlöten, damit es 90 Grad werden, auf dem Breadbird, äh, stecken kann. Ja und nein. Also, bei denen geht's logischerweise nicht, weil das ja... Naja, klar. Also, bei denen... Man könnte jetzt hier ja, Pinheader reinstecken, aber genau das mache ich quasi, äh, indem ich die... Also, ich halte die mit der Hand gerade und pappe die dann halt außen an und dann ist das eigentlich auch immer gerade. Äh, weißt du... Warum kommt der ESP drauf? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Ach, ist egal. So, dass das... Nee, das ist nicht egal, aber so, dass das Rütita-Logo... Achso, doch, äh, dass die USB-Buchse aus... Ach, hin. Ja, okay. Das noch anschließen kann. Genau, so. Halt erst anpacken. Das kann auch richtig schäbig sein, sonst würde ich sowas natürlich nicht durchgehen lassen, so eine... schlechten Lötstellen. Kaffa, hast du gerade wieder Packet-Loss? Äh, nö. Wieso? Beschweren sich die Leute? Nö, ich hab's nur gerade in Jitsi und im Stream etwas hakeln sehen. Okay. Also, ich meine Frame-Drops, ne? Nicht Packet. Nee, also ich hab immer noch... Also es sind zwar... Also am Anfang sind relativ viele verloren gegangen, also wir sind jetzt bei 1756 Drop-Frames, 0,5%, aber das ist schon seit Ewigkeiten auf dem Wert. Okay. So, äh, genau. Hier schnell noch eben hier wieder anlöten. Ich glaub, die Kunst ist einfach, man muss Daniel überzeugen, dass das Projekt total, was man selber bauen will, total toll ist und dann tarnt man das als, ähm, wir machen einen Workshop daraus und dann hat man schon zwei Stück fertig. So läuft das also. Muss ich mir merken. So, jetzt hab ich alles, was ich brauche. Die Kids gibt's dann ab nächste Woche zu kaufen in meinen Store. Komplett fertig. Ja. Hallo. Ich hatte ja übrigens noch als Abschluss-Talk überlegt, so ein Infrastructure-Review zu machen. Kannst du noch tun. Auf dem Kongress. Naja, ich habe ja nichts mitgeloggt und das Einzige, was ich zeigen kann, dass wir 1756 Drop-Frames hatten. Bin sofort wieder da, Moment. So, Pineda sind auch drauf und als letztes noch die beiden Taster, die noch im aktuellen Programmcode keine Funktion haben, aber die werden später für irgendwas sein, wie Programm umschalten oder ähnliches. Mal schauen. Hier, also ich mache das halt immer so, ich pappe die, also wenn die ne, wenn die vernünftig sitzen müssen, pappe ich die immer erst an und löte die dann vernünftig. Also auch hier wieder ein bisschen Blödsinn aufnehmen. Hier muss nicht stören. Dann einmal hier dran halten, gegenüber, dran halten, also jetzt hält der Schalter von alleine und dann kann man die anderen Pins vernünftig löten. Und wenn er dann hält, dann kann man die, die man als erstes gelötet hat, auch wieder löten. immer vorbei, der Schalter boah, man baut das Ding immer ab was hört ab? äh, ich hab halt grad den ESP da drunter dran, aber ich bin grad ach, ist egal, ich hab laut gedacht ich hab vergessen, dass eventuell Leute zugucken so, Daniel ist fertig ich will keinen Druck ausüben, aber pick dich passt sogar ne, mir wurde gerade gesagt äh, die Tür ging auf und dann kam nur ein, boah, alter, lüfte mal hier ist rauchig drin solange es nur rauchig ist ist ja noch alles in Ordnung, wenn nicht irgendwas anderes ankam da äh, ich stank wohl sehr hier drin also tut mir leid, wenn man jetzt irgendwie eine Autobahn im Hintergrund hört tadaa und für die Zuschauer gleich gibt es sogar noch ein äh, Gehäuseworkshop vermutlich dafür, also für das Ding wird live ein Gehäuse entwickelt oder ein Fidget Spinner oder ach, warum spoilerst du, ey ja, das hab ich wo ich's gesagt hab, auch äh, mir gedacht, ob ich das jetzt musst du noch mindestens zehn andere Sachen raushauen äh, genau, das war natürlich alles finden und äh, es wird ein Auto konstruiert ein kompletter Pkw ja, vielleicht solltest du etwas nehmen, was wahrscheinlicher ist als das Jonas ein komplettes Auto konstruiert so, das ist schon Ablenkung oder hier so ein tolles Gehäuse das hab ich allerdings konstruiert also das ist ja schon fertig deswegen wird das wohl nicht mehr konstruiert oder vielleicht doch das ist ein bisschen schief gelaufen ich hab mich vermessen muss doch erklären, was das ist ach so, das ist ein äh Labornetzteil quasi äh, da kommt Strom raus und Spannung natürlich und zusammen ergibt das Watt so, jetzt haben bestimmt alle vergessen scharf was ich vorhin erzählt hab jetzt sollte ja nur Ablenkung sein Button Button ich bin auch gleich soweit, ne sehr gut was würde denn jetzt in der Theorie als nächstes kommen äh in der Viertelstunde käme oder komme wenn man damit jetzt fertig ist äh ach so in der Theorie und in der Praxis würde man das Ding jetzt an an Rechner anschließen und die Software drauf spielen und dann ist man schon fertig also wir sind jetzt äh mit den Lötarbeiten sind wir tatsächlich durch Daniel, willst du das mal ausprobieren? äh äh ja, das wäre jetzt die Frage ähm ich kann das tatsächlich parallel machen ähm aber die andere Überlegung wäre sonst dass wir äh das ausprobieren während der ähm Fusion Stream läuft aber wir können ja jetzt auch schon anfangen ich muss nur ein Kabel finden was gar nicht so einfach sein wird tja oh hier ist schon eins vielleicht ist das kaputt wer weiß ähm du hast einfach das Bitlooney Projekt runtergeladen und das ganz normal genommen ne joo muss mal gucken ob das noch mit dem Board funktioniert ja das ist ja ich habe ja die original Anschlüsse genommen ähm ist das oh ach ne VS Code nur ja okay ready oh oh warte ich muss hier auf die große Kamera wieder schalten bam 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 sieht man nicht gut weil es nicht scharf ist aber es funktioniert das weiß ich doch gar nicht ob es funktioniert doch die Tasten die Tasten die Tasten lassen sich drücken ach so okay gut mehr sollte das gar nicht sein also ab jetzt können wir alles faken ey wieso kann ich hier keinen einen Engel ist es bei mir gerade kaputt B C B N F wieso kann ich hier keinen einen ist es gerade dumm oder was ist hier gerade los yes no maybe ey meine Tasten funktionieren nicht hä ist vielleicht die Batterie leer Daniel nee es ist Kabel ey ich kann hier keinen T-Max T-Mux keinen neuen Dings machen was soll das egal ich probiere jetzt das Ding anzuschließen ich bin auch gerade dabei ich brauche ein Kabel oh der Lötkolben ist ja ähm äh 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 es kam als nächstes äh die ähm komm ich mit dem Headset bis dahin mal gucken äh Jonas du hörst uns eventuell ja zu ähm wir könnten wenn du willst jederzeit wechseln weil wir sind jetzt eigentlich durch mit unserem Part ähm wir machen jetzt halt spielen jetzt Programm drauf aber das können wir auch später theoretisch noch zeigen also das kann man ja vielleicht zwischendrin machen ich würde also ja genau würde ich nicht 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 machen also das wäre vielleicht doch interessant ob es dann vielleicht auch funktioniert ja ja das machen wir auf jeden Fall aber wir könnten je nach Lust und Laune wechseln also das äh so als Hinweis gerade so CD Jonas kommt dazu und dann ich guck mal was passiert ich steck es jetzt rein ich steck es jetzt rein Bild weg nee das wäre dann das Macbook was tot geht es hat zumindest geleuchtet stinken tut auch noch nichts steck es auch mal rein äh er wird noch nicht warm oh da ist jemand gejoint Spannung ja moin Jonas hier hallo ja hallo hey ihr könnt mich hören das ist schon mal gut das ist die Hälfte so ich versuche mal meinen Bildschirm freizugeben ach ich andere Seite muss ich auch noch reinstecken äh okay so wo hat was oh da leuchtet wirklich was war einmal rot ja und dann nix mehr oh gleich hat das Bild riesengroß klasse sieht man was bei mir ja wir sehen dein Bildschirm ja wunderbar sehr gut ähm ja die Frage wäre jetzt wie wir weitermachen wolltest du dann quasi das Gehäuse erstmal konstruieren weil dann können wir im Hintergrund vielleicht ja jetzt hast du schon gespoilert ne ja er ist so ein Idiot ja sorry mitgedacht ja das ist gut äh ich hab tatsächlich gestern schon mal ein bisschen im Gehäuse rumgespielt und hab so ein halbfertiges Ding gemacht äh ich hatte jetzt nicht die Maße von dem Teil aber ist ganz cool geworden und ich dachte mir ähm ich zeig euch einfach mal das Projekt so den Leuten ja geh immer durch zeig die coolen Features von Fusion was das so krass ist kann und das Case war allerdings tatsächlich ziemlich komplex also es war schon ganz schnell Aufriss das zusammenzubasteln und dann so von Scratch würde ich gleich nochmal einen Fidget Spinner hinterher machen und bis dahin seid ihr hoffentlich fertig und könnt was cooles zeigen mit eurem ESP ja können wir so machen ja cool gut dann würde ich sagen fängst du ganz vorne an oder ja ist so ein bisschen für Anfänger und Leute die aber schon mal ein 3D-Programm gesehen haben okay wenn Sachen Fragen sind fragt viel viel Spaß ähm wir sind jetzt erstmal ein bisschen raus und äh wir gucken wir hören wir sind ja weiterhin äh im Hintergrund da und kommen dann irgendwann mal wieder dazu und hoffentlich können wir dann auch Software zeigen genau ähm möchtest du noch Maße haben oder ist das erstmal egal für du wenn du es heute noch drucken willst dann könnte man das auch nochmal so ein bisschen hinbiegen ja das wäre nicht meine Idee gewesen dass man es theoretisch auf den Drucker schmeißen könnte also war keine Ahnung ob es ja wobei das wird ja schon ein zwei Stündchen dauern bis das gedruckt ist wahrscheinlich und dann hat es irgendjemand die ganze Zeit im Hintergrund rödeln ne ja gut der Drucker würde nebenan stehen das wäre kein Problem wir könnten ja wenn wir gleich noch irgendwas spielen sollten den Drucker als Timelapse irgendwo unten rechts anzeigen oh ja ja das kann ich machen ich könnte den mit reinziehen ähm gut Jonas dann viel Spaß wir sind erstmal raus ja danke danke und äh danach wäre dann ja noch vielleicht Open Runde also Open Talk und äh danach vielleicht noch ein bisschen zocken für die Leute die Bock haben bis später genau ähm wir sprechen gleich tschüss genau ne die Frage wäre wer bleibt jetzt hier noch im Channel drin ähm wegen Fragen und sowas alle ähm auch an die anderen äh wenn ihr Fragen habt zu äh zu Fusion und so weiter alles in Chat reinhauen und dann äh geben wir das weiter und so weiter und so fort ja äh achso Kritzel Nasenflöte schreibt grad testen testen wir ähm jetzt ist aber erstmal Jonas dran und äh wir machen mal kurz Pause weil das ist ein langer Stream genau äh äh tschüss würde ich sagen viel Spaß jo okay cool ähm ich hoffe ihr könnt alles bei mir sehen das ist Fusion so sieht's aus ich hab mir noch so ein cooles Tool hier installiert damit ich ähm damit ihr meine Tasten sehen könnt was jetzt natürlich überhaupt nicht funktioniert na magst du nochmal nö okay da nicht da muss es ohne gehen ja Fusion das ist ein CAD Programm ähm Computer Aided Design und das ist ganz cool wenn man einen 3D-Trucker daheim umstehen hat und was damit basteln möchte ähm vielleicht habt ihr so schon mal so ein Programm benutzt das hier ist besonders cool ähm weil es A umsonst ist und B es hat ein sehr cooles Timeline Feature das hier ist dieses Case äh für das Projekt was die Jungs eben gemacht haben an dem ich ein bisschen rumgebastelt hab und wie ihr seht ist das jetzt schon fertig aber wenn ich wollte könnte ich hier in dieser Timeline wieder ganz auf Anfang zurückspulen und hier jetzt durchgehend Stück für Stück und dann sehe ich was ich gemacht hab genau und das Schöne daran ist wenn ich jetzt was ändern möchte zum Beispiel wenn ich jetzt dann doch nochmal die Maße bekommen sollte von dem Teil die ich jetzt nicht hatte als ich das Ding gebaut hab dann könnte ich wieder auf den Anfang zurückgehen hier ist ein Sketch und könnte einfach hier was rumschieben na wenn er mich denn mal lässt ich könnte wenn du möchtest dir die Maße durchgeben also je nachdem wie du also mach das mal dann würde ich ja später nochmal drauf zurückkommen ja okay danke soll ich dir ich schick dir die sonst in Slack rein oder soll ich dir die jetzt sagen kannst du einfach in Rocket Chat oder so schieben das wäre super ja mach ich gut jo jetzt hab ich das hier verändert drück auf Finish Sketch und nichts hat sich geändert weil es kaputt gegangen ist schade na gut das ist das Ding da kommen wir später nochmal drauf zurück aber was ich mit euch eigentlich machen wollte war der Fidget Spinner so dazu fange ich einfach mal neues Projekt an so das meiste was man in Fusion macht fängt erstmal ganz simpel an in 2D und dazu machen wir erstmal ein Sketch dazu klicke ich hier oben auf Create Sketch und suche mir da eine Fläche aus auf die ich den Sketch machen will jetzt habe ich hier erstmal die drei verschiedenen Achsen zur Auswahl ich nehme mal XY damit es waagrecht ist und jetzt kann ich hier hin zeichnen jo ihr hattet bestimmt alle schon mal so einen Fidget Spinner in der Hand die Dinger sind ja meistens einfach nur sehr rund das meiste lässt sich eigentlich mit Kreisen beschreiben ist jetzt nicht einfach nur ein großer Kreis aber ein paar kleine und die male ich jetzt mal hier hin so Create Circle jetzt haben wir hier einen Kreis da ein und wenn ich die dran mache dann seht ihr dann snappt das direkt und wenn das ansnappt dann macht er nämlich gleich was cooles zack jetzt seht ihr das ist ein kleines Symbol das ist ein Modifier den kann ich auch hier oben setzen das ist eine Tangente das bedeutet dass die beiden Kreise jetzt immer versuchen eine Tangente zu bilden wenn ich jetzt den hier anklicke und bewege dann bewegt sich der andere gleich mit das macht der Modifier ist auch gleich noch sehr nützlich so jetzt möchte ich ja nicht nur eine Achse haben bei unserem Fidget Spinner sondern einen ganzen Haufen und das mache ich mit dem Repeat Command Circular Pattern aber vorher möchte ich noch ein kleines Muster drin haben und dazu füge ich schnell ein Bild ein was ich mir vorher runtergeladen habe canvas dieses hier auf die Plane und das ein bisschen größer und da ist unser Beispiel Fidget Spinner ok cool dann passe ich das einmal schnell an schieb den hier ungefähr in die Mitte vergrößere den nochmal da werden wir jetzt will ich das einmal für alle Kreise haben und damit ich das nicht per Hand machen muss benutze ich den Circular Pattern das Kreismuster dazu wähle ich jetzt geht hier rechts immer so ein Werkzeugmenü auf da kann ich dann mein Objekt und mein Center Point wählen als Objekte wähle ich die beiden Kreise die ich angeordnet haben will und ein Center Point die Mitte von meinem Fidget Spinner der jetzt leider furchtbar Offset ist jetzt haben wir diese drei Kreise die sind jetzt leider nicht ganz bindig aber dazu kann ich wieder die Tangenten Modifier nehmen du bitte hier ran und jetzt seht ihr haben sich alle Kreise hier so vergrößert dass sie dran passen weil diese Kreise auch wieder voneinander abhängig ist wenn ich einen User Kreise jetzt benutze bewege M move zack dann bewegen sich alle anderen gleich mit cool so jetzt haben wir einen Haufen Kreise das ist schon mal ein Start und wie ihr seht hat Fusion jetzt direkt erkannt okay diese Kreise sind geschlossen und hier in der Mitte ist eine Fläche die kann ich anwählen wenn ich jetzt diese Kreise hier anwähle dann könnt ihr sehen ist das ungefähr die Form von unserem Fidget Spinner das ist ganz cool das wollten wir haben jetzt kann ich hier bei Create sagen ich gehe erstmal auf Solid hier sind die verschiedenen Arbeitsbereiche eben war ich bei Sketch das ist das 2D-Kram jetzt gehe ich zu 3D und extrude den ganzen Kram extrude nimmt einfach eine 2D-Fläche und macht daraus eine dreidimensionale Form ich das jetzt hier hochziele hochziehe dann könnt ihr sehen wir haben einen Fidget Spinner mach den jetzt mal Pi mal Daumen 7mm hoch schön Enter und da ist unsere Grundform so das Ding soll noch rund werden das ist jetzt gerade ziemlich kantig und dazu will ich einfach mal alle Kanten aus jetzt kann ich die hier modifizieren einmal abrunden yes gleich viel besser mit Enter bestätigen und jetzt haben wir schon mal die Grundform so weit so gut jetzt fehlen eigentlich nur noch die Kugellager die ja in so einem Fidget Spinner hier drin sind in diesen Kreisen ich habe jetzt leider keine Ahnung wie groß ein Kugellager sein soll darum werde ich das gleich gleich einfach erstmal abschätzen erstmal in die Mitte ein den setze ich jetzt einfach mit einem Kreis äh mit einem Zylinder Mittelpunkt suchen jetzt irgendwie groß machen genau jetzt kann ich den nach oben oder unten ziehen wenn ich jetzt nach oben ziehen würde dann sagt Fusion ja cool du hast einen Zylinder drauf wenn ich ihn nach unten ziehe dann wird das Ding gerot und das heißt der schneidet alles raus was drunter ist genau das wollen wir haben wir wollen ja ein Loch und das wir später unsere Kugel da reinstecken dann drücke ich auf OK und das ist das erste Loch gut jetzt hat der Kollege aber hier draußen auch noch drei Löcher für drei Kugellager und die machen wir jetzt auch noch rein im Nachhinein wäre das ganz schön schwierig bei anderen Programmen aber Fusion kann ja diese kann ja einfach wieder zurückspulen und darum klicke ich jetzt einfach mal doppelt auf diesen Sketch hier in der Timeline dann sind wir wieder bei dem Punkt jetzt kann ich alles verändern und das wird später wieder übernommen jetzt kann ich zum Beispiel hier einen neuen Kreis einfügen zack ich glaube die sind nicht ganz gleich groß aber ist jetzt am Anfang nicht so schlimm machen wir die nochmal ja komm 25 Millimeter 25 Millimeter und hier oben auch nochmal jetzt sage ich hier Finish Sketch jetzt hat er es aber noch nicht übernommen das müssen wir nämlich noch im nächsten Schritt beim Extruden sagen was er genau machen soll können wir hier die Kreise nochmal anwählen ok und da haben wir unsere Löcher und das ist unser 10 Minuten Fidget Spinner ich jetzt ausdrucken will oder falls ihr den ausdrucken wollt kann man den gleich als STL-File exportieren und damit kann man dann in jedem Slicer in jedem vernünftigen einen Druck fertig machen ich mache das einfach mal und schicke euch den Link gleich in den Twitch Channel rein oder Rocket Check oder whatever oder wo ihr oder oder das Vielen Dank. Warte mal, ich mach mal hier den Screen wieder an. Moment. Achso, ich bin hier noch auf dem falschen Screen. Da muss ich hin. Achso, ich muss mal nochmals kurz... Achso, du siehst mich dann... Also siehst du den Jitsi-Channel auch? Äh, ja. Beziehungsweise, ja. Genau, also ich... Dann siehst du auch, was ich messe. Dass wir da nicht irgendwie falsche Vorstellungen haben. Also, ja, ich messe es, weil ich könnte es theoretisch auch aus dem... Oh, was sind das für krumme Werte? Ja, haben wir reale Werte, passt doch. Geht schon super los. Das ist 35,5 Breite. Ich schreibe das mal kurz mit. Dann die Länge, also der Platine ist 78,7. Okay. Ähm, was brauchst du denn noch? Also der, genau, der VGA-Anschluss, das ist ein bisschen anders. Ja, den VGA-Anschluss, da hab ich tatsächlich was ganz Trickiges gemacht. Ich hab mir einfach einen aus dem Internet runtergeladen. Da hatte schon jemand so ein Mesh. Achso, ja. Hab den da reingeschoben und dann am Ende subtrahiert. Achso. Achso, ja, die beiden Maße, das ist, ja, Länge und Breite. Also, es steht halt ein bisschen über, ne? Das, je nachdem, was soll ich noch messen? Brauchst du den Abstand hier noch dann? Oder die Gesamtlänge? Oder was? Ich mein, wenn mein Gehäuse ein bisschen länger ist, ist das ja auch nicht schlimm, oder? Nö, das stimmt. Ich würde einfach generell einfach mal gucken, ob es passt. Und am Ende steckst du es rein und am besten hast du halt noch irgendeinen Slot, wo du es reinstecken kannst, die Platine, weißt du? Ja, ja, genau. Das ist eine kleine Alterung und ansonsten muss es ja nur groß genug sein. Ja, das stimmt. Die Höhe wäre nochmal spannend. Genau, also Maximalhöhe mit den Pins gelötet. Ups. Oh, shit. Ah, Mann, warte. Kleinen Moment. Das sind 19 Millimeter. 19 Millimeter, okay. Dankeschön. Bitteschön. Ja, theoretisch müsste hinten noch ein Loch für die, aber das kann man ja erstmal ignorieren, glaube ich. Ach, für das USB-Kabel? Ja, genau. Also der muss ja noch mit Strom verseucht werden. Es geht auch über Pinheader, aber zum Programmieren und so weiter. Wäre es halt nicht ganz verkehrt, wenn man da noch den Anschluss frei hätte. Ja, siehst du? Da haben wir mich gestern um drei Uhr gar nicht mehr gedacht. Hm. Was jetzt? Aber da kannst du ja eigentlich auch einfach subtrahieren. Also ich kannte dir die Höhe im Verhältnis zum... Komm, wir machen das jetzt ganz ghetto. Also der Mittelpunkt von dem VGA ist bei einem Zentimeter. Und schauen wir mal. Mittelpunkt vom USB ist bei... Also der Mittelpunkt vom USB-Anschluss ist 6,5 Millimeter höher als der Mittelpunkt vom VGA-Anschluss, falls es ein sinnvoller Wert ist, mit dem du was anfangen könntest. Und dann bräuchst du ja eigentlich nur so ein Loch da rein schnippeln, was dann quasi... Ganz ehrlich, ich mache einfach ein kleines Loch hinten in dieses Case rein. Siehst du gerade meinen Bildschirm? Moment, ich muss hier wieder umschalten, dass die anderen Leute das aussehen. So. So, bevor ich mich jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde lang damit verfrickele, genau deine Millimeter-Maße einzuhalten, würde ich einfach sagen, wir machen es so. Hier ist ja schon der VGA, ne? Ja. Dann kannst du da einfach von vorne reinschieben und dann machst du die obere Hälfte drauf. Sekunde. Dumm, dumm, dumm. Genau. Also du steckst einfach dein VGA-Ding hier rein. Ja. Mache ich hier noch so ein paar kleine Halterungen. Ich habe jetzt die Maße der Platine, sodass hier so Pi mal Daumen da festgemacht werden kann. Mhm. Ja. Und dann würde ich sagen, mache ich am Ende hier zwischen den beiden Dingern jeweils so einen kleinen Halbkreis, der ausgespart ist. Wenn du hier so ein Loch hast und da kannst du dann ein Kabel durchstecken. Ja. Was hältst du denn davon? Ja. Dann machen wir es das so. Sehr gut. Cool. Danke. Wolltest du das jetzt mal noch live machen oder wie ist der Weile? Boah. Ich kann das auch schnell so für mich machen und dann schalte ich mich gleich nochmal dazu. Ist jetzt glaube ich nicht so spannend. Ich weiß gar nicht, die anderen sind glaube ich auch alle gerade nicht da. Deswegen, ja. Faktorio-Server online nehmen. Der ist glaube ich online, oder? Achso, meinst du, die spielen alle schon, oder was? Ich kann das. Ah, der Schlemming. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ja, du kannst ja das Gehäuse dann eben für dich dann ein bisschen anpassen und dann können wir es vielleicht gleich noch drucken. Ja, cool. Ich bleibe nochmal hier drin, ne? Ja, oder so. Genau, dann schalte ich dich mal wieder auf Kleiner. Wir machen was abschlossen. Machen wir so. Dann sieht man alles. Ja, dann machen wir weiter mit Labeweil. Schon mal vielen, vielen Dank. Ja, immer gern. Schon fertig? Ja. Ja, dankeschön. Ging sehr schnell. Ja, ich bin einmal durchgerauscht. Ich würde jetzt nochmal das Case für euch fertig machen. Ich habe gerade noch die Maße bekommen. Und dann schließe ich mich später nochmal mit euch kurz und dann können wir das hoffentlich nochmal drücken. Genau. Cool, danke. Immer hier. Ja, figure. Dann können wir tatsächlich doch live weitermachen mit unserem Rumgefummeln. Ich bin tatsächlich noch null weitergekommen gerade. Ja, ich habe gerade essen wollen. Das steht jetzt so neben mir. Oder wir machen einmal ganz kurz Pinkelpause, hätte ich mal gesagt. Nee, keine Ahnung. Also, mir ist das wurscht. Ich kann hier einmal auf Knopf gleich geht es weiter drücken. Wie sieht das denn die Leute, die uns zugucken? Wollt ihr auch gerade kurz eine Pause machen? Oder sollen wir euch mit irgendwas belustigen? Achso, Jonas. Was sieht dein Bildschirm? So als Hinweis. Ja, ich weiß Bescheid. Okay. Der Pixelbauer will auf jeden Fall figger essen sehen. Unter anderem habe ich hier eine Banane liegen. Ja. Bananen isst man nicht im Stream. Warum nicht? Habe ich gelernt. Macht man das mal. Gibt es lange Regeln oder was? Warum nicht? MontanaPlex sagt das. Ich mache so einfach, das mache ich nicht. Ja, ich muss tatsächlich auch mal eben hier irgendwie das mehr zu essen suchen. Tja. Kuchen. Kuchen. Ja, das war das Schnellste, was geht. Robin schreibt gerade, dass er sowieso mehr auf Faktorio gerade konzentriert wäre. Von dem, von ihm wäre eine Pause okay. Würdet ihr, also kriegt ihr es hin, das Spiel zu streamen oder? Äh. Ja, also wenn du eine Probation-Freigabe machst, dann hast du halt nur fünf FPS, ne? Ja. So, Rötita VGA. Oh Gott, was habe ich hier gebaut? Weiß es nicht, ob es das ist, was ich wollte. Glaube nicht. Weiß nicht mehr, wie ich das Projekt genannt habe, was ich gerade suche. Hab zu viele. Könnte auch VGA-Test 01 sein. Tja. Ne, das ist es auf jeden Fall nicht. Aber nur ein Image. Der VGA-Stecker sollte noch mit ins Gehäuse passen. Das sollte man noch zur Länge der Platine addieren. Also ich habe den VGA-Stecker jetzt so, dass quasi diese Platte, die da vorne dran ist, ne? Ist gerade draußen am Gehäuse dran. USB-Stecker steht da. Also, ne, ja. Ne, passt, glaube ich, alles. Hab ich mich verlesen? Hab ich mich verlesen? Das kann doch nicht sein. Das 3D-Modell sieht aus wie ein Boot. Könntest du nochmal ein bisschen größer drucken und schauen, ob es seetüchtig wird. Ich bin gerade ein bisschen am strugglen. Kannst du mir nochmal die Gesamtlänge von dem Ding mit dem, also von Anfang der Platine bis Ende VGA-Stecker geben? Den USB, ich weiß nicht, ich glaube, ob ich gerade Packet-Loss im Koffer habe mit dem USB-Stecker. Habt ihr das gerade noch bedacht, der hinten rausgucken sollte? Ja. 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 Also die Gesamtlänge der Platine, siehst du ja jetzt bei mir, ne? Also, was ich jetzt hier messe, sind 92 Millimeter. 92 Millimeter. Ja. Aber was mir gerade aufgefallen ist, das Modell von dem VGA-Stecker ist ja schon ein bisschen anders, ne? Also, theoretisch. Ja, das war leider so ziemlich das Schönste, was ich gefunden habe. Ja, ich glaube, ohne das Ding jetzt hier vor Ort zu haben, könnte ich das auch nur so Pi mal Daumen machen, ne? Aber man muss ja auch keine Wissenschaft aus diesem CAD machen. Du könntest aber genau das Viereck da ausschneiden. Ja, weil genau, das ist ja theoretisch statt dem Stecker ein Viereck, was da weg müsste. Also, das ist ja hier das mal das. Moment. Also, ich habe jetzt so gedacht, du steckst quasi den Stecker da durch. Du kannst ihn ja auch verändern durchstecken, ne? Kannst du mal den Stecker von vorne zeigen in deiner Zeichnung? Ja. Der Lochabstand, der ist auch genormt. Mhm. Also, das könntest du quasi nach innen setzen. Genau, ich kann ja das ganze Ding hier nehmen und einmal. Okay, dass das Gehäuse quasi auf dieser Seite sitzt, ja. Ja. Das kann man ja rausschrauben und dann wieder reinschrauben. Genau, und es gibt die Schrauben, glaube ich, auch in Länger, beziehungsweise man muss den Rand ja nicht so ultra dick an der Stelle machen, oder? Dass er so ein bisschen reinsenkt. Ja, ja, genau. Du kannst die Schrauben auch einfach von der anderen Seite kontern oder ich mache das ganze Ding an der Stelle ein bisschen dicker und dann kannst du es da reinschrauben oder so. Ja. Was mein erster Gedanke war, hier quasi so eine Linie zu haben in dem Gehäuse, wo du dieses Blech da reinstrücken kannst. Ach so, ja. Aber ihr habt ja gar kein Blech da dran, ne? Oder beziehungsweise... Ja, also doch. Also das ist... Warte mal, wo ist die Kamera da? Also das Blech, also das, was du als 3D-Modell hast, ist ja quasi das Blech-Ding. Und das hat hier noch ein alten Gehäuse hinter, was... Ah, ich see. ...die um 90 Grad kippt, die Anschlüsse quasi. Okay. Also vorne sieht es ähnlich aus, aber nach hinten wird es was komplett anderes. Ja, dann schiebe ich das Ding einfach mal rein und baue das so, dass die Buchse quasi rausguckt. Genau, das müsste gehen, ja. Okay. Genau, also das heißt von der Innenkante bis hinten, also das ist ja quasi, wo es dann anliegt, sind es 86 Millimeter. Also hier das Maß. 86 Millimeter. Schreibe ich mir gerade noch in den Chat rein. Okay. Der USB-Stecker sollte noch mit ins Gehäuse passen. Das sollte zur Länge noch mit addiert werden. Ja, oder man macht hinten einfach eine Öffnung, das wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Eine größere halt, ne? Aber die Stecker ist auch irgendwie anders, ne? Ne, das ist tatsächlich auch genormt, wie groß die maximal sein dürfen. Ja, hä? Das Plastik, das Gegossene, das ist doch überall. Ja, aber es gibt, ne, also es gibt schon vielleicht nicht ein, also eine Begrenzung, dass eben das überall passt. Also wie groß so ein Loch sein muss, damit ein Stecker da vernünftig reinpasst. Aber keine Ahnung, wo man sich sowas nachlesen kann. Ich frage mich gerade, wie. So richtige Streamer, das Stunden nachmittagelang machen können. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit diese Announcement kriegst mit Kohle und so. Ach so, meinst du, die Kohle motiviert dich? Bestimmt. Ach so. Nein, die machen das auch, weil sie Bock drauf haben. Ach so. Vielleicht sollte ich mir auch den Hoodie ausziehen und was Engeres an. Und dann halt sagen, hey, hier, spende, weiß ich nicht, 70 Euro, dann gibt's ein Bilder-Package von mir, 70 Bilder. Nein, oder dann ziehe ich mich wieder an. Ja, vielen Dank auch. Das ist ja nicht so nett. So bin ich. Figge, ich setze meine Hoffnung in dich, dass du das an den Start kriegst, weil mir ist das gerade irgendwie, glaube ich, zu kompliziert, ohne, ohne, wie heißt das, mir ist der Name entfallen. Ohne die Software. Naja, was, wie heißt das denn hier? Platform-Io, genau, so heißt das. Das ist ja kein Platform-Io-Projekt. Ist mir das alles zu kurz. Deine Pins liegen ganz woanders, ey. Echt? Guck gerade. Ne, ich hab das nach irgendeinem Modell, also das ist nicht irgendwie wild gewürfelt, sondern ich hab die Anschlüsse genommen, die der in seinem Projekt, in irgendeinem auch genommen hat. Oder ich hab mich verguckt. Achso, warte mal, ne, ich muss nach, na, muss, äh, um es kurz zu erklären, Daniel hat mir gerade das Pinout geschickt, äh, wo er was dran gebastelt hat und, äh, ich versuche gerade, äh, das Arduino-Skript anzupassen, damit es hier drauf läuft, weil, ich weiß nicht, ob es an mich gerade, ja, ne? Ja. Weil nämlich, das hier ist ein anderer Chip, also ein anderes ESP-Board, als der hier. Äh, da sind die Pinouts woanders. Und jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo was genau hinging. Kann auch sein, dass es genau passt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm. Ich hab das nach irgendeinem Standardlayout. Kann sein, dass das jetzt auch direkt passt. Kann sein, dass das jetzt auch direkt passt, ja. Kann natürlich sein. Hat's die Sprache, also, Cashkey schreibt gerade, äh, mir hat sich die Sprache verschlagen, also, Figge hat sich die Sprache verschlagen. Nein. Ich war nur gerade am Nachdenken und wenn ich nachdenke, kann ich nicht reden. Furchtbar. Hast du eigentlich schon einen VGA-Monitor parat? Ja. Sehr gut. Wenn wir, Red Pins, geht auf zwei. Hier. Wie ist er denn? Zwölf. Auch. Dreizehn. Wo ist denn er? Okay. Ist er eher? Ja, okay, Rot, also die passt. Gucken wir mal bei Green. Fünfzehn. G0 geht auf Fünfzehn. G1 steht hier auf Sechzehn. Und G1 geht auf IO-Sechzehn. Muss ich jetzt noch weiter durchgucken, oder wenn die ersten Acht passen, werden die anderen Acht auch passen? Das musst du wissen. Du kennst mich, du Arsch. Nein, warum soll das nicht passen? Also, ähm, und es geht ja nichts kaputt. Also, wenn, dann sieht das Bild halt komisch aus, oder so. Kompiliert zumindest durch. Ich hab meinen Krempel rausgeschmissen, weil ich eigentlich in dem Case noch, weil das so krumm und schief ist, dachte ich, mach ich ein Feature raus. Und, ähm, pack noch LEDs rundherum, die dann halt lustig die Farbe wechseln, von oben Plexiglas. Ähm, aber dann irgendwann hat mich die Lust verlassen. Achso. So, H-Sync ist 32. Was hast du hier? H-Sync 32. H-Sync 33. H-Sync 33. H-Sync 33. Passt. Ne, 35. Warte mal. Achso, ne, ich hab mich verguckt. Ja. Gut. Ja. Dann, äh, vielleicht bin ich jetzt gleich weg, ich weiß es noch nicht. Ja, ich muss das jetzt, jetzt hing's gerade am MacBook, jetzt packe ich's an den anderen Rechner. Weil ich das Skript nicht zum Laufen gekriegt hab. Skript? Was für ein Skript? Nein, die Libraries, die ich brauchte dafür. Jetzt hören wir Ficke nicht mehr. Ficke? Doch, also ich höre ich. Och, Mann. Also es war... Du bist doch ein Blödmann. Er musste mir das vorher schreiben. Was? Er kennt den gar nicht. Oh. Oh. Willst du den mal von der Platine runterziehen? Hast du die Treiber dafür installiert? Diesen CH-Waschlammich-Tot? Eigentlich schon, ja. CP-102. Also er taucht zumindest nicht im Port auf. Ach, Daniel, Daniel, Daniel. Es muss nicht irgendwas auf Ground gezogen sein, damit er... Oha. Das sollte alles... Oh, jetzt ist aber tatsächlich seine EOS-Web. Oh. Die Beta. Oh, da ist er wieder. Okay. Also er hat tatsächlich, klingt gerade komplett USB einmal aus. Okay. Daniel. Was? Ja, was hast du denn da gemacht? Ich weiß es nicht. Ja. Warte mal, ich guck mal mal bei mir, was bei mir passiert. Achso, nee. Hauptsache, das ist nicht der Streaming-Rechner. Nee, der ist komplett separat. Oh, shit. Oh, shit. Ich will jetzt mal B. Hahmaazin. TTY. Genau, es ist ein paar Leute. seltsam seltsam also tatsächlich ist meine die Logitech Kamera komplett weg okay jetzt ist sie wieder da die ist tatsächlich weg das Bild ist komplett freezed gucken ob die wieder kommt die ist komplett tja was war das denn nicht so cool vor allem sind Webcams gerade sehr teuer seid ihr noch da oder seid jetzt alle ruhig ne ich bin noch da aber ich zeige hier gerade mit den anderen nebenbei auch noch Saktorio achso weil Flo und Daniel haben sich einfach mal weiß nicht gemutet nö eigentlich nicht ich hatte gerade so eine Gehirnbremse ich wollte gerade irgendwas machen und hab's vergessen Christel hat geschrieben als ich mal mit einem Kurzschluss auf dem Arduino den USB hub von PC stillgelegt habe musste ich rebooten damit er wieder Strom drauf gibt ja aber das steckt das ist ja das das wirklich komische ist dass ich den USB-Port auf dem des Hub steckt nicht benutzt habe ich denke mal das interne Hub vom Board wird sich dann komplett wegschießen ja aber dann wird die Kamera auch nicht mehr gehen oder Tastatur und Maus die hängen ja mit an dem Hub dran okay aber ja naja geht die Kamera noch ich probiere mal was ja die geht noch das ist tatsächlich irgendwas äh bei mir okay vielleicht ist das OBS auch einfach doof kann natürlich auch sein dass er jetzt das OBS das jetzt gerade nicht 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 wieder erkennt Daniel testest du gerade oder der ist komplett lost ja der sagt nix mehr oder seine Funkstrecke ist tot also falls du was sagst wir hören dich nicht und das ist jetzt keine Verarsche guck mal wie er da sitzt er kriegt nix mehr auf Kette ah guck mal irgendwas war da zu hören mhm hallo ja Daniel so stereo äh 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 hallo so da bin ich wieder ähm Ding ist leer will ich teil also das wundert mich tatsächlich jetzt gerade wir sind jetzt gerade vier Stunden live da kann auch so ein Ding nicht leer sein tja tja schon peinlich wenn das so im Livestream passiert ich hab ganz lange gedacht dass ihr mich verarscht vor allem einmal passt deine Antwort und so weit haben wir es schon getrieben einmal passst du die Antwort nämlich genau auf meine Frage und dann dachte ich ah ja okay die Frage wahrscheinlich was war denn was war denn Frage-Antwort nein ich hab irgendwas gesagt hört ihr mich wirklich nicht und du hast gesagt nee wir hören dich wirklich nicht oder irgendwie sowas naja ähm steck doch einfach mal erst den also ich gehe zwar nicht davon aus dass das Board irgendwie ähm falsch ist auch nicht aber das ist schon komisch aber ja steck doch einfach ohne ohne alles ab ich achso ja wenn ich das wenn ich das mache den so anstecke dann fliegt meine Kamera weg achso also nur der ESP selber genau wenn ich das mit Board dran stecke dann passiert einfach gar nichts aber aber ich bin ein Idiot ich suche gerade los rüber da ist da noch irgendwie ähm was besonderes drin in dem achso das Logo wahrscheinlich und so ja das ist das äh also ich hab Daniel jetzt gerade mal den Code geschickt dass er das mal anguckt ob es bei ihm vielleicht besser funktioniert ähm und da ist einmal der Code drin und äh mit einem Skript auch von Bitloony der sich da tief reingekniet hat ein Converter der aus STL Dateien äh das 3D und irgendwie ich weiß nicht wie er es macht auf jeden Fall daraus dann ein Binary Bitmap ich weiß gar nicht wie er es macht müssen wir jetzt reingucken und äh das kann man dann wiederum auf den Arduino packen der sich dann lustig dreht also nicht der Arduino dreht sich sondern das Logo ähm ziemlich low poly mit Arduino machst du das oder? oder du hast eine Forcecode nein weiß gar nicht ob ich Arduino ob das überhaupt noch startet hier wie bin ich eigentlich von der Lautstärke höre ich wahrscheinlich zu leise ne ein bisschen rauschen aber dann drehe ich mich mal lauter jetzt muss es besser sein oder? ja ja Keschki ja also das billige China GoPro ist eine gute Idee muss es ein bisschen leiser na gut das kriege ich wohl hin Arduino wohl unerwartet beendet also ich habe jetzt ein bisschen leiser gedreht ähm Keschki schreibt gerade eine billige China GoPro nehmen und die an PC anschließen ja äh könnte ich auch aber ich habe normalerweise ja keine äh Spiegelreflexe dran das habe ich jetzt nur für den Stream gemacht damit ich zwei Kameras habe ähm sonst läuft nur die Logitech mit weil sonst ist es ein bisschen übertrieben aber nur für heute für den Online-Rüthüter die ersten 1337O-Rüthüter äh soll es natürlich auch ein vernünftiges Bild geben nächstes Mal dann auch wahrscheinlich ohne Synchronisationsprobleme dass der Ton etwas schneller da ist als das Bild das nervt mich ein bisschen aber das ging jetzt nicht anders hättest du das nicht gesagt hätte es wahrscheinlich wäre es keinem aufgefallen ja wahrscheinlich nicht und die meisten wissen wahrscheinlich noch nicht mal was zu meinen disst du die Leute nein weil das dir nur auffällt und nicht den Leuten ach so ja das ist ein Problem bei euch euer Buffering ist nicht so richtig cool mein Buffering ist richtig cool genau ich würde gerne mal wissen ähm von den Leuten die uns jetzt zugucken können mal so die Leute ihr Alter in den Chat schreiben ich möchte mal gerne wissen wie viele dabei sind die sonst also die jetzt hier sind die sonst nicht auf den Rüthüter hätten kommen können weil sie eben noch nicht volljährig sind einfach mal dass ich dass man sieht was so sich hier so rumtummelt mich würde das interessieren guck mal 16 ah na gut ich hätte tatsächlich jetzt nämlich gedacht vom Gefühl her es sind mehr Leute da die sonst keinen Zugang dazu gehabt hätten meinst du warum ah guck mal Cashki ist bald 14 ähm aber finde ich krass 16 26 24 20 39 19 33 33 34 14 aber guck mal es sind tatsächlich hält sich das so ein bisschen gerade bei denen die zumindest antworten äh die Waage Flo was 12 was macht er schon wieder Quatsch macht er Flo also wenn du trollst ne ja dann musst du unterschiedliche Accounts nehmen das macht null Sinn wenn du das mit dem gleichen Account direkt machst und man trollt andere Leute nicht sich selbst ja was wollte ich denn jetzt ich wollte in den TNP was wäre wäre ein Stream vom Rüthüter vor Ort nicht auch denkbar achso du meinst wenn wenn nächstes Jahr ein Rüthüter dort wieder stattfinden sollte was wir alle hoffen ähm theoretisch schon wir haben das aber meistens so ist es dann also es ist nur ein großer Raum und ähm da ist es dann schwierig da irgendwie über so eine lange Zeit einen Stream zu machen äh zumal auch nicht alle Leute es toll finden wenn die ganze Zeit gestreamt würde weil man verhält sich immer noch ein bisschen anders wenn man weiß es können Leute also unbekannte Leute von außen zugucken ähm als wenn das so Tür ist zu und ähm alles ist cool ähm ja es geht glaube ich mehr um Vorträge gut die gibt es jetzt ja also wenn wenn also ja ja hast du recht wenn es Vorträge gibt dann kann man das machen wir hatten bisher aber leider nie Räumlichkeiten dafür dieses Jahr war tatsächlich angedacht dass wir dafür Räumlichkeiten haben aber naja äh ja kann man dann tatsächlich bei Vorträgen kann man das machen oder auch vielleicht dass man guckt äh Workshops zu machen ähm die man dann eben nicht im Saal macht sondern ja irgendwo anders auf dem Hof da wäre das dann auf jeden Fall möglich ähm muss man mal gucken wie man das hinkriegen würde also wenn der Interesse besteht nehme ich das gerne mal mit in die Liste auf ist Flemda? dann kann Flemdas in die Liste aufnehmen Alter ist das immer nur Held draußen krass ja äh verrückt nehme ich in die Liste auf da müssen wir halt gucken ne also wir haben ja jetzt halt irgendwie ich sag jetzt mal uns so Vorträge aus den Rippen geschnitten mehr oder weniger um halt einfach irgendwie ein bisschen Programm zu machen und auf den Rüttüter selber ist das ja eher so äh ganz spontan oder ähm ohne so festen Zeitplan ähm weil das natürlich auch immer Organisation bedarf also man muss dann halt jemanden sozusagen haben der der die der das organisiert der dann schaut dass die Leute die was vortragen wollen dann halt auch zu der von denen angegebenen Zeit da ist dass Technik funktioniert und all sowas und das ist doch alles nachher ganz schön viel wenn man dann halt noch nebenbei halt auch noch dieses Event mit äh knapp 150 Leuten hat ähm dann ist das auch ganz schön mal als Organisator mal irgendwann einmal kurz irgendwie durchatmen zu können ja zumal man als Organisator natürlich gerne auch an allen Ecken und Enden also mir geht das so an allen Ecken und Enden zugucken und selber mitmachen will und äh wenn du halt so einen Vortragslot sozusagen anbietest dann ähm bindet man natürlich auch mal eine gewisse Anzahl von Personen dauerhaft da was nicht immer ganz einfach ist aber wenn sich das ergibt wollen wir es natürlich gerne machen und sei es als Aufzeichnung dass man das sonst gegebenenfalls äh danach veröffentlichen kann oder so ja also ich fände es cool aber da muss müssen Leute äh sich dediziert dann schon drum kümmern dass was man darf da nicht mehr nackt rumlaufen nur damit die anderen Leute jetzt kein falsches Bild kriegen die noch nie auf den Rüttüter waren da läuft keiner nackt rum warum hat das nur gesagt nächstes war da aber auch noch nie achso sehr gut ähm ja ne da läuft wir haben alle zumindest eine Hose an oder ein Rock ist so das ist hier nicht das Aduka-Festival kommen die Leute da oh scheiße Fatschitz-Festival ja kacke gibt's halt nächstes Jahr statt Masken vorm Eintritt äh Hosen sicher ist sicher ich bin da echt gespannt ne ob sich diese Mentalität eine Maske zu tragen vielleicht tatsächlich ein bisschen durchsetzt dadurch dass das jetzt halt erstmal normaler Alltag ist äh oder ob das dann komplett wieder verschwindet und die Leute das einfach verteufeln ja ich glaube eher letzteres oder äh wäre ein bisschen dumm aber ne also ja jein also es ist halt grundsätzlich sinnvoll ne also wenn du halt selber krank bist ja genau also dass man dann diese jetzt dieses Ding entwickelt im Kopf okay ich bin krank ich trage eine Maske äh um zumindest ein bisschen zu schützen okay das könnte vielleicht passieren dass so ja der Konsens ist so ungefähr wenn einer hustet und keine Maske auf hat dann wird der ziemlich dumm angeguckt man weiß es nicht also vielleicht gibt es ja dann irgendwann wenn du krank bist so Spezialmasken mit so Watte unter der Nase wenn du Schnupfen hast dass du direkt das als Taschentuch dann auch mitbenutzen kannst ja also ich meine da ist ja Potenzial um äh Verbesserung einzubauen wäre eigentlich hast du das gesehen gehabt dieses Make-Up-Projekt wo der äh weiß ich ob es auch ein ESP war und eine LED-Matrix in die Maske genäht hat mit mit einem Mikrofon und die LEDs sich dann bewegen wenn er spricht das ist eigentlich ganz cool aus hab ihn nicht gesehen ja das war ganz gut bis später Keski ja Daniel was machen wir jetzt ich würde tatsächlich wenn ihr jetzt mal übernehmt äh einmal neu starten ja wir können wohl irgendwie was auch immer machen äh ich hätte einen Vorschlag wieder da ähm ich hab gerade einmal die SCL falls fertig gemacht ich hab das Case jetzt so von der Länge und Breite und Höhe einmal angepasst alles noch so ein bisschen Pi mal Daumen das wird jetzt nicht irgendwie einmal klicken und wunderbar laufen aber vielleicht hilft's ja und kann man ja mal einen Slicer werfen einen Drucker schmeißen und schauen was es wird oder ja willst du was übernehmen ähm ja kann ich machen tatsächlich äh wo hast du die Dateien geteilt oder ähm ich hab gerade auf Transfer SH geguckt aber kommt aber nicht wirklich so klar mit hat jemand einen Vorschlag wo ich es hinwerfen soll schmeißt einen Slack da rein oder passt gut also nächster Programmpunkt ist jetzt quasi Daniel dabei zugucken wie er aus dem 3D-Modell das Jonas gezeichnet hat ein STL macht und das in seinen Drucker schmeißt STL gibt's ja schon ja das halt durch den Slicer schmeißt Slicer ist die Software die ach Daniel wird das gleich erklären äh achso ich soll das streamen äh Moment dann muss ich noch was überlegen äh jetzt muss es spontan sein ne ja so das hab ich nämlich vergessen zu sagen was dass ich nicht spontan bin achso Klebeband brauchst du auch noch und Alufolie achso wird das nicht auch noch gesandet im Grunde wir haben ein bisschen Aceton drüber oder oh ich hab äh den Fail hab ich noch gar nicht was mach nur ich ja äh lustige Story ich hab letztens eine Adapterplatte drucken müssen für äh so Zigarettenanzünder und 12 äh 12 Volt Anzeige und USB zwei Ports und so und äh hab das alles schön gemacht und hab auch schöne runde Kanten dass der Staub sich nicht drauf absetzen kann alles fertig druck ganz cool hab das dann geschliffen mit 120er Papier mehrmals dann grundiert dann nochmal geschliffen das war peak fein so du hast nicht mehr gesehen dass das irgendwie gedruckt war sondern das sah wirklich aus wie Spritzguss so sweet ja war richtig sweet dann hab ich es genommen auf Karton gelegt hab mir schwarze Farbe genommen die erste Schicht drauf lackiert bin dann wieder hochgegangen arbeiten das Ding lag unten im Karton so ja war vielleicht ein bisschen in der Sonne aber jetzt auch nicht so krass wie ich dachte komm nach einer Stunde runter will die nächste Schicht drauf machen das ganze Ding komplett verzogen krumm und schief und du sitzt da denkst dir das ist gerade hier zwei oder drei Tage Arbeit alles in Katze sag ich das Daniel ja das ist ja auch logisch da muss man ja auch ja ich hab's in PLA gedruckt das war also das ist eigentlich für ein Auto das war dann ganz gut dass ich's dann vielleicht nochmal neu gedruckt hab in PETG aber in der Farbe war tatsächlich Aceton mit drin das hab ich nicht gesehen und anscheinend löst Aceton auch PLA an oh ach das hast du aber noch gar nicht erzählt was äh das ist wo kommt eigentlich dieses Knacken hier ich hör das hab ich auch gehört aber das war gefühlt bei dir ja sorry das war ich das ist mein Headset Mute Button oh das ist ein riesen Hebel den ich umlege an meinem Headset der macht einmal knack so ein großes Ding auf dem Schreibtisch knack so ein Buzzer ja man hört so ein Rauschen Knacken wie auch immer wenn man redet ja wenn ich irgendwie oder aber wo kommt denn das woher wenn ich jetzt hier rein spreche ja keine Ahnung egal nein das wird von Jonas gewesen sein hast du bei deinem Mikro eingestellt dass du hörst was du sagst nee aber das höre ich bei allen also höre ich bei mir wenn ihr redet also ihr habt das überhaupt nicht ne das ist ja egal okay hm egal gut wo war ich bei ich wollte irgendwas machen bloß was soll ich jetzt hier mal Social Eating machen ich halte es sonst nicht mehr aus mach doch ja ess deine Banane nee ich hab hier noch andere Sachen ich muss jetzt tatsächlich immer aufschreiben was ich esse weil äh Bauchschmerzen oh okay so und weiß halt nicht woran es liegt also äh schreibe ich jetzt immer brav auf was ich esse ich synchronisiere das ich mach den Ton auch aus ja jetzt sagt er hier mein Mikro scheint lärmintensiv zu sein was ist da los scheinbar haben wir vorhin schon wieder ein bisschen Frame Drops wir sind jetzt bei 2000 gedroppt Frames oh das ist für so ein das ist schon viel eigentlich 0,4% ja das ist richtig aber das gut ist es nicht nö dass das nicht gut ist ist mir klar aber tja keine Ahnung woran es liegt und Stream neu starten ist halt keine Option nein ich denke aber eher dass es an dem Stadtkabel liegt an dem Stadtkabel was ja ist hier dieses dieses Bandbreitensharing da ne null das ist der Rechner der droppt Frames der ist ausgelastet teilweise also keine Ahnung ob da irgendwie OBS irgendwie falsch eingestellt ist oder was auch immer ach Streamlabs ok also es sind halt zwischendurch so Peaks also gerade braucht es 25% CPU und hin und wieder wenn er dann droppt ist er bei quasi 100% ok so hier Twitch da geht irgendwas danke ja ich lese es gerade oder überlege schon oder was meinst du also die ja tja die Frage ist was kann auch aufwendiger sein heißt der Klassiker bei sowas ist immer die Ampelanlage Schulprojekt also je nachdem auf welcher Schule du bist ich kenne die noch die Makaroni-Bilder die aber mit Elektronik was für eine Schule warst du eine gute ok auf der Barrierschule Ampelanlage wir haben im Kriegunterricht damals Aufzug Aufzugsteuerung das war das einzige Projekt in meiner kompletten Schule wo ich voll Bock drauf hatte die ganze Zeit wo ich keinen Bock hatte auf Gruppenarbeit das wollte ich alles alleine machen ich wollte einfach nur Aufzug ich glaube das war in Turbo Pascal aber sowas geht in Arduino glaube ich sehr sehr gut gäbe es noch eine Blumengießanlage sowas halt Tatsächlich mein nächstes Projekt automatische Blumen Gießanlage zu bauen Bist du der aktuellen Hex noch drin Make Make Entschuldigung I'm this years old Ja habe ich gesehen aber es ist mir zu kompliziert also beziehungsweise zu teuer einfach oder was heißt zu teuer also vor allem wenn ich habe also wir unseren Innenhof damit versorgen unser Kräuter Gemüse Gemüse heißt das Gemüse Beet und so und dafür brauche ich halt mehr als zwei oder drei und wenn da jede Gieß Position nenne ich es mal dann irgendwie 10 Euro kostet keine Ahnung 20 Stück pro Meter locker ah ne mit 10 Euro kommst du auch wahrscheinlich nicht hin deswegen habe ich mir oder will ich mir dann auch irgendwie was ausdenken was vielleicht besser funktioniert so wieso kannst du das nicht öffnen hört ihr mich noch ja ne ja das ist mit meinem Rechner tatsächlich nicht rein weil der nicht mehr von euch Bilder anzeigt also Videos doch jetzt irgendwie ich glaube das war das Jitsi hat sich bei mir auch gerade ein bisschen komisch verhalten ja das bei mir auch tatsächlich vielleicht reden wir schon zu lange und das Jitsi möchte uns mitteilen dass wir doch mal Pausen machen was Sinnvolles machen sollen werden die Sprecherstatistiken bei Jitsi eigentlich eigentlich was die Sprecherstatistik bei Jitsi was der Rest ist immer weg von deinem Satz warum keine Ahnung vielleicht ist dein Nico zu weit weg ja genau ach so ja Entschuldigung ob die Sprecherstatistiken bei Jitsi immer genullt werden weil angeblich habe ich erst 17 Minuten gesprochen Daniel erst 13 Minuten und Flo 45 ich habe gerade ich habe gerade reconnected ah ok ja gut dann kann das sein äh genau das zählt ab deinem ähm join quasi ich kann mal gucken was ich so habe hier also ich habe bei mir eine Stunde 58 äh ach nee ich kann das komm dann machen wir es mal hier für alle man muss im Stream echt darauf achten dass man sich nicht zu oft einer Nase rumfummelt ist mir aufgefallen kann ich nicht ändern bevor ich das gerade bei Ficke ja ich auch nicht weil die Nase ist komplett kaputt tja Flo wenn du weniger Geld verdienen würdest musst du nicht so viel koksen genau den wollte ich gerade nicht ausspielen so Speaker Start was steht denn da so du hast 58 Minuten bisher gequatscht also der erste Ficke der zweite Ficke 17 28 äh Fleming hat auch ein bisschen 27 Minuten hä wo bin ich denn bin ich blind ach da Daniel ach so okay zwei Stunden habe ich schon hä das kann doch nicht sein ich habe hier gelabert ja hallo Jan ist da zurückhaltend Jan ist da Jan ist da da steht Jan ist da Jan ist da keine Ahnung wo ist Jan ist da im Chat hat Jan ist da geschrieben ach so wie ist denn das mittlerweile eigentlich mir ist mir aufgefallen dass immer mehr noch irgendwelche Zahlen hinter ihrem Nickname haben ist das jetzt tatsächlich sind wir schon so weit dass die jetzige Generation die so ins Internet kommt keine freien Nicknames mehr findet ich würde sagen wir sind schon alles verheizt krass ist auch logisch oder zumindest bei Diensten die so weltweit genutzt werden also ich weiß noch bei bei Flacer war das am Anfang noch sehr einfach weil das ja immer nur ein Fantasiewort war und mittlerweile ist der aber auch immer überall auf allen Plattformen schon vergriffen was mich ziemlich ankotzt so wie drücke ich das denn jetzt hier ich habe auch gerade was gedruckt toll was denn was absolut unsinniges naja unsinnig ist es nicht 95% der Dinge die man drückt sind total unsinnig nein das ist so ein so ein Clip dass man so einen Einkaufswagen öffnen kann und den gleich wieder rausreißen kann ich finde das nicht unwichtig ähm warte mal ich mache mir äh Screenshare hier an wie geht das noch mal Picture in Picture Background NDI Source Mac so das muss hier ndi scan converter und He kann man und die nicht sein das muss nicht sein das muss ist nicht das muss das muss Also Daniel bereitet gerade so wie es aussieht Screen vor, damit er zeigen kann, wie ein Slicer funktioniert. Und da ist er auch schon. Genau, also ich kann das nochmal kurz rausschmeißen. Also ich habe mir die STL Files, die da gerade erstellt wurden, geholt. Willst du nicht dein Bild mal für alle groß machen? Achso, ja. Was piept denn da? Weiß ich nicht. Bei mir? Mein Drucker ist gerade gehomt da. Ja, das klingt dann da. Der A8, der ist ja so laut. Okay, also hier sind wir jetzt bei dem Ding. Dann muss man halt hier logischerweise gucken, wie man das drucken will. So ist ein bisschen dumm. Bei mir war es glaube ich noch nie, dass Cura das vernünftig erkannt hat. Wobei ich tatsächlich auch, wenn jetzt da einer mit anfängt, glaube ich, nicht mehr Cura empfehlen würde, sondern iPruza. Ne, Pruza Slicer. Ne, iPruza? Pruza, ne? Der Slicer Pruza Edition, den benutze ich schon ziemlich lange. Und seitdem habe ich auch keinen Stress mehr. Daniel, warum ist das dumm, wenn man das jetzt hochkrannt hätte? Hä? Wie willst du das drucken? Es ging darum, dass du es erklärst. Ja, habe ich doch gerade. Die Erklärung war einfach, es ist dumm. Erklär doch mal kurz, wie der gedruckt wird. Ich glaube, es gibt auch Leute hier, die zugucken, die nicht wissen, wie so ein Drucker druckt. Also rein theoretisch würde das natürlich auch so gehen, weil man würde dann mit Support drucken, aber der baut ja Schicht für Schicht auf und das Problem wäre ja, dass er hier jetzt so eine ganz kleine Auflage, Aufstandsfläche hat. Sieht man meine Maus überhaupt? Ne, scheiße, kacke. Kann ich, wie kann ich, ne, ich kann nichts markieren. Ja, blöd. Halt unten, da wo dieses Loch ist, da, die Auflagefläche auf der Druckplatte ist natürlich super klein und deswegen bleibt es dann natürlich nicht stehen und deswegen, oder wahrscheinlich nicht stehen und deswegen ist diese Position doof. Plus hier oben, beziehungsweise alles, was rot ist, das sind Overhangs, also das ist was, was in der Luft hängt und auch schwierig zu drucken ist, wenn das zu viel Fläche ist, also wenn es zu groß ist oder zu lang am besten ist glaube ich das richtige Wort dafür. Genau, deswegen legt man das immer so hin, dass es möglichst einfach zu drucken ist und man wenig Overhang hat und bei dem Gehäuse wäre das wahrscheinlich eine sinnvolle Position. So, man hat die Auflagefläche, das ist das Rote, theoretisch Overhang, aber das liegt ja unten auf der Platte und deswegen ist es da okay. Genau, jetzt gibt es dann hier drei Millionen verschiedene Einstellungen, was die Qualität anbelangt, aber weil wir das ja heute noch uns angucken wollen, wir machen das ja jetzt immer ganz ghetto und drucken das erstens schnell und mit bin ich blind? Schell da. Und mit ganz dünnem komm, wir machen das jetzt super dünn, äh, mit einer, das wird nicht funktionieren, egal, weiß man nicht. Quality, komm, dann machen wir hier auch noch ein bisschen mehr Ghetto. Genau, was ich jetzt hier mache, ich stelle die Einstellungen um, also die Layer High, das ist, High ist die Schichtdicke, also wie groß ist eine Schicht, die gerückt wird. Genau, das haben wir, Wall of Thickness, ist die Außen, ach so, ich könnte auch, ähm, ist die Außen, also die, die, dicke von der Außenband, die habe ich auf 1 gestellt, das könnte wahrscheinlich nicht funktionieren, merken wir beim Druck gleich, und das hat den Vorteil, je weniger man druckt logischerweise, desto schneller geht's. Ähm, tja, das ist alles wurscht, Infill kann man auch runterstellen, dann geht's noch ein bisschen schneller, und der Speed müsste eigentlich schon, da kommen dann noch ein bisschen mehr, und jetzt sind wir bei zwei Stunden, krass, wird dauern nicht so lange, genau, also hier kann man sich's jetzt nochmal angucken, ähm, wie das ganze gelöhnt aussieht, in den einzelnen Schichten, und das ist schon, also vielleicht irgendwelche inneren Fülllinien, die, ich hab anscheinend hier noch irgendwas falsch eingestellt, ich hab mich schon gewundert, warum der zwei Stunden Dauer braucht, hä? Achso, nee, doch, passt doch, sieht nur ein bisschen doof aus, hm, interessant, wir können die Shell-Signal, die ist glaube ich schon vier, so, dann muss jetzt reichen, das ist so wahrscheinlich das schnellste, was irgendwie theoretisch möglich ist, wie man sieht, dauert das Ganze ein bisschen, ähm, ich bin jetzt gerade leider nicht mehr mobil, aber, wobei, ich kann das glaube ich schnell wieder umbauen, muss jetzt ja schon ein bisschen aufgeladen sein, äh, hörte ich mich jetzt? Ah ja doch, klar, hallo, 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 äh, zu laut, hallo, 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 so, müsste laufen, oder? Ja, passt. So, dann, hört ihr das? Was sollen sie denn hören? Also, komische Geräusche, also, das ist glaube ich der Bluetooth-Sender, egal. Also, wenn du komische Geräusche hörst, ich drucke hinter mir. Ne, das ist, also, irgendwas ist bei mir falsch, also, ich höre super viele Störgeräusche, aber wenn die bei euch nicht ankommen, dann ist alles gut. Ne, die kommen nicht an. So, ähm, da wollen wir hin. Tja, passt nicht. ich habe die ganze Zeit, äh, äh, Zeit Angst, dass ich irgendwie was zeige, was keiner sehen darf, aber eigentlich habe ich hier nichts rumliegen, was keiner sehen darf. Irgendwelche Rechnungen mit Adressen und so. Hm, ja, da sagst du was, ne, ich glaube nicht. So, ähm, schmeißen wir mal den Drucker an. Eigentlich könnte ich auch den Octoprint Stream zeigen, ne. Naja. Streams gibt es genug auf, 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 nochmal was? Auf, von Octoprint gibt es genug Streams auf Twitch. Ist das so, tatsächlich? Das waren Hammer viele. Wahrscheinlich auch einfach nur, um ihren Druck zu überwachen, damit sie sehen können, ob die Bude schon brennt oder nicht. Ehrlich. Wo wird denn gedruckt? Da ungefähr. Oh, shit. So. Hätten wir, ach so, ist nicht scharf, natürlich. Ach, kann man gleich. Genau, dann, äh, schicke ich das jetzt einmal an Octoprint, wenn man sieht überhaupt irgendwie, ja doch, ne, äh, äh, zick. Äh, 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 und in Octoprint, ach so, das seht ihr natürlich jetzt nicht, aber das ist auch egal. Äh, äh, kann ich jetzt den Druck einfach starten und, ähm, dann geht's gleich los. Ähm, äh, 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 was uns noch, äh, interessant ist, was auch, finde ich, super hilft, wenn man halt einstellt, was das Filament kostet, dann, also im Octoprint, sieht man hier unten rechts ja, dass beispielsweise dieses Gehäuse jetzt, äh, 60 Cent kostet. Das ist dann immer so ein... Stimmt, das kann man ja in dem Slicer bei mir, glaube ich, auch einstellen. Praktischer Hinweis. Man kann den Preis aber eigentlich mal zwei rechnen, weil, ähm, ich hab mal, Spaß ist aber, Mess, Strommessgerät an den, äh, an den Drucker gehangen und, äh, ja, Stromverbrauch war ähnlich. Das heißt, okay. Das kann man mal zwei rechnen. Da muss man mal gucken, was meiner verbraucht. Das sind auch nur around about 150 bis 200 Watt. Lustig, also ich sehe euch im Stream und Daniels Bildschirm übertragen, aber eure Camps und alle ausfüllen. Äh, inwiefern meinst du das? Du überträgst bei mir kein Bild? Verbindung aktiv. Ich hab meine Kamera auch aus, ja. Achso. Wenn du mich gerne sehen möchtest. Ich probier grad Dinge. Also, anscheinend geht's, äh, kann man den anschließen, aber meine Front-USB-Pots am Rechner sind irgendwie komisch. Hm. Da rein, wenn ich da reinstecke, dann alles weg. Er ist hier am Atmen. Flo wahrscheinlich. Oh, kann doch wohl. Ich hab mein, ich hab ein Noise-Gate an. Das ist irgendwie, das Mikro ist so super sensibel, ey. Wie, wie dein Inneres. das ist richtig. So, das heißt aber, der Arduino oder ESP wird erkannt, dann fehlt mir vielleicht jetzt nur noch der Treiber, weil ich kann darauf nicht uploaden. Also, der, das heißt, wird nicht, äh, also was wird, was heißt, wird erkannt, aber, der Comport und so wird erkannt, aber wenn ich versuche, da drauf zu schreiben, weil ich gesagt hab, das ist ein ESP-DEV32, geht's nicht. Das muss anscheinend wirklich dann das richtige Board sein. Ja, du musst halt DevGC auswählen, ne? Also, du hast ja wahrscheinlich das Hardware-Gedöns von hier ESP-Ressive da, also, dass du die Hardware kennst und da ist auch DevGC drin. Eigentlich. Ich hab mal irgendwann anscheinend komisches installiert. Ich hab tausende von Boards hier mittlerweile drin. Das ist ESP-Ressive. Übrigens, kann ich auch allen empfehlen, die sich da jetzt neu mit beschäftigen, nicht Arduino, also die Standard-Arduino-IDI zu nutzen, sondern Visual Studio Code mit Plattform-Io. Das ist viel besser, weil da findet man sofort alle Tutorials immer zu, gerade als Anfänger. Aber das, da streiten Daniel und ich uns schon so lange, wie wir uns kennen. Ich explodier gleich, kann nicht halten. Nee, also das finde ich Quatsch zu sagen, dass es, dass Arduino einfacher sein soll, soll als... Nein, 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 das sag ich nicht. Ich sag nur, es ist gerade für den Anfang einfacher, weil du nach Arduino nur Sachen suchst und da besser die Infos findest, weil viele halt in der Arduino arbeiten. Wenn du das einmal verstanden hast, was du tust, dann kannst du halt auch dann die IDE wechseln. Das ist völlig Puppe. Aber gerade am Anfang ist es viel, viel einfacher, damit zu arbeiten, weil die... Was ist das denn jetzt? Ein anderes Handy. Aber falsch rum. Ich fotöre jetzt nicht ganz halt meinen... Daniel richtet gerade seine Dick-Cam ein. Gleich geht es richtig ab. Und da kommt der erste Strike. So. Ich hab nach... So ist es doch. Installiere ich mal. Also solange Daniel irgendwo mit beschäftigt ist, können wir auch gerne kurz... Kann ich mal Screenshare anmachen? Und dann? Ja, ist jetzt gerade die Frage, wie ich jetzt am besten mal eben noch Screenshare mit reinpacke. Kannst du auch eine Windows-Source machen? Warte. Warte mal. Was seht ihr denn jetzt überhaupt? Das hier nicht mehr, ne? So. Ist das so rum oder so rum richtig? So ist falsch rum, ne? Ja, jetzt sehen wir deinen Socken. Ja. Oh. Ja, falsch rum. Ich bin jetzt hier push-to-talk, ey. Okay. Ist das noch... Jetzt ist Daniel natürlich weggelaufen, was doof ist. Was? Er könnte es mal eben umschalten. Das ist hier aluino-i.de Und das ist der Source-Code zu dem, was wir eigentlich gerade bauen. Interessant ist jetzt, dass er hier zwar den erkennt, aber ich das Board noch nicht hier drin habe. Ich glaube, ich glaube, ich habe hier leider sehr, sehr viele Boards mittlerweile drin. Versuche gerade herauszufinden, welche das Richtige ist. Ich glaube, 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 ich habe gerade gelispelt und vielleicht sagt das Mikrofon nö. Das ist bei mir ist hier perоворnty. So, so schon mal gar nicht. So, hm. Es taucht nicht auf, wo ich dachte, dass es auftaucht. Hm. Hier ist doch ein... Ich suche gerade nach einem ESP Vrom Kann ich hier vielleicht Ne, kann ich nicht Es ist zu viel Mr. Jack Hi Ja, wahrscheinlich macht er das Siehst das Fenster halt nicht, ne? Also man sieht nur das Auto-In-Haut-Parpfenster Warum? Achso, weil er wahrscheinlich das Menü Weil du, das, genau, das Menü ist eine eigene Was auch immer Ah, okay Du müsstest den Bildschirmbereich auswählen Bildschirmaufnahme Kann er das? Wow Okay Warte mal, kann ich Dann packe ich Wieder hierhin So, hallo, 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 hallo Na, na, na So, jetzt müsste es besser sein Ne, immer noch nicht? Doch Aha Jetzt bestimmt Ja, warte Sehr schön Ja, ich versuche gerade Das richtige ESP-Ding zu finden Aber hier sind eine Million Dinger mittlerweile drin Eigentlich, bin ich denn jetzt so dumm? Ja, das ist Informationstechnik Das macht man am meisten Na, guck mal ESP Warum eigentlich Vroom? Das ist, hat doch nichts mit dem Wer steht doch auf meinem Chip drauf? Ne Achso, ja, okay Aber nach Such mal ESP32 DefGC Also dann Das brauchst du Mach ich nochmal auf Bin mir nicht sicher Ob man da halt noch ein Dings nachinstallieren muss Oder sowas So, ich bin jetzt hier mal bei Ach, raus damit Ich bin mal einmal für Eine Sekunde weg Äh, komm sofort wieder Guck mal, jetzt Jetzt langsam geben die Ersten auf Ich gebe nur für eine Sekunde auf Jetzt hört man gleich so ein leises Wimmern Nein, ich muss pinkeln Und da will ich mich Ja, das war schon klar Jetzt geht doch endlich So, Installation abgeschlossen Wäre jetzt schön, wenn ich hier nicht unbedingt abbreche Nein, doch Okay, irgendwas tut was Meine Maus hängt Und jetzt suchen wir alle zusammen ESP FQC Wo stehst du den? Hier? Oder sind wir nochmal extra eingeordnet? Eigentlich wäre das ja dann hier Wenn es jemand sieht Sofort schreien Ne Es taucht hier nicht auf Oder ich seh's nicht Was ist das hier? Macht das Spaß Nein, nein, nein Da steht ESPFM Ja, das habe ich schon gesehen Aber ich glaube nicht, dass das ist Das? Ne, wir nehmen jetzt einfach mal das Das war das, was ich nicht haben wollte Dein Voice Activation ist irgendwie recht gering Ja, warte Warte, ich kann Aber sonst bin ich laut genug Sonst kann ich noch lauter machen So könnte ich jetzt noch Dann bin ich bei Minus 0,2 nur Ja Ach, jetzt ist das Ding wieder zugegangen Hey, wie habe ich denn jetzt zweimal das gleiche Fenster aufmachen können? Machen wir das mal zu So Da ist es DevModule Da nehmen wir das mal Mal gucken, was passiert Werkzeuge COM3 Upload Speed Was soll schon passieren? Wir klicken drauf Sketch wird kompiliert Also ich habe es gerade auch Soweit war ich auch schon Aber Dann kam tatsächlich Er kann nicht connecten Und ich meine, dass bei dem Es so war, dass man Ui Ja, ich bin wieder da Das hört man fast gar nicht Ja, das nicht mehr Sollte man, dass Figge Plötzlich aufhörte Zu reden Ja, es dauert immer sehr lange Bis der Sketch kompiliert ist Und jetzt wird er wahrscheinlich nicht hochladen können Genau Connecting Und meistens Ja, genau Weiter komme ich nicht Drück mal dann Ja Reset Portas auch auf jeden Fall Den richtigen Ja, das ist halt die Frage Ob es der richtige ist Auf jeden Fall Lustigerweise blinkt der jetzt noch Drück mal dann einmal Reset Ja, das kann ich machen Und dann sagt er Hochladen Fatal Error So, wahrscheinlich Weil ich den falschen ausgewählt habe Aber ich finde keinen Der dazu passt Das ist jetzt tatsächlich Äh Bist du denn überhaupt Im richtigen Block Das kann man ein bisschen hoch Ja, das ist der DSP32 Arduino Und es gibt hier unten noch Das hier? Ja Hatte ich glaube ich gerade schon Genau Das war halt dieser Flash Size Weiß ich nicht Oder muss ich dann Flash Mode auswählen? Äh Sollte eigentlich erstmal Also er muss Also connecten muss auf jeden Fall funktionieren Aber du könntest Upload Speed mal runtersetzen Nicht, dass er da Probleme macht Setz mal auf 115.000 Dann Ich verstehe Ich verstehe aber auch nicht Warum der jedes Mal Neu kompiliert Das ist super strange Ja, das ist halt Arduino Also Äh, was ist jetzt los? Ich bin gerade einmal rausgeflogen Ne, der ist Äh, warum auch Äh, warum hat der jetzt Einen anderen Moses Ist auch super ruckelig gerade Ja, also Jetzt genau Jetzt könnt ihr Quatsch Uh, es klappt Vielleicht Oder ich schreibe gerade irgendwo anders drauf Auf dein Handy oder so Ja So Das heißt, der ist fertig Dann packe ich jetzt mal Das Ding hier drauf Hast du da dann jetzt schon irgendwas drauf Was der anzeigen? Jaja, der sollte eigentlich jetzt Ein Rütita-Logo anzeigen Okay, wo wird denn das definiert? Der ist eigentlich dieser Fellow Achso, das ist Äh Das ist Äh Flemming? Wahrscheinlich Ja, wo das definiert wird Hier Das ist Äh Das ist quasi das Rütita Also das ist Ein Skript Auch von Von Bitloony Und Ähm Genau, du hast dann hier quasi Die ganzen Triangles Und die ganzen Koordinaten drin Ich muss ehrlich gestehen Ich hab mir nicht genau angeguckt Was sein Skript alles tut Wie er das übersetzt Ähm Genau Sieht irgendwie sinnvoll aus Ja, es können auch Temperaturdaten sein Ja Ja Doch Achso, ich hab ja schon umgestellt Ähm Warum hab ich schlechten Empfang Ich steck jetzt noch Ich steck jetzt noch mal Das Ding dran Vielleicht geht jetzt alles wieder aus Mal gucken Ja, Daniel hat irgendwie richtig Bad Connection Okay Ihr hört mich noch Und ihr seht mich noch, oder? Ja, es ist noch alles da Okay Dann mach jetzt mal diesen Monitor Ich Komm gleich wieder Ich Der Monitor steht hier ein bisschen Doof Und ich glaub Das Stromkabel muss ich auch erst Naja, das dauert ein Momentchen Ich glaub, ich muss einmal hier reconnecten Also Dann mach Flo mal auf Vollbild Gleich Dann kann Flo jetzt erstmal Nee, absolut Bitte nicht Nein, das dauert drei Sekunden Es kann sein, weil ich Moderator bin Dass ihr gleich nicht kurz labern könnt Aber ich seh's sofort Ich bin in zwei Sekunden wieder da Also ich kann noch labern Ich auch Also Da seh ich gar kein Problem Tja, da soll er doch gehen Ich knie jetzt gerade vor meinem Computer Hallo, hallo Ja Hallo Krass, ey Es war wirklich, dass Chrome sich weggehangen hat Jetzt ist mir alle Probleme, die vorhin waren Wieder weg Äh, bin ich Hört ihr mich eigentlich immer noch Weil ich bin unter meinem Schreibtisch Nicht, dass der Empfang jetzt hier schlecht ist Nein, es ist alles gut So, jetzt Der Drucker ist nämlich schon heiß wie Frittenfett Und Hast du eigentlich auch O-Singen dann Wenn der so heiß ist? Jo Ist mir wurscht Ja, ist klar So, der Monitor Aber deine Connection ist immer noch dürftig Ja, ich bin aber Nee, bin ich nicht Ich hab da im Jitsi richtig Pixelbrei Ja, ich seh's auch gerade Was ist denn das? Ich hab ja keinen Bock jetzt mal rechnen Hier nur zu starten Was das ist? Nicht gut Ach Ja Erzähl mir Warte mal, ich mach mich einmal auf Vollbild Vielleicht wird's dann besser Aber dein Rechner wird ja wohl per Kabel angebunden sein, oder? Ja, deswegen wundert mich das alles Also, vielleicht musst du ja auch einfach nur mal Es geht! Es geht! Nee Ja! Dann, äh So, first try, Alter First try! Selbstverständlich Irre So, wie zeige ich das jetzt am besten? Ich wollte nämlich eigentlich Ähm, warte Ich geh mal hier auf Hast du dich nicht vorbereitet Er hat komplett aufgeregt Warte, warte, warte Abbrechen So, und jetzt geh ich auf die Baucam So Äh, äh, äh Da Nice Das funktioniert Wie man jetzt sieht Da zeige ich da an Er hat, äh, 52 Oder 51 FPS Zeige ich auch die, äh, äh Triangles Die Sekunde an Das Rüthüter dreht sich Das ist so Low Poly Und Hier liegt alles Ah, ich muss das mal so drehen Ja, das ist jetzt alles Und die Spannung reicht auch aus Ja, ja Warum nicht? Ich weiß ja nicht Weil VGA braucht ja irgendwie immer Was kommt drauf an? Ne, drei Also es war auf jeden Fall weit unter 5 Volt Okay Ich meine, ja Bup, 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 bup Daniel, weißt du, was das heißt? Wir haben unser Soll erfüllt für heute Stimmt eigentlich Alles klar, ciao Dude, dude, dude Hey, warte mal Ach, schön Ich könnte jetzt tatsächlich mal gucken Ob ich jetzt noch die Muße habe Irgendwie zu versuchen Elgato da ranzukriegen Vielen Dank Äh Elgato, was Elgato? Elgato Mann, kennst du nicht Elgato? Streamdeck Ich weiß nicht Ob sie Brötchen haben? Achso, ich wollte immer noch jetzt den Druck anschmeißen Ja, mach mal Ich mach mal hier wieder auf Mittelbild Du hast immer noch Na gut, im Stream kriegst du es wahrscheinlich besser hin Oh Mann, ey Wieso ist das so kacke? Ich weiß nicht, was los ist Also es ist wirklich mein normaler Windows-Rechner Der mit Kabel logischerweise angeschlossen ist Außer das Handy halt Aber das weiß der Rechner ja nicht Das weiß der Rechner nicht, genau Ich verstehe es ehrlich gesagt gerade nicht Aber so bringt das halt auch nicht wirklich was, ne? Ach, vielleicht wird es besser Man muss das Bild ja nicht so groß machen Eben, wenn du die Kleider schiebst Man sieht da Oh, will ich überhaupt mein schönes Melonengelb verschwenden dafür? Ach nee, es ist ja nicht verschwenden Aber du bist halt auch mega pixellig Ja, ich weiß Tut mir leid Ich hab keine Ahnung, woran das liegt Mach mal Oder macht mein Rechner irgendwie Wilde Sachen hier Taskmanager Leistung Wahrscheinlich Meinst du gerade Bitcoins Bestimmt Ach schön So, ich drücke jetzt hier auf Drucken Game is last words Ich drücke jetzt So, stehe ich jetzt noch auf Oder lasse ich den einfach drucken? Ich sehe es ja Im Stream Wenn alles kaputt geht Keksi 96 Die Cantina Band Die spielt doch nur auf dem Aduka Festival Ja, außerdem Gut, wir hätten Ne, das wäre recht schwierig geworden Die hier ins Stream reinzuholen Weil die werden sich jetzt ja auch Gerade nicht dann treffen Oder man müsste ein sehr Weitwinkliges Objektiv nehmen Naja, oder jeder hat seinen Jitsi laufen Ah, aber dann musst du das ja trotzdem Ich glaube, das wird schwierig Das synchron zu spielen Also Das, also Hm Naja, einer Also es muss halt auch Ein Metronom im Stream sein Und das kommt ja Ungefähr bei allen Zur gleichen Zeit an Ja, das ungefähr Ein Metronom muss schon genau sein Jeder, jeder Der, der Eine andere Internetleitung hat Und irgendwie Keine Ahnung Der eine hat 100 Millisekunden Der andere hat 16 oder so Ich glaube, das Du hast dann einen Oh, es geht los Hör ich Oh man, sieht ja null Ja, man hört das sogar In deinem Mikro, Alter Deiner ist genauso laut wie meiner Ich kann mal eben die Tür zumachen Auch schön diese Kabelbinder, ne? Also wenn du das Wenn du jetzt nicht Vollbild machst Sondern tatsächlich uns alle Nebeneinander packst Dann sieht das gar nicht so schlimm aus Witzig wäre jetzt Wenn da Low Stehen würde Hä, was macht der da Ich hab keinen Bock aufzustehen Der schmiert ohne Ende Aber jetzt kommt was raus Glaube ich Ja, aber ab und zu Ja, aber ab und zu sieht das im Stream aus Als würde es verschwinden Weil die Äh, Kompression Den 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 Das Melonengelb verschwinden lässt Auf der Platte Also bei mir sieht es tatsächlich Alles gut aus Ist das so groß? Ja, wenn du Warte, ich halte das nochmal in die Kamera Ähm, da Oh, warte, warte, warte Ich kann es dir viel besser zeigen Die habe ich ja auch noch Okay Ja, also Das ist ja im Internet Ein akzeptiertes Maß Ja Tja, ist ein bisschen dumm Dass das jetzt im Stream So gammelig aussieht Was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung Dein WLAN Ja, mein WLAN Von meinem Rechner Der per Kabel angebunden ist Ja, siehst du Ist das wieder ganz schön scheiße In dem Moment Kommt einfach mal Ping-Test irgendwo hin Intern und extern Also ich sehe euch super Interessanterweise steht Verbindung Dürftig Ah ja Ja, steht bei mir Also für Du stehst bei mir echt mit Verbindungsmanen Ja, der Der Schreibt an sich selber dran Dass er schlechte Verbindung hat Toll Ja Ich mach mal Eine niedrige Auflösung Das heißt So, das heißt Du druckst jetzt ein Gehäuse Und bei mir funktioniert die Hardware Sehr schön Ja, jetzt müssen wir es nur hinkriegen Dass es bei Bei einem alles komplett ist Was ist denn Ach, da hinten Boah Ich hab den Schreibtisch Ein Stück nach vorne Irgendwas ist jetzt passiert Ja Ist ein bisschen besser Du musst bleiben Jetzt sagt er bei mir hier grün Also bei Oh, jetzt Jetzt wird's wieder schlechter Non-optimal Ah ja Und jetzt hinkst du komplett Also So zum Vergleich nochmal Warte mal Ich steck das hier Mann, ich freu mich grad so Daniel Dass das so Einfach geklappt hat Ja Ja, natürlich Ich hab mich Nee, ich hab mich Nee, was heißt Nee, gewundert Nicht unbedingt Aber Ich hatte eigentlich Irgendwie schon erwartet Dass beim ersten Mal Die Platine Dass man irgendwas übersehen Vergessen Was auch immer hat Aber Können Waldo noch mit reinholen Dann kann er noch kurz Ein Workshop Wie man ein sicheres Passwort Vergibt machen Ja, bitte, bitte, bitte Waldo, hast du Bock Dazu zu kommen Dann schickt dir Flo Jetzt Die Daten Wo du hinconnecten musst Ich hoffe, du hast auch eine Webcam Und eine Schienmaske Er könnte es mit der Jitsi App machen Ja gut, wenn er die hat Daniel, kannst du bei mir nochmal einmal Irgendwie das Bild groß machen Dann zeige ich nochmal den Vergleich Von was ich gebaut habe Und was wir jetzt gebaut haben Ja, das ist groß Ja gut Und zwar Das ist das Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Weggegangen sind Oder das vorher mal gesehen haben Das ist auf jeden Fall die Die Version Die Version, die ich mal Am Anfang per Hand gebaut habe Und festgestellt habe Das macht voll keinen Bock Jetzt noch Das ist nicht schön Komme ich gerade richtig Also das hier Ich glaube tatsächlich Dass das hier per Hand Alles länger gedauert hat Als das Auch mit Platine malen Und so Also Ja gut, das verschicken jetzt Natürlich Das dauert extra lange Aber das hier ist Auf den Tag Arbeit gewesen Das haben wir jetzt von Wann war das denn? Drei Stunden? Weniger würde ich fast sogar sagen Oder? So ungefähr Hä? So schreibt da einer Wo ist denn Figge? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Hinter der Banane Versteckt er sich Naja, auf jeden Fall Das ist jetzt das Was wir Gebaut haben Wäre das nicht wahr Was mit dem Banane Da haben wir auch schon drüber gesprochen Also ein Mail-Verbinder Also ein männlicher Warum weißt du überhaupt Ja doch Männlich ist der Ja Genau, dass man das direkt An dem Monitor schließen Anstecken kann Ohne Kabel dazwischen zu haben Ja Ist auch richtig Aber A steht er dann So ab Weil du nach unten Also du kannst ihn eigentlich Nicht so dran machen Weil Monitore sind immer unterschiedlich Als du nach irgendeiner Seite hast Das heißt Meistens passt das nicht Und da müsstest du halt Irgendwas haben Dass das Ding nach oben steht Und du musst trotzdem Irgendwo noch USB herkriegen Also so bist du halt Packst ein Monitor-Kabel dran Das ist ein VGA-Kabel Und ist viel Da damit Das finde ich jetzt Prinzipiell Ja Hat beides Seine Daseinsberechtigung Also Ich hatte ja überlegt Dass man so eine Ähm Ein bisschen Zack Ach nee Ich bin ja gar nicht mehr zu sehen Ach Bei mir ist ja eh alles Blöd Warte mal Ich schalte mal immer jetzt Ähm Äh Fickl? Ja Achso Du hast nur so getan Eben Sein Ton Ich hab versucht Ich hab einfach Äh Versucht Mein Mund so zu bewegen Wie Daniel spricht Achso Okay Ähm Ich mach mal einmal hier Mein Netzwerk aus Und äh Guck Ob das besser wird Also geht der Server aber auch weg Oder? Nein Nein von meinem Wo ich äh Darauf streame Also nicht der Streaming Sondern Ihr wisst was ich meine Nein Das Netzwerk doch nicht Ja Ach ja Leute Falls wir uns gleich nicht mehr sehen Und wir offline sind War schön Ja Du bist auch schon christelig Echt jetzt? Ja Ich glaub Daniels Gedöns kackt ab Ja alles ey Jetzt können wir richtig ablästern Auch da Lieber netter Mensch Lieber netter Mensch Der Daniel Das ist so ein toller Typ Ich lieb Ich lieb den voll Ja Ist schon besser Aber du hast immer mal Zwischen so Ich verstehe es irgendwie Nicht so ganz Also irgendwas ist hier gerade Komisch Oder Ladet irgendwas gerade Broadcast mäßig Dein Netz voll Nö Also ich Komm Ist vielleicht dein Jitsi Server Einfach gerade am abkacken Ne Also ich seh euch ja Optimal Und ihr seht mich Ne Ihr seht mich nicht optimal Aber Ähm Ihr seht euch beide Ja zum Beispiel auch Einwandfrei Und Ich kann mal Hier gucken Ich weiß nicht wie Ich weiß nicht wie Wie Fige mich sieht Aber ich hab ihn sonst Ganz gern Ich hab mich heute sogar extra rasiert Also da die Barthaare Und da so ein paar Und da so ein paar Und die drei Und die elf da Ich hab aufgegeben Ich hab aufgegeben Zu glauben Dass ich irgendwann noch mal So eine Art Vollbart Tragen könnte Ich könnte dir was von mir Transplantieren Äh Daniel ist auch der einzige Mensch Den ich kenne Der bei seinem Internetprovider Keine Probleme hat Ja Hab ich auch nicht Wir haben den gleichen Interpretenten Wir haben den gleichen Provider in der Firma Es ist zum Kotzen Äh Dann hier Mein anderer Freund Hier aus Aus der Umgebung Äh Auch Den gleichen Anbieter Wir haben gestern noch Kurz versucht Per WhatsApp Zu telefonieren Weil sein Sohn Geburtstag hatte Katastrophe Guck mal Jetzt ist der Schabier Nur pechselig So seh ich Kristallklar Das ist schön Also Der Dunkelheit Entsprechend Oder du davon Wirklich Probleme Ah Jetzt hast du's gesagt Ich hab's extra Die ganze Zeit ausgespart Ich wollte hier Kein Victim Blaming Machen Aber Jetzt können wir es auch Auspacken Also auf der Arbeit Da hat's auch immer Ganz gut rumgespackt Ja Keine Ahnung Möglicherweise stören Also die Telekom ist hier Tatsächlich zurückgerudert Hier hängen überall Plakate bis zu 250 Mbit Ja Und jetzt steht überall Auf den neuen Plakaten Die sie aufgangen haben Bis zu 100 Mbit Oh Also ich kriege Trotzdem 110 Äh Und laut Denen geht auch 175 Aber das ist dann Ungleich teurer Das macht null Sinn Mhm Äh Die könnten den Upload Gerne noch ein bisschen Weiter aufdrehen Aber naja Das ist immer so eine Sache Da stellen die sich immer an Ja ja Das kostet ja alles Geld Ja Wenn jetzt Wenn jetzt die Telekom Noch ein vernünftiges Eine vernünftige Peering Policy Hinkriegen würde Dann wären die Naja Dann kann ich alles haben Ich mache jetzt einmal die Kamera aus Also ich kann mir nicht vorstellen Dass das daran liegt Aber Ja das mit den 1000 Mbit Und Kabel Ist immer so eine Sache Bei denen Das ist ja meist immer so So ein Sharing Und ich finde immer Zu Stoßzeiten Leidet dann irgendwo die Qualität Es kommt halt krass drauf an Wie viele schon Auf dem Ding sitzen Ja Daniel hat anscheinend Glück Im Moment nicht so Aber Das ist hier intern Ja das ist intern Ich weiß Ich mache jetzt ein Speedtest Ich will dich nicht hier blamen Alles gut Das muss etwas im Netz sein Du bist natürlich jetzt interessant Zu wissen Ob mein Also Speedtest Was ist denn jetzt mit Waldo Wollt der noch kommen Und Passwort Passwort Dings machen Ich glaube Ich glaube er hat Angst gekriegt Oder hat den Twitch Stream War das auch so Weil ich kann ja sehen Ob der noch guckt Wie kann man das sehen Ja du kannst Guck nicht mehr Du kannst sehen Welche Leute zugucken Ja Das kannst du machen In der Moderatoransicht Zum Beispiel Du siehst halt nur Die Benutzer im Chat Wenn jetzt Leute halt Über irgendeine App gucken Im Fernsehen Oder was auch immer Wenn die nicht angemeldet sind Dann siehst du es nicht Also anonyme Irgendwas Siehst du nicht Logischerweise Ja Internet ist hier leider Neuland Und noch mehr Neuland ist mobiles Internet Oh Waldo Doch Warum sehe ich es Warum sehe ich nicht in der Liste Was ist das denn Ja weil er gehackt hat Waldo ist ein Hacker Mann Alter Ja Waldo hat schon den Chat gehackt Und ist da komplett anonym unterwegs Deep Shit hier Ja Ach Irgendwas ist hier gerade wirklich im Arsch Was macht dein Speedtest Ich habe nur 300 Mbit down Und 14 ab Ja gut Du musst aber davon jetzt Deinen Stream abziehen Ja ich habe sonst 50 Ab Ja aber das erklärt es doch gerade Also dann ist aber noch die Frage Warum der Stream noch vernünftig Ich teste jetzt gerade auf dem Mac Ob Ja 14 Mbit reichen Ja für den Stream Ja ja Aber theoretisch sollten auch noch 8 Mbit über sein für dich Jetzt hängt der Stream Tut er Jetzt ist er wieder da Ja also hier ist tatsächlich irgendwie Vodafone Der Bösewicht Ich kriege da auch nicht auf die schnelle Wireguard zwischen mir ballert Das ist nämlich dann immer meine Lösung dafür Ja Mieteneintreiber Darf ich fragen wie alt du bist Weil du hast D2 gesagt Das zeigt eigentlich immer Dass man dann schon etwas älter hält Stimmt Das passiert mir nämlich auch immer Ich habe letztens noch überlegt Wie die Provider damals hießen Oder die Prepaid Tarife Das ist richtig schlimm Wenn man sagt hier Mann ist Mann Ja Kriegst du noch alle zusammen von früher Die 4 Wie die damals hießen Es waren 4 Stück D1 D2 Gab es da nicht auch E1 Nein Nein Die hießen anders Aber die gab es ja bis vor kurzem noch Das ist ja dann E plus wahrscheinlich Ja und dann gab es noch einen Boah Ah komm Du bist 17 Okay Krass Soll ich es sagen Nee warte Du denkst kurz nach Du hörst Type, type, type Nee Ich mache nichts Nee ich komme nicht drauf War ein längerer Name War ein längerer Fing mit V an Tatsächlich Verivox Nein Nein Daniel weiß es oder Ich muss gerade auch kurz Ich habe noch nicht angefangen nachzudenken Mit V Achso Mobilfunk Probeider von früher Ja aber Vodafone Ja Also vielleicht hilft es Wenn ich dir Ja vielleicht hilft es dir Wenn ich dir den Namen Der damaligen Prepaid Karte Von denen nenne Ja erzähl War ja Kolja War bei Oder ist ja bis heute so Ja E plus weiß ich gar nicht Und die anderen Da hieß das Loop Loop Ach so ist das Wargänger von O2 Muss ja Warte mal Ja Ja V V V Hm Ihr wisst es Wenn ich es jetzt sage Kommt Ach ja Ich habe mal den zweiten Buchstaben I Hm A Via 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 Ne Via Ich weiß nicht Keine Ahnung Via Via Hintercom Ach nein Ja stimmt Via Via Ja doch Via Hintercom Das waren die vier Mobilfunkbetreiber Okay Sag mir Ja so alt bin ich Mein erstes Handy hatte auch noch so eine Antenne zum rausziehen Und man konnte die Frontcover wechseln tatsächlich Ich glaube das habe ich ja noch irgendwo liegen Müsste ich jetzt tatsächlich Also es müsste in einer der Kisten hier neben mir Ich glaube ich habe hier tatsächlich Oder habe ich die weggefeuert Was habe ich hier denn noch Ne Habe ich weggeschmissen Ich hatte noch bis vor kurzem gesagt Achso Ich habe hier nur noch so ein So ein altes Ja okay Hä mein Achso Das ist das Unify vom Klimasland Ja ich habe gerade gedacht Also er sagte Internet Capacity wird zu 60% ausgelastet Und dann dachte ich Hä okay Da läuft irgendwas was ich noch nicht kenne Weil ich kriege hier zu Hause niemals 60% hin Also beziehungsweise da habe ich dann gedacht Ach da ist das Problem Aber Hast du gerade die ganze Zeit im Klimasland gedebuggt? Ne Ne Das war nur zufällig noch offen Ich habe 6 Mbit up Also das ist halt der Stream Und 12 Mbit down Ganz schön wenig Warum? 12 Mbit down Ja du hast pro Streaming wie 2,5 Mbit Meinst du jetzt bei den Kabel Channels oder was? Hm? Was? Wo? Was? Prost Nein Ihr seid jeweils mit 2,5 Mbit Achso Achso Tja die Frage wäre Ob ich noch Da irgendwie Ich kann echt überlegen Ob ich dieses alte Handy jetzt Warte ich gucke mal Ob ich das hier tatsächlich Das war in so einer Blechkiste Die wird man wahrscheinlich Relativ einfach sehen Und die Handys waren ja früher Auch nicht klein Die wurden ja erst klein Und dann wurden sie wieder groß Aber damals waren sie halt noch Relativ groß Okay es war sehr einfach Ich wusste welche Kiste das war Und dann glitzerte mich Seid ihr bereit? Also ich gucke mal rein Dass da wirklich noch dieses Handy drin ist Ja ist es Nicht dass ich da irgendwas drin habe Was man nicht sehen sollte So Wollte sehen Daniel willst du das Fenster einmal groß machen? Ist doch schon lange Aha Guck mal Wo sah das damals aus? Alter wir haben echt ganz schön viel Packet los Also wir müssen mal gucken Ob wir Ja also man sieht auf jeden Fall Ja Und zwar ist das noch die gute alte Ja es ruckelt gerade extrem Immer noch Wahrscheinlich Seltsam seltsam Auf jeden Fall Vielleicht geht es jetzt ja Das war meine Das war mein erstes Handy tatsächlich Ich habe alle danach glaube ich immer Weiß ich nicht Weggeschmissen oder so Aber das hier war Das konnte ich nicht Und das Handy Sah So aus Geil Ja du konntest dann so machen Aber du konntest Ich stecke meine SIM-Garte rein Das würde mich mal interessieren Was passiert Ja warte mal Eigentlich konnte man dieses Cover Gott Vielleicht breche ich jetzt Einfach das Handy Nee doch nicht Zwar konnte man Das Handy Äh Tatsächlich Hier so dieses Cover abmachen Weil da konnte man Konntest du extra Cover für kaufen Ich glaube das habe ich mal zu Weihnachten Dann konnte man ein neues Cover einsetzen Das war dann Da war es so ziemlich Ähm Ich weiß halt nicht Ob ich das Ladegerät noch Und die Äh Der Der Connector-Schutz War tatsächlich nur so ein Gummi Was du drauf gemacht hast Ohne Dass es da irgendwie Einen Schutz gab Also So ein Ähm Wie heißen denn diese Diese Nippel halt Die am Telefon mit dran sind Dass das niemals abfallen kann Dann musste man immer aufpassen Dass dieses Ding nicht verloren geht Ich weiß gar nicht Ob ich dafür jemals So ein Datenverbindungskabel hatte Ich glaube nicht Ist das auch noch so eine Box Wo man von außen Die Telefonnummer dran sehen konnte? Ähm B Also das war Steht hier noch Deine D2-Kolja-Box Mit Warte mal kann ich das vielleicht So besser zeigen Ja So ungefähr So Da steht noch Deine D2-Kolja-Box Mit 25 Mark Startkapital Nur in Verbindung mit dem Trium Astral Ach hier steht es noch Der D2-Debitel Mannesmann-Spruch Von damals Der eine hat es Der andere nicht Ich erinnere mich ganz dunkel Stimmt Dann hast du tatsächlich hier Jetzt habe ich die Weggeschmissen Ist das denn immer noch Die Nummer Die du Jetzt hast Ne Ne Ich gucke gerade Ob ich noch wieder finde Weil ich Ich habe tatsächlich noch Die Nummer Aus meiner Kolja-Box Damals Also anscheinend Gab es damals auch nicht Simlocked Das hieß hier noch Der Debitel Traumpaar-Effekt Okay Und an so einem Infoblatt Dieses Handy gibt es nur Gibt es zum super günstigen Preis Weil es ausschließlich mit dieser Debitel D2-Kolja-Karte funktioniert Damit sie das Paar trennen können Bezahlen sie einfach 200 Mark Oder warten 24 Monate Stimmt Dann kann ihr Handy auch mit Dann kann ihr Handy auch mit Eine andere Karte genutzt werden Und ich weiß noch Dass ich das nach drei Jahren Ausprobiert habe Und das Handy ging nicht Mit der anderen Karte Naja, du musst ja Dann den Freischaltcode Genau Du musst so einen Code Anfordern Den du dann Von deinem Netzbetreiber bekommst Das geht dann nicht einfach so Das war Da war kein Timecode hinter Oder so Du musst es tatsächlich Da anrufen Und deine E-Mail Dort angeben Und aus dieser E-Mail Haben die einen Code generiert Damit du den Den Simlock Freischalten kannst Kannst ja sonst Mal bei Wollt fragen Das geht jetzt bestimmt noch Ja, hallo Ich hab hier so ein Trium Ah, nee Die Karte ist nicht mehr da Schade Dann sag ich mir Warte, ich verbinde ihn mal Mit Günther Seit 50 Jahren irgendwo Mit der alten Software noch Und gibt die Freischaltcodes Alle fünf Jahre raus Mittlerweile ist da ein bisschen Grün dran Aber Das ist Fast gewesen Also ich weiß noch Dass ein Kriterium war Dieses Handy zu kaufen Weil man damit Vierzeilig SMS schreiben konnte Ist, äh Also Flemming Bist du das jetzt hier eigentlich Dieser Fellow Jitsa Ich schmeiß mich mal Ganz kurz raus Äh Weil Warte Ich glaub das ist ja Weil Dann sind wir vielleicht größer Ah So, was ist hier schon wieder los? Bau hat für sich einen 3D-Drucker gekauft Ähm Ich sag da noch gar nichts zu Nachricht Einfach so Was genau meinst du? Ich trage Ich trage Kapuzen meistens so So Hi Na Es gibt hier nichts zu sehen Das wird ein sehr anstrengender Stream jetzt Ist okay Ja, wer da steuert ja schon wieder Hä? Ach Die schöne Ansicht ist wieder kaputt Naja Äh Ja Ja, dann haben wir das Thema ja auch Hier, da steht die Nummer tatsächlich noch drauf Von außen? Ja, aber Aber So hier Da so draufgeklebt halt Ja, genau Und Ein Kumpel von mir Der hat übrigens immer noch Ein Vodafone-Shop In Ich nenne den Ort jetzt nicht Ähm Da kann ich mich noch genau dran erinnern Ich hier als Steppke mit meinem Papa Und dann hat er gesagt Ah, hier komm mal mit um die Ecke Und dann war da Eine ganze Palette Ähm Mit diesen Callia Äh Boxen Und da konnte man sich so die coolste Nummer raussuchen Die man sich am einfachsten merken konnte Und die hast du bis heute noch Ja Wie ist die denn nochmal? Kannst du dir nochmal eben kurz sagen? Also Das ist null Aber ist die denn einfach zu merken? Ich kenne deine Nummer Die ist tatsächlich einfach zu merken Ja Also ich habe in meinem Leben glaube ich Drei verschiedene Handynummern besessen Das ist die einzig Die erste und Einzige Nummer Die ich Ich weiß, aber du magst ja auch Du hast Veränderungen mehr als ich Ja Also wenn man für dich Ein Ort bauen müsste Wo du dich wohlfühlst Dann wäre das eine Betoninsel Mitten im Wasser Mit einer Gummipalme Und vielleicht noch ein Campingstuhl Damit sich nichts ändern kann Genau So wie sieht es bei Daniel aus? Ist der immer noch so fleckig? Ja Schlechte Verbindung Ja, ich habe keine Ahnung Also ich wüsste jetzt auch nicht Was ich machen könnte Ohne dass das den Stream gefährdet Deswegen Lass ich es einfach so Weil ihr seid gut zu sehen Und Das reicht ja Ja Natürlich Das heißt aber Wenn wir jetzt Grab Mechanic spielen wollten Dann haben wir ein Problem Nö Dann könntest du zum Beispiel Die Daten von Daniel kriegen Und du streamst Machst du halt Facecam Ja gut Aber den Stream jetzt Beenden und so Dann kann ich ja theoretisch auch Hier das Internet neu machen Also ich Ich würde jetzt den Stream Nicht nochmal neu starten Wenn wir aufhören Ja Also es Es läuft ja theoretisch Also ich Ihr funktioniert ja komischerweise Also wenn ich darüber nachdenke Achso der Upload ist zu niedrig Wahrscheinlich dann Ich weiß es nicht Keschke Ja Daniel hat Also das Ding hängt per LAN dran Obwohl Daniel Ein ziemlicher Verfechter Des Sehr guten WLANs ist Ja Und dann WLAN hat das nicht passiert Ich glaube nicht Ja also das Kubische ist wirklich Warum Ich Pixelig bin Das ist völlig unlogisch Ja Sie haben IT-Probleme Rufen sie nicht Uns an Wir wissen selber Nicht was wir tun Ja Ja so ungefähr Also ich frage jetzt Hat Waldo sich jetzt Verheckt aus Versehen Und hängt ihn woanders rum Oder Ich habe nur zwischendrin gesehen Dass er gesagt hat Ja ich bin noch da Aber Ja aber Waldo hat auch geschrieben Dass er heute nur Warte mal Was hat er gesagt Sicherer Umgang Datenverkehr Internetführerschein Gibt es Dann nächstes Jahr Vor Ort wieder Achso okay Heute aber nur Schriftliche Beratung Achso Wäre schade Also falls ihr jetzt Fragen an Waldo habt Das ist Der bärtige Mann Aus dem Kliemannsland Der guckt Anscheinend noch zu Nebenbei hat er Eine IHK Umschulung Gemacht zum Hacker Und zum Datenverarbeiter Wenn ihr jetzt Technische Fragen Haben solltet Die ihr schon immer mal Geklärt haben wollt Dann könnt ihr die gerne Jetzt im Chat stellen Und Waldo wird die So schnell wie es geht Beantworten Habt ein bisschen Nachsicht Der lernt auch noch Zehn Finger tippen Das macht er jetzt In der Abendschule Ja Genau Ungefähr so Wie alt ist Waldo? Waldo ist Jahre alt Das weiß keiner so genau Der ist einfach Irgendwann aufgetaucht Und seitdem ist er da Ich könnte Es soll er lieber selber sagen Wo ist Waldo? Ungefähr auf Seite 7 So rechte Seite Was denn? Ich hab das Infil Genau in die falsche Richtung gestellt Deswegen dauert der Druck so lange Ich hab statt Ich wollte weniger Infil machen Und hab statt auf 5% Auf 15% gestellt Oh Mann ey Ist jetzt egal Wie schnell wächst Und wie schnell wächst ein Bart? Meinst du wie schnell sein Bart wächst? Schnell Sehr schnell Man muss nur Die Die Klimasland Videos Angucken Ab dem Moment Wo Wo er komplett Kall rasiert wurde Also im Kopfbereich Äh Wie dann nach und nach Ähm Der Bart Wieder gewachsen ist Also Du hörst es eigentlich rascheln Wenn der Bart wächst Bei ihm Ja So ein leichtes Rascheln Und so ein Rauschen auch Ja Wie sieht es eigentlich aus? Wollen wir gleich noch eine Runde zocken Und äh Eine Eine Abschlussrunde machen Oder ähm Was ist jetzt noch so der Plan? Ist Flem eigentlich noch hier? Ich sehe es gerade nicht Nicht hier drin Also ich könnte mir vorstellen Dass er den Chat Laufen hat Äh Den Stream laufen hat Und das jetzt vielleicht Dann hört Ähm Ja Keine Ahnung Eigentlich sind wir Von unserem Eigentlichen Programm durch Und ähm Ja Wir könnten theoretisch noch zocken Und gucken Wie gut das funktioniert Also anscheinend hat sich Der Stream ja zumindest Ansatzweise gefangen Also man kann mich Hier wieder erkennen Oder hat zumindest den Druck Ähm Die Frage ist halt Ob man Ja Scrap Mechanic Kann man da Überhaupt Koop spielen Das Survival Ich gehe davon aus Naja Ich gehe nämlich nicht so Unbedingt davon aus Weil Ähm Ich das Nicht so Gefunden habe Blitzdose sagt Ja kann man So Okay sehr gut Wir haben hier Wir haben hier So ein kleines Schrammissen Was wir gerade nutzen Ja Danke Wir haben gerade so etwas wie eine Community Hör da drauf Daniel Äh Was ist Ist Waldos Zimmer wirklich so dreckig und unordentlich? Nein 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 Waldo war zu dem Zeitpunkt einfach nicht da und man hat zur Sicherheit damit man nicht sieht was alles in seinem Zimmer ist einfach ein Greenscreen aufgebaut Es ging einfach nur darum um seine Privatsphäre zu schützen Ja Und vielleicht um das ein oder andere kurz da zur Seite zu stellen Außerdem war das ja auch gar nicht Waldos Zimmer das war das Hirsch Zimmer Das war das Ballonzimmer Shibuya Crossing Zimmer Air Force One Zimmer Gänsezimmer Kuhstallzimmer Ballonfahrt Zimmer Ja Hatten wir noch Weltall Weltall Himalaya hatte ich schon gesagt ne Äh Die Furzampel geht die noch? Ja Die geht wieder Tatsächlich Ähm Die war lange Zeit aus Jetzt funktioniert sie Die wieder Denn es fehlte Also die Unteren Beiden gehen wieder Die obere geht noch nicht Ähm Liegt aber da einfach daran Dass da keine Steckdose gerade ist Wie es halt so ist Steckdosen Kommen und gehen Ähm Deswegen geht die untere Furzampel Funktioniert wieder komplett Oben nicht Aber das ist ein guter Schnitt Zwei Drittel Wie viele Besucher gab es sonst beim Rüttüter? Ich glaube im letzten Mal waren wir 150 Oder so Ja also 150 mit Auch hier Kliemannsland Kosmos Und so Ähm Wir rechnen da halt immer noch mal Kontingent ein Von Leuten die So oder so Im Kliemannsland sind Und vorab viel helfen Dass wir das überhaupt da machen können Ähm Und die Die kommen natürlich so So da rein Ähm Ja Es ist halt ja noch oft Dass äh Manche Personen halt da sind Um einfach eine schöne Zeit zu haben Aus Kliemannsland Kosmos Ähm Die kommen natürlich Einfach so dahin Und Die nutzen jetzt nicht so viel Von den Projekten Die dort sind Oder die Sachen Die wir da haben Ähm Die wollen einfach eine schöne Zeit haben Ähm Das können die dann ja Da ja auch einfach so Haben Die nehmen allerdings Keine Plätze weg In der Turnhalle Oder so Das ist alles komplett losgelöst davon Ne Äh Wäre kein Corona Hätte ich kein Abi Wäre ich diesmal Echt gern dabei gewesen Ja gut Das ist eine Unverknüpfung Ähm Ja du Vielleicht nächstes Jahr Also ähm Schon sehr schade Dummes auch Ich hab Ein paar Sachen schon bestellt gehabt Die jetzt hier liegen Ähm Ist halt doof gelaufen Ich hab am Anfang Kommst Stream schon mal gesagt Ist sehr schade Das wäre auch das erste Rüttüter Mit äh Vernünftig Netzwerk Beim ersten Beim zweiten Rüttüter Haben wir noch Kabel Einen Tag davor Noch Keystone Modula An die Netzwerkkabel Drangebastelt Damit wir irgendwie Auf der Bühne Internet haben Ähm Mittlerweile Liegt da Glasfaser hin Ähm Wir haben Überall an wichtige Punkte Äh Kommt Cut außer Wand Ähm Vernünftig Strom ist gelegt Ja Da ist einiges passiert Und diesmal Ähm Ja Die Monitorwand Also die Fernsehwand Die Daniel mal gebaut hat Die ist jetzt auch Komplett vernünftig Und funktioniert Ähm Vorbei stand der Rechner Immer direkt da oben Auf der Bühne Das war nicht so schön Jetzt steht er woanders Und man sieht halt tatsächlich Und man sieht halt tatsächlich Nur noch Die Fernseher Und nichts anderes mehr Also die Technik ist eigentlich Komplett Die dahinter ist Um das zu betreiben Die ist halt komplett verschwunden Die ist unsichtbar Die ist im Boden versunken Wirklich nochmal dickes Lob an euch Letztes Jahr Wäre echt super Dankeschön Vielen, vielen Dank Ja Auch Dankeschön von den Anderen Die jetzt gerade nicht hier sind Blemings Gamow Ich hab's angefangen Verdammt Torben Ja Und Jetzt packen wir schnell die Liste aus Alex, Jonas Pia Die komplette Chaos-Bubble Danke Danke, dass du mich rettest Ja Gar kein Problem Ist es auf dem Klo Immer noch so nebelig Ja Das ging dann nie raus Ja Man kann dann noch so viel wedeln Das ist immer noch da Wenn man jetzt noch da reingeht Das ist Steht immer noch sehr rüttiger Nebel Und die Mucke Halt immer noch in den Rohren Ja Das haben wir nicht mehr rausgekriegt Wir haben es versucht Mit Metalcore Mit Screamo Mit irgendeinem anderen Techno-Zeug Alles Wir haben alles an Musikstilen Da reingeschmissen Es ist das dominanteste Club-Klo Nebel-Klo Licht-Klo Was es überhaupt Auf diesem Planeten geben kann Und das Ding ist Selbst Brian steht da noch Ja Gehst da rein Und dann legt er immer noch auf Hallo Hallo Ja ne Der ist da Der bleibt da einfach Der hat da seinen Ort gefunden Und wenn Leute ihren Happy Place finden Dann sollte man sie da auch lassen Ja Ab und zu muss er raus zum Arbeiten Aber dann geht er abends wieder rein So Den haben wir übersehen Da hat jemand Gute Nacht gesagt Gute Nacht Dragon LP8 Der jetzt Oder IP Dragon IP8 Bin da echt schlecht drin Das vorzulesen Wahrscheinlich Kriegst du es nicht mehr mit Aber gute Nacht Meine Nase verstopft langsam Was hattet ihr euch Außer der Orga Noch andere Projekte vorgenommen Von Robwey 28.0.1.0.1 Nein Was ist Flemming wieder da? Ja Ja Seht ihr euch Außer der Orga noch Achso Auf dem Ja Also Wir hatten ein paar andere Sachen noch vor Aber Ja Das Verrät man natürlich jetzt noch nicht Weil Dann wäre es ja nächstes Jahr keine Überraschung mehr Ziel ist es ja immer ein bisschen Dass wenn man da reinkommt Man vorher halt nicht weiß Wie es da drin jetzt aussieht Und wenn ich jetzt was verraten würde Wäre es halt dumm Dann muss ich Für nächstes Jahr was Neues machen Und Informatiker sind ja auch ein bisschen faul Und wenn sie eine gute Idee haben Muss man ja nicht gleich verraten Flemm hat heute Oder wir haben heute Mittag schon ein bisschen gespoilert Heute Mittag Heute Nachmittag Ähm Aber naja Ja Flemm Wie du siehst Hat Daniel leichte Probleme Ja Habe ich jetzt gerade schon eben mitgekriegt Deswegen bin ich mal rausgegangen Um zu gucken Ob das vielleicht Es lag nicht an dir An der Gesamtzahl der Leute Mach mal Also wenn es geht Und du noch kein Schlafie an hast Äh Mach doch mal deine Kamera an Äh Geht gerade nicht Weil ich den Am anderen Rechner bin Und der hat keine Webcam Ah ok Aber pass mal auf Ich kann das anders machen Äh Ich bin auch Am anderen Rechner Und habe keine Webcam Ich finde es übrigens sehr schön So viele Menschen Gleichzeitig Also so konstant zugucken Ich äh Also entweder ist das wirklich so Oder ist das ein Bug in Twitch Ja Irgendwie sowas Ich vermute Bug in Twitch Nee Wenn du mal guckst Sind immer noch viele da Ja Also ich äh Habe immer das Gefühl Dass das irgendwie verpackt ist Aber es ändert sich immer Wenn wir Ja Wir sitzen hier halt Komplett verpeilt Und wundern uns Dass so viele Leute noch zukommen Und wenn wir sonst Action schieben Ne So Und wir machen dann Äh Wirklich sowas Wie Wir spielen Scrap Mechanics Oder Counter Strike Oder Was haben wir Wir haben auch mal Anno gespielt Dann gucken drei Leute zu Wir machen irgendwas falsch Anscheinend Ich weiß nicht Hat Wahrscheinlich hat Daniel das auch nicht Unter Just Chatting einsortiert Ich hab das gar nicht einsortiert Ja natürlich nicht Kann ich das gerade Klar Warte mal Hier Kategorie Just Chatting Und gleich geht es Sex Für Twitter Oder was Klar Wie besprach Deutsch War das gar nicht Auf Just Chatting Oder was Nein Oh Mann Echt mal Wir hatten die ganze Zeit Die ganze Zeit Viewer abgreifen können Ja Ach Daniel Daniel kriegt erstmal einen Twitch-Kurs So Ich hoffe Ich hab's jetzt gerettet Aber ist krass Schon 5 Stunden 5 Stunden 47 Minuten Ja Aktivitätsfeed 106 Verstehe ich nicht Ich kenn diese Mordgeschichten hier nicht Ich auch nicht Ja Ja also Wir haben Tatsächlich auch Richtig viel Follower Gained Mann Du hast nicht mal Die Alerts Angemacht Was für Alerts Ja Wenn jemand Followt Dann wird das Mal eingeblendet Da hätten wir mal Sagen Hey Hier kommt Snow Surfer Hilfe Das heute war nur ein Test Morgen Morgen Wir legen wir richtig los Morgen Macht Scamo Kocht Sandwiches Und Daniel und ich Wir werden SMD Löt Ich kann's immer noch nicht aussprechen SMD Löt Workshop machen Und Flo wird die ganze Zeit dabei sein Und coole Sachen machen Und Jonas macht ein 3D Modell Wird hier denn nun öfters gestreamt Also ich find das hier super Also wenn's irgendwie Anklang findet oder so Ich hätte da Lust zu Man muss es halt irgendwie füllen Also wahrscheinlich nicht so So viel Stream Wie heute Dann werden das so kleinere Sessions Aber man kann sicherlich mal überlegen Ob man so Live Lötting Ist eigentlich ein schönes Wort Lötting Macht Oder irgendwie sowas Dass man irgendwelche Projekte mal Zeigt Aber auch da ist es halt Dass Wie gesagt Das hier jetzt Vorzubereiten Das hat Daniel Zwar In Daniel Zeit An einem Tag gemacht Ist in echter Zeit Ein bisschen mehr Und dann muss das ja noch Dann auch Programmiert werden Und so Also das macht man nicht mal eben Das frisst echt viel Zeit Aber prinzipiell Kann man bestimmt sowas nochmal zusammen machen Klar Das schreibt Waldo Ne erstmal weiter Äh Häufig Das gestreamt Wann geht es morgen los Morgen Rölfzig Uhr Dann machen wir das nochmal Oder Oder Dreiundzwölfzig Uhr Ja Dreiundzwölfzig Uhr Drolfen Zwanzig Heute Ich habe heute gesehen Mega Also vielleicht Stimmt das auch nicht Ich müsste es nochmal aufzeichnen Vielleicht ist es dumm Wenn ich das jetzt sage Ich habe eine neue Lieblingsuhrzeit Glaube ich Na Oder Oder warte mal Ich muss das nochmal eben aufzeichnen Nicht dass ich jetzt Quatsch erzähle Wie geht denn das Schaut ihr auch ab und zu bei Twitter vorbei Mein Keksi Wie meinst du Also ja Jeder guckt ja mal bei Twitter rein Oder was meinst du speziell Wahrscheinlich So Dass man da auch rumtweetet Das macht Figge Glaube ich Hin und wieder Das ist Figge am aktivsten Ja Doch Ich habe es nachgeguckt Wenn ich mich jetzt nicht täusche Und zwar Ich habe ja mehrere Lieblingsuhrzeiten 11 Uhr 11 22 Uhr 22 23 Naja Sowas halt 1 3 3 7 Und 7 0 7 Weil dann wenn der Wecker runterfällt Steht dann Lol Das sind so Aber 9.56 Uhr ist mir jetzt auch aufgefallen Das ist auch eine meiner Lieblingsuhrzeiten Weil Ach jetzt sieht man das wieder nicht Scheiße Da so Und wenn man es umdreht Steht es da immer noch Jetzt nochmal Naja also Das hat keiner gehört Oh ne es ist viel zu überbelichtet Ja warte ich Gerade ging es irgendwie da So Und wenn man die so rumhält Dann haben wir 9.56 Uhr Und wenn man so rumdreht Also auf dem Kopf Haben wir immer noch 9.56 Uhr Verrückt Das ist eine meine Also das ist eine ganz krasse Geheime Lieblingszeit Die ich bis heute nicht auf dem Zettel hatte Und ich habe es heute mal auf dem Wecker gesehen Und dachte mir Krass Und das ist mit 5.55 Uhr Wann soll ich denn diese Uhrzeit mal sehen Vermutlich um 5.55 Uhr Oder wenn du irgendwann mal Kinder hast Ja Ja ich habe Blödpasta an den Finger Ähm Ablecken Ja Schmeckt bestimmt gut Oh nein Sag mal wie ist das eigentlich Darf ich jetzt ein Bier trinken? Wer sollte das verhindern Aber vorhin meintest du noch Du hast kein Bier Oder hast du das Ja Nee also es ist halt kein richtiges Ich habe Sowas 0-0 Achso Aber es geht natürlich auch Ja Flo hat auch schon um 16 Uhr vorhin eins getrunken Ja der ist ja auch durch mit seinem Leben Klar Eins Gibt es nächste Woche auch einen Stream Puh Also Tatsächlich Streamen wir ab und zu Auch momentan eher selten Wir haben ja eine lange Zeit immer Landwirtschafts-Simulator gespielt Bisschen abgeflacht Ähm Dann haben wir auch viel GTA gespielt Dann mal ein bisschen Scrap Mechanic Ähm Aber nicht so häufig tatsächlich Das haben wir dann aber nicht hier auf dem Rudita Channel gemacht Und ich denke auch mal Dass wenn wir sowas machen So ein Stream Zeug Das auch nicht auf Rudita machen Weil dazu Ist das nicht gedacht Ähm Das machen wir derzeit immer noch auf meinem eigenen Ähm Ja Ansonsten Waldo ist schon wieder heiß Waldo will jetzt schon wieder L.A. spielen Wir haben immer noch den Bus-Simulator Hallo Genau Den müssen wir auch erstmal durchziehen Ja Haben wir immer noch nicht Aber haben wir so viel Geld dafür bezahlt Äh Daniel man sieht gerade deinen Monitor ne Ja ich weiß Okay Ja ich weiß Ich mag das ja gerne Wo streamt ihr sonst Ja Figgel Kannst gleich teasern Oh ja Äh Statt oben in der Leiste Gibt sie nicht Rudita ein Sondern Chris Figgel Dann Kann man da Äh Zugucken Wenn wir sonst mal streamen Ich werde mal überlegen Ob wir immer noch mal einen eigenen Channel machen Ja Ja So ist das nämlich So Ich überlege gerade Müsstet ihr mich auch mal wohin Ja die Frage ist Wie wir So Also wollen wir jetzt gleich dann noch zocken Und das streamen oder Also ich wäre dafür Das könnten wir eigentlich nochmal gerne tun Dass wir noch einmal zumindest Ich weiß nicht wie lange Ähm Noch einmal gucken wie Scrap Mechanics funktioniert Ja Komischerweise Komischerweise werden es jetzt halt immer Mehr Leute Also Ja weil wir Just Chatting angemacht haben Ich sag's dir doch 70 Okay Ja Wäre jetzt mal interessant Wer alles noch dazu gekommen ist Wer 57 Nee bei mir sind 70 Bei mir sind es auch 70 Daniel ey Frisch Frisch aktualisiert Ja Wer macht das automatisch eigentlich Ja bei dir funktioniert gar nichts mehr automatisch Weil du nur noch Pixelbrei bist Ey das ist auch Hat mich glaube ich schon mal gerantet Der sieht zwar super aus Der Flaschenöffner Ist aber der Das Absolute Design Fail Deluxe Weil Wie willst du denn Also der hat ja auch Kreuz Kreuzschlitz Hier hat er Schlitz Da hat er Kreuzschlitz an den Flügeln Ist ja ganz cool Aber Du kannst es nicht richtig benutzen Weil wenn du es so Da sieht man das wieder nicht Aber wenn du den Halt so ansetzt Und aufmachen willst Hast du hier unten Die Spitze Die dir in die Hand ballert Und hier oben auch Diese zwei Spitzen Du musst da noch Eine Zange Für Mit ran machen Ja Gute Idee Wie lange hast du das Ding denn noch Ja schon Ich weiß es nicht Aua Warte ich brech mir kurz die Hand Dann bin ich wieder da Alter hab ich hier nicht ein Feuerzeug Hier warte Meine Meine Fahrkartenzange Hab ich doch noch Wenn ich Kontrolleur spiele Seite von dem Ding Hä Ich hab meine Kontrolleurzange Ein richtiger Kontrolleur Da kann Äh Ich mach nämlich nebenberuflich Nebenbei bin ich Kontrolleur In der S-Bahn Sven guckt auch Und will sich nicht einloggen Wer ist Sven? Ja Hilf uns mal auf die Sprünge Vielleicht Hier sind wahrscheinlich auch ganz Also wir wissen ja gar nicht Wer alles da ist Stellt euch doch mal vor Ich könnte mir vorstellen Dass Eisklown sonst Michi heißt Das ist ein Freund von dir Meinen Leuten Ja Deine Leute Meine Hood Oder so Dankeschön Ich hab ähm Tatsächlich hier so ein So ein So ein Wie heißen die Dinge? Softbox Softbox Ich hab hier so eine Softbox hingestellt Tatsächlich Und den Schreibtisch ein Stück von der Wand gezogen Damit ich die Kamera besser hinstellen kann Ich kann auch meine Tischcam anmachen Oh das ist ja werbung mäßig Nicht so gut gewesen Ich bin hier voll professionell mit Du kriegst das Wort nicht mal hin Alter Echt Und in dem einzigen Raum bei mir im Haus Wo kein Fenster war Ja Ist okay Das ist ja alles Greenscreen Achso Stimmt Du sitzt ja sonst eigentlich in diesem Marmorzimmer Ja Äh Abgesessene Kokosnutz Fragt Oder sagt Ihr könnt ja mal sagen Wir zum Programmieren Beziehungsweise eurem Kram Den ihr macht Gekommen seid Ähm Flo Willst du anfangen? Ähm Boah Also Programmieren Hab ich ja nie Nie so So Richtig gelernt Gemacht Oder sonst irgendwas Das ist eher so Geschnipsel Hin und her Kopiererei Ähm Hauptsächlich mach ich halt IT Kram Da wo ich arbeite Kümmere mich halt ums komplette Netzwerk Mehrere Standorte und so Zwei Rechenzentren Halt so Admin Gedöns Also jetzt direkt am 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 Kunden Sag ich mal Sondern mehr Das große Ganze verwalten Netzwerktechnik Und also ein Scheiß Das mach ich Hast du jetzt erzählt Wie du Nein Nicht was du machst Sondern wie du dazu gekommen bist Dass du das tust Warum hast du dich dafür entschieden? Boah Schön dass du Drum rum erklärt hast Ja Ne Ja Warum bin ich dazu gekommen? Ich glaube Da war schon Im Kindesalter Eine gewisse Affinität Und dann hatten wir halt Im Freundeskreis Auch Äh Freunde gehabt Die Die Das auch beruflich gemacht haben Und das fand ich einfach toll Und da hat man dann irgendwo Zu aufgeschaut Und gesagt Boah Da hab ich auch Bock zu So Also Da wurde man dann irgendwie Zu Angetriggert Brian ist übrigens auch Gerade dazu gekommen Also wenn es Brian ist Aber Das erste Was das Leben des Brian schreibt Ist mehr Haut Also Ja Das Das wäre so ein Classic Brian Äh Wir haben gerade schon gesagt Brian Du lebst immer noch Äh Im Saal Hinten Im Klo Weil das ist bis heute neblig Und legst da immer noch Jeden Abend auf Ja Du hast es seitdem auch gar nicht Wirklich verlassen Nur für die Drehs Kurz Ja Äh Was hast du gelehrt Flo Konto vor vier Minuten erstellt Äh Was Äh So Äh Also damals hieß es noch IT System Elektroniker Ja Und seitdem Was weiß ich Fachinformatiker gab es Oder ein Fachinformatiker System Integration All so ein Schickimicki Das hat sich ja gefühlt Jährlich geändert Ja Ungefähr Jetzt nennt man die Stelle Keine Ahnung System Administrator Oder irgendwie sowas Ja du könntest ja noch aufsteigen Dann wäre es Devop Ja Dann lernst du noch ein bisschen programmieren Machst beides ein bisschen Und dann Kriege ich auch noch hin Dusselig verdienen Ach gibt das heute immer noch System Elektroniker Krass Ach echt Hat Brian da letztes Jahr aufgelegt Ja Brian hat letztes Jahr auf den Rüthüter im Damenklo aufgelegt Das war hinten in der Ecke Deep House Irgendwie sowas Hat auf jeden Fall geballert Ja Deep House Ah okay Ähm Da das Quasi In der Es war in der Darmentoilette Aber da waren alle Also von daher Also von daher war das Unisex Da geht's gar nicht Ich weiß gar nicht Simon Lai Ja kann man auf jeden Fall machen Also wir können jetzt bestimmt noch irgendwo hochladen Und irgendjemand der wirklich viel Zeit und Bock hat Kann gerne daraus irgendwas schneiden Oder so Oder ein Inhaltsverzeichnis machen Oh Gott Stream Highlights schneiden oder so Ja Kann Falk machen Und sowas alle Ähm Ist jetzt die Rede vom Rüthüter oder vom Aduka Ähm Das was wir gerade gesagt haben Wie Brian auf der Toilette aufgelegt hat Das war Rüthüter Beim Aduka war das eine Toilette glaube ich Oder? Ich weiß es gar nicht mehr Ich glaube schon Okay Daniel ist weg Nö Ich Achso Du hast nicht mal geblinzelt Du bist total der Freak Äh Siehst du doch Bei der schlechten Qualität nicht oder? Aduka war auf dem Herrenklo Ich find's gut Dass wir das genau trennen Aduka ist Herrenklo Diebhaus Und Ben Rüthüter ist auf dem Damenklo Diebhaus Ja du musst ja auch halt immer gucken Das muss ja erst alles wieder hergerichtet werden Wenn so jemand wie Brian da auflegt Dann musst du ja tatsächlich erst mal die Fliesen mit Nutella Wieder an die Wand kriegen Da ist ja kompletter Abriss Ja Der Schimmel muss erst mal wieder an die Decke geklebt werden Keschki Wieso legt man auf der Toilette auf? Ja warum legst du nicht auf der Toilette auf? Man weiß doch Dass da der Klang einfach am besten ist Da sollte man sich erst mal Ja genau Und es ist komplett gefließt Genau Snow Surfer sagt Weil es geht Ja Wie alt war Snow Surfer nochmal? Ich müsste jetzt echt hochscrollen Ne kann ich nicht Ich hab zwischendrin neu geladen Er kann das ja gleich nochmal schreiben Da kann man es nicht verkacken Ja sehr gut 26 alles klar Ja in die Küche konnten wir da nicht Das wäre im Haupthaus gewesen Im Herd Und da leben Leute Da muss man nicht deren Küche verwüsten Obwohl auf dem Rüttetal verhältnismäßig wenig kaputt gegangen ist Verhältnismäßig Was ist bitte kaputt gegangen? Ich überlege gerade Ja jetzt muss auch was kommen Weil sonst Passt der Satz nicht Ich wüsste ja auch nicht Was kaputt gegangen ist Ja Irgendwas bestimmt Bestimmt Flaschen Ich hab tatsächlich mehrere Flaschen zusammenkehren müssen Ja 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 gut das ist ja der Klassiker Und was Die Bildschirm die kaputt war Wo er einfach die Nicht-Tastatur eingecheckt habe Achso die Monitore Mit der Tastatur drin wahrscheinlich Ja Also würde ich vermuten Die Kette von Brian's E-Moped Ja das war aber auch Ein Gefrickel mit dem Scheißding Ja Und was? Ein Glas Es fehlte Mario Und es lag eine Capri-Sonde vor der Tür Juhu Das hab ich Da hab ich mich richtig aufgeregt Da steckt sogar noch der Strohhalm drin Was? Ja Aber nur so ein Stück Weißt du dass du es kaum sehen konntest Das war richtig Absicht Ich glaub ein Strahler oder so Aber Alles im Rahmen Ja Ich glaub das sind immer die Was Also das Das Event Was Am wenigsten Ja wo am wenigsten Nacharbeit eigentlich ist Es ist tatsächlich so Dass bei Beiden Rüttiters Die bisher stattgefunden haben Großteil der Teilnehmer Einfach da geblieben ist Und haben mit aufgeräumt Und sind erst dann gefahren So jetzt ist es zu Ende Das war's Wir räumen jetzt noch auf Und meistens bleiben Echt viele noch da Und räumen mit auf Bis tatsächlich Die ganze Saal durchgefegt ist Und alles irgendwie Weggeräumt ist Und fahren erst nach Hause Das Aufräumen Dauert gefühlt Eine dreiviertel Stunde Und es ist alles weg Als wäre nie irgendwas gewesen Oder auch vernünftig Weggeräumt Also nicht irgendwie Hier Tür auf Alles reingeschmissen Wieder zu Und du hast es tatsächlich Nachher genau in den Kisten drin Aufbau dauert halt Irgendwie zwei, drei Tage Abbau dreiviertel Stunde Und alle Du bist dann wirklich Nur damit beschäftigt Zu sagen Okay Leute koinieren Und sagst Okay du hast das Das kommt dahin Das kommt dahin Dann räum das da rein Roll das zusammen Und dann da in die Kiste Saal abgefahren Dieses Jahr geht der Abbau Natürlich noch schneller Ja Hier SICK hat noch geschrieben Ist mal was weggekommen Tatsächlich Eigentlich nicht Äh Nicht Kann man sich an nichts erinnern Höchstens mal LAN-Kabel Oder eine mehrversteckte Ja gut Aber das ist Das ist eher so ein Ding Aus Versehen So Naja Also wer mit Absicht Eine mehrversteckte Der hat sich aber richtig gegönnt Ja Gibt es ein Mindestalter Ja 18 Also man muss 18 sein Um dabei zu sein Oder mitmachen zu können Halt Volljährig Genau Mutti-Zettel und so geht nicht Äh Daniel Da schreibt jemand Der Terwaf Die Diagonalverspannung Unter dem Drucker ist interessant Bringt die mehr Stabilität Oder warum ist die da drin Äh Ne Der hat schief gedruckt Und das Ich hab den einfach gerade gebogen Damit Okay Ja So einfach Kann es gehen Ja Äh Tatsächlich einfach nur Äh Die einfachste Lösung gewesen Keski Äh Das Ähm Wieso eigentlich Das hat Äh Versicherungstechnische Gründe So Wegen Veranstaltungen Und all so ein Kram Sonst muss man da noch so Äh Vieles beachten mit Jugendschutz Und all so ein Kram Und das ist Ist nicht so Das macht halt vieles komplizierter Du stehst halt Eigentlich die ganze Zeit Mit einem bei dem Knast Ja Weil wenn da immer passiert Das ist jetzt auch wieder nicht Aber Nee aber es ist halt Der Mehraufwand ist schon Natürlich Größer Also speziell Wenn die Leute Übernachten bei uns Ne Also Wir haben ja Bieten ja Schlafplätze In der Turnhalle an Und wenn du dann halt Unter 18-Jährige hast Beziehungsweise noch Was Was halt schlimmer ist Aber was halt noch mal Besonderer ist Wenn du halt unter 16- oder unter 14-Jährige hast Dann dürfen halt Jungs und Mädels halt nicht zusammen In einem Raum Übernachten Und Nicht sozusagen allein Auf dem Zelt Auf dem Acker schlafen lassen Ginge zwar Aber Ist wahrscheinlich auch nicht so gut Weil man dann halt sozusagen Keine pädagogische Betreuung hat Weil Du müsstest dann eigentlich auch um Zwölf Spätestens im Bett sein Und Also Kram Also Jugendschutz ist da ziemlich Streng Dann was Wie wäre das denn Wenn man das jetzt so Als Art Oder Mehr in Richtung Familien-Event geht Und sagt Dass halt Eltern mit Kindern Vorbeikommen dürfen Muss man dann die gleichen Bestimmungen beachten Oder ist das dann wieder Elternhaft für ihre Kinder Ne Das ist dann anders Also da Also genau Dadurch dass jemand Zu uns kommt Übertragen die Eltern Uns ja sozusagen die Die Fürsorgepflicht Oder Aussichtspflicht Ja Genau Wenn die Eltern mit Kindern kommen Da sind die Eltern In die Erziehungsberechtigung Und Deswegen Gehen ja auch Können ja auch Kinder zum Beispiel Mit aufs Hurricane Festival Mit nach Wacken kommen Wenn die Eltern dabei sind Also das ist nicht das Problem Aber das könnte man ja dann vielleicht Könnte man mal notieren Ja Genau Also ich frage Ob die Eltern Bock haben Na drei Tage Oder auf dem Acker Ja Vielleicht gibt's da ja Also wenn man jetzt mal Im Chaos-Umfeld guckt Wie viele Wie viele Ganze Familien da sind Gut Die meisten sind da dann Ja Mehr alternativ Würde mich da jetzt nicht Falsch ausdrücken Aber Wie das dann halt so ist Und es sind ja doch Recht viele Familien da Ja Das stimmt Genau Beim Chaos Communication Congress Gibt's ja immer so einen Junghacker Tag Also ein Ein einzelner Tag Sozusagen Wo dann halt auch Kinder und Jugendliche kommen Und der ist dann halt auch Irgendwann abends zu Ende Sprich man kommt gar nicht In die Verlegenheit Bis später als zwölf Auf zu sein Sag ich jetzt mal Es sei denn Es sind halt die Kinder Mit Eltern da Oder sowas Genau Aber das geht halt Irgendwie Bei den Events Mit unserer Größe Noch nicht so Einfach Ja So jetzt ist die Frage Zocken wir noch was Oder wollen wir noch Bevor wir hier ausmachen Sagen wir machen jetzt hier Offene Runde Und jeder kann hier rein Jeder würde ich jetzt nicht sagen Vielleicht wäre Wer hat Bock Mit zu diskutieren Wobei Andererseits ist Ja Keine Ahnung Nebenbei ist ja auch wurscht Also ich will jetzt mal eben Kurz runtergehen Weil wir haben irgendwie 23.12 Uhr Und da unten läuft Ein Staubsauger Was ich ziemlich seltsam finde Ich bin Viertel nach elf Auf dem Samstagabend Ist jetzt nicht unbedingt Die Zeit um Staub zu sorgen Ich habe erst pauschal gedacht Ein Roboter Staubsauger Und er wollte gerade schon sagen Ja wahrscheinlich startet er Bei euch um 11 Uhr Hätte ich jetzt auch gedacht Aber er hat keinen Nein Also ich muss den Staubsauger Jetzt schon mehrmals Mit Gaffer kleben Das ist ein Dyson Der geht nicht kaputt So Auch um den Um den Staubdings da aufzumachen Muss ich mich Mit zwei Schlitzschraubendrehern Und diesem Staubbehälter In die Wiese knien Und hebeln Damit der wieder aufgeht Weil der komplett im Arsch ist Aber Naja Ähm Wenn man den einmal wieder Da so reingedreht hat Dann funktioniert der erstmal wieder Okay ja Ich denke hier ist Das ist Also Zocken Ja angesagt Dann gleich Also ich bin auf jeden Fall Sehr gern Gut Äh Ich gehe jetzt pennen Weil wir morgen Bei meiner Oma frühstücken Und sage deswegen schon mal Gute Nacht Leute Gute Nacht Keschki Äh 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 Wirklich Für Muttertag Da ist ein Staubsauger Also ich finde es immer furchtbar Wenn man Deiner Mutter Freundin Oder Frau Irgendwie Was für einen Haushalt schenkt Aber gut Ich finde es nicht schlimm Ich habe den Roborock Zum Geburtstag gekriegt Letztes Jahr Ja Aber du bist auch die Person Die für den Boden zuständig ist Ja Und wenn du das automatisieren kannst Wäre es doch das dümmste Was du sagen Nö Will ich nicht Ja So Ich komme gleich wieder Ich gucke mal Was da unten Vor sich geht Für Absurditäten War nicht so lange Wir müssen hier das Programm Vorantreiben Ja Ihr könnt ja schon mal gucken Ob man Äh Tatsächlich Oder wie wir jetzt am besten Zu Scrap Mechanics wechseln Weil es macht keinen Sinn Das hier drüber zu machen Da hast du nämlich nur 5 FPS Das ist scheiße Äh Ja Überhobere OBS geht es ja Also du musst einfach nur Screen Capture machen In OBS Und fertig Ja Wenn das mit deiner Mit deinem Bild noch geht Naja Das ist ja jetzt nichts anders Wie es bei euch auch ist Also Maximal bin ich halt Nicht gut zu sehen Also Können wir ausprobieren Anders ist halt Super viel Aufwand Glaube ich Also wir könnten das Theoretisch Anders gefragt Müssen wir den Stream dafür Neustarten Vermutlich ja Ne Also so Wenn wir es über Jitsi machen Wir könnten das theoretisch Über die Streaming Kiste Von mir machen Aber die läuft glaube ich Gerade nicht Und ich müsste die Streams Alle noch hier einrichten Ähm Ich weiß es nicht Was am schlauesten wäre Äh Brian fragt was wir gleich zocken Nein wir zocken Nein wir zocken kein Landwirtschaftssimulator Äh Scrap Mechanics Wollen wir ausprobieren Kam gestern ein Äh Survival Mode Update Wenn du es nicht kennst Ähm Das ist ein Ich mag's Äh Es ist ein Spiel in dem du deine Sachen Selber zusammenbauen musst Äh Um ein Um Probleme zu lösen Da in dem Fall dann halt Auf einer Insel Wahrscheinlich zu überleben Mehr weiß ich auch nicht Ich hab mir nur das Das Trailer Video angeguckt Und das war ziemlich abgefahren Wir müssen jetzt nur gucken Wie wir das am besten Gleich hinkriegen Eventuell müssen wir halt Einmal kurz den Stream Neustarten Dann roste ich das zur Not Ja aber wie Sollen das bei dir besser funktionieren Also wir haben doch Also Trotzdem noch die gleichen Probleme Oh Waldo Mittelfinger Also wirklich Ich glaube ich muss da meine Meine Macht Äh Missbrauchen Ja diskutiert das mal Untereinander aus mit dem Chat Vielleicht hat da ja noch jemand Eine kluge Idee Ähm Ähm Ja was heißt Kluge Idee Also theoretisch So sollte das hier Über Jitsi gehen Also alles andere Wäre super viel Gebastelt glaube ich Ja haben wir denn jetzt Wir haben doch nur 5 FPS über Jitsi Oder was Nein Nein wenn du über Also du hast diese 5 FPS Wenn du Dein Screen darüber Capturst Aber wenn du das da Reindrückst Dann geht das ja Achso Oh ich komme gleich wieder Achso Okay ja gut Das kriege ich jetzt ja Nicht mal eben so Ja tatsächlich Ist das nicht mal eben so Ja Ja ich weiß nicht Also Im Streamer haben wir nur Die Bilder von Dior und Figge Ja Ist ja jetzt nicht so Schlimm oder Er fragt noch jemand Im Rocket Chat Gibt es bestimmtes Datum für Rütteter oder Variiert das immer Äh Dann Eigentlich immer Eigentlich immer Im Mai rum Ja also Idee ist halt so ein bisschen Dass man halt auch Schon zelten kann In dem Zeitraum Dass man auch ein bisschen Draußen sein kann Ähm Genau irgendwie Ende April Anfang Mai Bevor die ganzen Großen Festivalzeiten Jetzt mal losgehen Da fragt auch gerade noch jemand Call of Duty Warzone Da wäre ich sonst auch bei Warzone Was ist das? Call of Duty Alter Ne Andere Generation Ja Definitiv Ist das nicht das neue Glaube ich Irgendwie sowas Ja genau Also es ist halt auch So ein bisschen wie Hier PUBG Oder Ja Es hat halt auch Diesen Battle Royale Modus mit drin Können wir gleich PUBG Spielen Oder was ist noch Hier gerade so Der Shit Tarkov Oder wie das heißt Achso genau Schreiben noch Leute Ach ja genau so Mal eben runterladen Ist Woosan halt auch Nee Das sind halt 80 GB Das dauert bei mir jetzt nicht so lange Das dauert auch bei dir Ein bisschen Ja Viertel Stunde Oder was Meinst du schnell Nein Bei mir hat es mit 100 MBit runterziehen Über DSL schon ein bisschen länger gedauert Ich check mal hier jetzt ab Ob ich Scrub-Mechanik Check das mal Warte mal Ich mach jetzt hier Zack Dann ziehe ich hier meinen Will ich mein Steam jetzt hier rüberziehen Ich starte einfach Ach scheiße Das steht in einem falschen Bildschirm Wahrscheinlich Ich mach mal hier kurz Den Bildschirm wieder aus Zack Was kann man da Darf man bei Steam irgendwas nicht zeigen Dass man von allen 65 Zuschauern Plötzlich Freundschafts- und Fragen kriegt Ja Das wird dich jedenfalls nicht umbringen Das stimmt Müssen wir denn dann gleich unser Thema umstellen Wir sind dann ja nicht mehr just chatting Das gucken wir dann Noch sind wir es ja Was suche ich nochmal? Scrub-Mechanik Das ist wahrscheinlich Ich sollte hier völlig mal einstellen Das ist mal Scrub-Mechanik Spielen Oh, ich hab schon 8 Stunden Scrub-Mechanik gespielt Was für GTA spielt ihr als Hä? Oh, sorry Als was? Wie? GTA 5 oder wie? Okay 0 4 sau 2 Hey ! So, Steam, nee, nicht Steam, Skype-Mechanik ist auf dem falschen Bildschirm gestartet. Wie kriege ich das wohin, dass es auf einem anderen ist? Vielleicht muss ich dann doch den... Hört ihr mich noch? Ja. Okay, super. Dann doch alles auf den anderen Bildschirm rüberschieben. Tada! Sieht richtig gut aus, aber noch dürftig. Ja, das ist... Also ich bin tatsächlich überfragt, was das Problem ist, weil es ist in jedem Fall unlogisch. Weil, ja, nee, keine Ahnung. Also, ich wüsste nicht, was man da noch in... Gute Nacht, Mr. Jack Fye. Die Frage ist, wie ich jetzt Leute einladen kann. Warte mal, ich starte das auch mal eben. Wo ist denn das? Ach so, ach, wir haben ja unsere Schwarmintelligenz, die vergesse ich immer wieder. Okay. Alter, Brian, dein Ernst? Was schreibt er? Ja, ist das nicht. Er hat mich abgefilmt und hat mir eine Bärennase und Bärenöhrchen gemacht. Hm, irgendwie ist hier möglicherweise doch nicht. Scheiße, jetzt habe ich meinen Steam Guard Code verpeilt hier. Ja, wieso höre ich denn nicht mal selber den Sound? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich glaube, ich muss mich mal wieder umstecken hier. Mal das Bärchen sehen, ja. Schwierig, das jetzt zu zeigen. Wie sieht man das hier? Ach so, warte mal. Das ist ja erst mal. Ist ja ganz schön pixelig. Was ist pixelig? Von Daniel, das Bild. Ich höre nichts mehr von euch. Ah, Vollface. Was zeigst du da? Brian hat mir gerade per WhatsApp ein Video von mir geschickt, wie ich eine fläche Nase und Ohren habe. Wieso ist ein... Ach Gott, ich verstehe es nicht. So, jetzt einfach. Ficke, alle wollen wissen, was der Staubsauger macht. Ach so, er ist nur eine Schüssel runtergefallen und zersplittert. Okay. Das ist okay. Ich habe immer Angst, dass aus den Mehlwänden die Hängeschränke in der Küche runterfallen. Aber bisher ist das nicht... Okay. Oh, Scheiße. Oh, oh, oh. Ey, Daniel, man kann bei dir nichts erkennen. Ja, es tut mir auch leid. Chris, mach du einfach nochmal das, was Daniel gerade versucht. Ich, also... Wuhu! Ich bin einfach überfragt. Ich könnte halt einmal... Nein, das ist auch klassisch. Keine Ahnung. Axolord. Los geht's. Ich bin gespannt, ob das jetzt startet. Die Echse kackt immer ab und dann startet es doch. Ja, das Problem ist jetzt, den... Flo, sag mal was. Ja. Ja, das wäre dann doof, weil dann habe ich dein Soundcapture gleich dann wieder mit. Äh. Kriege ich denn das jetzt am besten? Aber wir sind doch Flo's. Nein, auch euren. Also ich höre euch dann... Du musst das Spiel ja irgendwie ins OBS mit reinpacken. Das heißt, du müsstest... Wir müssten in TeamSpeak gehen und müssten uns im Jitsi muten, oder was? Würde das funktionieren? Ach so, wollen wir vielleicht nochmal... Weil jetzt hier die Leute sich teilweise verabschieden. Ja. Quasi so ein Vorende machen. Ein Vorende. Ich mache jetzt vor allem erstmal das Fenster zu hier wieder. So. Ein Vorende. Ja, im Sinne, dass der... Ja, wobei der offizielle Teil ist ja schon längst vorbei. Ja, schon lange vorbei. Also für alle, die jetzt noch zuschauen, damit sind die Rüttüter eigentlich jetzt vorbei. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in die... Wie machen wir das denn? After-Show. Ja, ins Nachtprogramm. Und spielen noch eine Runde Scrap-Mechanics. Gucken mal rein. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten und noch Bock drauf haben. Danke. Es waren sehr viele, die tatsächlich von Anfang an jetzt dabei waren. Vielen Dank. Ich glaube, das hatten wir bei keinem Stream, den wir sonst gemacht haben über... Ich weiß gar nicht, ob wir jemals so einen langen Zeitraum gestreamt haben, aber dass so viele Leute so lange zugeguckt haben, aktiv und dann auch im Chat die ganze Zeit aktiv waren. Das war schön. Da hat sich der Aufwand, den wir im Vorfeld vor allem Daniel mit Infrastruktur basteln verbracht hat, sehr gelohnt. Das ist schön, dass ihr da trotzdem bei wart. Und auch danke an die, die, auch wenn wir allen das Geld zurücküberwiesen haben, die dann doch nochmal eine Spende gemacht haben, damit die Kosten gedeckt sind. Das tat sehr gut. Und deswegen bedanke ich mich jetzt nochmal im Namen von allen anderen, dass ihr das so cool mitgemacht habt und dass wir da so gut aus der Situation finanziell zumindest wieder rausgekommen sind. Dankeschön. Ja, genau. So sieht es aus. Und... Kann man sich nur anschließen. Ja, so, dann... Also, wenn du auch Bock hast... Nein. So, wie ist das jetzt? Mache ich jetzt die andere Kamera auch an und ziehe die Hose aus? Ja. Schmeiß den Gürtel weg. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir ausprobieren, ob das Sinn macht mit TeamSpeak wechseln? Äh, nee, äh, ähm, wir, genau, den Stream, den gucken wir mal, veröffentlichen wir vielleicht noch irgendwo bei YouTube nochmal, dass die Leute sich das demnächst nochmal angucken können, die es noch nicht komplett gesehen haben. Und, äh, guckt auf jeden Fall auf rühtüter.de, da werden wir auf jeden Fall, wenn wir was machen, das dann nachher drauf posten, schreiben, wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Und Waldo sagt Fusserhaus. Natürlich sagt Waldo das. Ich hab schon lange gar keine mehr an, hab dir gar nicht mitgekriegt. Du hast deine Jogger schon den ganzen Tag an. Nee, ich hab die zwischendurch erst angezogen. Ach so. Der aufmerksame Zuschauer wird es bemerkt haben. So, wie sieht das aus? Wollen wir es mal jetzt ausprobieren mit ins TeamSpeak wechseln? Ja. Ich hab, glaub ich, nicht mal TeamSpeak, äh... Ja, dann hören wir Daniel gleich einfach nicht mehr. Ach, sag mal, ich muss mal einmal kurz hier... Daniels Bild ist eh kacke, den brauchen wir noch nicht hören. Boah. Ich hab dich auch lieb. War eine Vorlage, ich konnte nicht anders. Oh, ist der Drucker fertig? Hä? So, das ist ein Standbild von vorhin wahrscheinlich. Spannend. Er ballert erstmal alle Kameras durch. Einmal nochmal zeigen, was ich kann. Und gleich kommt so eine Stimme bei ihm irgendwo aus den Lautsprechern hinterher. Bewohner. Ich kann auch durch ein paar Kameraperspektiven kann ich wechseln. Und Flo, was kannst du? Ich, äh... Nix. Also, ich bin im TeamSpeak. Ja, ich gleich auch, aber ich wollte hier... Achso, nee, jetzt sieht man das Bild ja nicht mehr. Äh, ich muss nämlich... Aber wie stream ich denn das TeamSpeak dann in... Also, dann hören die Leute uns nicht mehr. Hä? Die hören doch mich. Es darf halt nur einer den Ton. Achso, wir machen den Komplettton für... Ja, okay, das könnte funktionieren. Der Einzige, der sein Mikrofon nicht gemutet hat, ist Figge im Jitsi. Ah, okay, ja, das könnte funktionieren. Weil wenn ich jetzt nämlich das anmache, so, dann müsstet ihr euch nämlich auch alle hören. Test, ein, zwei. Ja. Siehste, das ist super nervig. So, das habe ich jetzt nochmal ausgemacht. Und wenn wir gleich alle im TeamSpeak sind, dann mache ich das wieder an. Connected. Daniel ist da. So, jetzt muss ich mich in Jitsi muten. Also, anscheinend redest du beim TeamSpeak nicht. Äh, jetzt muss ich erstmal TeamSpeak anmachen. Wir haben es gleich. Das kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln. Das ist ein technisches... Also, das, was wir jetzt gerade machen, ist schon ziemlich verbogen. Team... Daniel habe ich jetzt gerade kurz gehört im TeamSpeak. Das ist halt die Frage, ich... Wie die Tonqualität dann... Ich höre dich doch im TeamSpeak. Wer, mich? Ja. Du hast... Ich bin... Nein, Flo... Nein, Daniel. Mann. Welches TeamSpeak nehmen wir denn? Okay, das... Äh... Kliemannsland. Boah, doppelter Loop. Ist aber ziemlich dicht beieinander. Wieso loopst du denn jetzt schon? Ich habe das doch wie ausgeschaltet. Ich, äh, habe den Ton noch im Jitsi an, warte. Achso. Äh... Warst du das jetzt, oder was? Ja, natürlich hörst du mich doppelt. Ja. Nee, du musst... Hallo, hört ihr mich jetzt gerade kurz? Ja, super. Äh, du kannst den in, äh, kannst Fingern und Jitsi muten. Gerade kurz? Ja, super. Äh, du kannst den in, äh... Muten. Ja, nur im Jitsi muten. Äh... Oh Gott, es geht jetzt schon los. So, genau. Ihr müsst mich im Jitsi muten. Fingern, magst du mir nochmal die Zugangsdaten schicken? Äh... Den hört ihr jetzt nicht mehr? Genau, ihr hört jetzt... Äh, Flo und Daniel, glaube ich, nicht mehr. Moment. Äh... Äh... So, jetzt müsstet ihr die anderen beiden aber wieder hören. Hallo, hallo? Sind wir wieder da? Ich meine schon, warte mal. Ja, also ihr seid ein bisschen leise. So, sag nochmal was, Flo. Ja, Test, eins, zwei, hallo, Test. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo? Ja. Okay, hallo. Gut, jetzt habe ich euch schon mal. Flam ist noch im Jitsi. Ja, gerne. Ich weiß die Zugangsdaten tatsächlich nicht mehr. Also das Passwort... Boah, wo haben wir das denn? Boah... Also, ich habe den Server nicht gemacht. Aus. Vielleicht das gleiche Passwort wie bei meinem Server? Nee, da war, glaube ich, noch irgendwas davor und dahinter oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Hast du das nicht... Also, ich habe den noch nur aufgesetzt und du hast... Also, du hast verratmen. Ich warte, wo du bist. Habe ich, ja. Wo macht man das denn? Ja. Hallo, hallo. Daniel müsste viel, viel lauter. Danke. Danke. Sag mal, wo steht denn das Kack-Ding? Wo haben wir denn das gepostet? Ich habe keine Ahnung. Ach. Profis. Gab es denn nicht irgendwie, dass du das als Admin aufrufen musst? Das war doch irgendwie so ganz seltsam. Ja. Aber das hat ja mit dem Server-Passwort nichts zu tun. Hallo? 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 Als hätte er Torett. Ja, deine Tag ist halt komisch. Ja, ich bin eigentlich im Test-Modus. Hast du dein Mikrofon irgendwie auf der Toilette liegen oder so? Eigentlich nicht. So? Das ist nicht dein Ansteck-Mikro, ne? Was hier gerade an ist. Nee, das ist es nicht. Wir hören jetzt gar nicht mehr. Sag mal, Waldo, falls du noch zugucken solltest, hast du zufällig noch die Passwörter vom TeamSpeak-Server? Wenn ja, dann schick uns die bitte mal per WhatsApp oder Slack oder so. Ich suche nämlich auch gerade auf allen Plattformen nochmal. Ich finde es nicht mehr. Waldo guckt auf jeden Fall noch zu. Oh, da überhört er mich eigentlich jetzt gerade. Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist das richtige Mikrofon. Auch laut genug und leise und mitte. Ja, absolut. Das ist richtig. Das ist richtig super. Total übersteuert, oder? Ach, das passt. Hallo? Hallo? Ja, kein Problem. Wir fliegen fast die Löffel weg. Das ist ja gut. Das ist super. Mir läuft das Blut aus den Ohren. Mega. Achso, jetzt kann ich auch hier meinen... Nee. 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 Ach, scheiße. Ich habe da gar keine Taste zu führen. Doch, da. Geil. Baby Respawn. Oh, jetzt ist alles kaputt. Oh, was ist denn hier los? Wo haben wir denn... Ich suche gerade auch in unserer Spielegruppe, aber... Ist das nicht in der Spielegruppe? In den Backstreet-Bauern? Ja, da gucke ich gerade. Such doch einfach nach dem... Oder ich vertunne mich jetzt gerade nach dem Wort, was da eigentlich auf jeden Fall drin vorkommen müsste. Ja, habe ich. Also in ganz WhatsApp. In ganz WhatsApp. Geht natürlich auch. Geht auch? Tatsächlich. Ich habe es. Wie ist es denn? Naja, man muss ja den Server-Namen kennen, ne? Deswegen... Schickst du es, Flemming? Ja. Ich muss es nur richtig abtippen. Oh, oh. Ich verstehe diesen Monster nicht so richtig, aber egal. Kann man das wohl schneller machen? So, Frage für einen Freund. So, ich war jetzt noch auf Flemming und dann kann ich hier auch wechseln. Ich habe für das Einsammeln des Inventars tatsächlich auch noch keine schnelle... Also, so mit Rechtsklick alles rüber oder so, wäre egal. Bist du angegriffen? Nee. Shift. Flem, guck mal in Slack. Shift. User, enter your channel. Okay. Ich habe Angst. Warte mal. Kann ich... Oh, du Scheiße. Du musst Flem nur noch was sagen. Das klappt. Flem hat kein Mikrofon. Moin, moin. Oh, da ist er. Heute ist Flem Radio Flem. Ja. So, was? Ich habe Angst. So, ich probiere jetzt mal. Daniel, hier schreiben die Leute Shift. Ja, okay, cool. Ich muss hier mal gegen... Oh Mann, ey. Ich verstehe dieses Spiel noch nicht so ganz. Das hat vorhin gestern super geklappt, so hier auf diese komische Hebelbühne. Dann von oben die... Hä, ich habe das doch gestern schon aktualisiert. Was willst du denn jetzt... Jetzt lädt der echt noch mal ein Patch runter. 6,25 Megabyte. Immerhin. Aber hier, Daniel, mach mal... Lad mich mal ein oder so. Mach mal was. Ah, endlich. Sind diese komischen Viecher tot. Äh, ja, warte mal. Ähm, wie war das? Shift-Dings? Shift-Tab. Sag mal, äh, ich lad mal zum Spiel einladen. Bist du denn da? Bist du denn da? Du spielst aber noch nicht. Kann ich dich trotzdem einladen? Ja, ich bin... Warte mal. Müsstest du jetzt eine Einladung bekommen haben. Schickst du mir die auch nochmal? Äh, ja. So, theoretisch müsst ihr die jetzt alle eine Einladung bekommen haben. Ja, hab ich auch. Allerdings hat sich natürlich das Spiel direkt aufgehängt. Nee, das geht kurz Zeit später weiter. Beim Start, ja. Was macht man mit diesen Dingern eigentlich? Muss man die jetzt hier so, äh, Sparschellen? Keksi, danke. Und dir auch noch viel Spaß. Bis bald. Bis bald, Keksi. So, jetzt versuche ich mal Bildschirmaufnahmen. Ich hab Hunger. Achso, mein... Panikin. Shift und dann... Oh, geil. Äh... Äh? Achso, ich hab Hunger immer noch. Hunger. Ja, das ist mein Typ hier. So. Also, dass er sich im Ladescreen so anfühlt, wie aufgehangen ist, normal? Ja, der macht einmal kurz, reagiert nicht mehr, und dann geht's kurz... Vielleicht später weiter. So, so eine... Wer Koffi macht es gut? Ja, äh, du auch. Bis dann. So, ich muss kurz essen jetzt hier. Also, wie esse ich? Äh, okay, nee, das ist... Das, was ich will. Ich will mal... Die kann man bestimmt essen hier. Ja, Left-Maus-Button. Oh, das lädt ja ewig. User entered your channel. Wer ist denn jetzt noch dazu gekommen? Waldo. Wissen Sie nicht? Waldo! Wir hören dich aber noch nicht. Nee. Er hat noch Struggle mit der Technik. Achso. Muss er mal bei der Klimaslern-IT nachfragen. Alter, es lädt immer noch. Ich will nicht, dass es lädt. Fälle hier. Äh, ich seh dich aber schon. Kann dir ordentlich eine verpoolen. Hier? Ja. Bist du schon im Spiel? Achso. Ich seh den Ladebalken. Nee, ich mach jetzt... Ich seh... Ich seh deinen Nick da rumbacken, ja. Keine Ahnung, was grad passiert. Ja, es hängt kurz. Ja, ja, jetzt seh ich euch auch. Aber das, was hier jetzt schon am Anfang irgendwie zum Aufsammeln sein sollte, ist auf jeden Fall weg. Wirst du, ich rucke wie Sau. Ja? Ja. Ich seh fast nix, weil es so dunkel ist. Soll das so? Eher als gerade Nacht. Ja. Ja, sieh wie einstellen. Options. Was ist denn? Beim, äh, abgestützten Shifter, oder? German. Graphics. Alles an. Ey, mich nervt das so hart, dass mein Bild zu kacke ist. Das, äh, kann ich verstehen. Ja, hier, okay, hier ist Feuer. Wo laufen denn alle hin? Ich probiere jetzt mal, also jetzt ist ja... Nee, weil ich gehe... Ich starte mal einmal hier auf den... So, Daniel, gegangen bin ich. Muss ich irgendwie was essen oder so? Weil ich hab ja nichts. Hast du denn schon Hunger? Nee, aber irgendwas muss ich ja tun. Also ich lauf jetzt erst mal zu euch. Flemme ist irgendwo ganz woanders hingelaufen. Dann kann man jetzt die Seite neu... So, was kann ich jetzt hier tun? Ich weiß tatsächlich noch nicht, was das Ziel von diesem... Things-Modus ist. Ich schau einfach über Gegend. Aber da passiert nichts. Oh, Schiff. Oh, Schweinehrab. Hinten, was? Hinten beim... Hinten beim Schiff ist ein See und Essen. Okay, ich kenne diese Karte noch nicht. Es ist saudunkel. Hallo. Bei welchem Schiff? Am Anfang, das, was abgestürzt sei, liegt. Oder was? So, ich will jetzt nicht... Achso, ich kann ja gar nichts bauen, weil... Nee, man braucht ja irgendwas. Du backst voll rum, Daniel. Das ist faszinierend, dass alles läuft... Also... Oder es liegt wirklich an meinem Rechner. Das ist wie American Gladiators. Also, was ich noch probieren kann, ist einmal meinen Rechner neu zu starten, hier, wo ich drauf spiele. Weil das ist so die einzige... Einigermaßen... Oh, ich hab schon wieder Hunger. Was soll denn diese Kacke? Du hast wahrscheinlich Hunger, weil du so extrem rumbackst. Oder hinten ist auch irgendwas. Jetzt hier genug Wasser, aber keinen Hamburger. Letzoso sagt, der Survival-Mode ist jetzt nicht so geil. Er hat sich davon mehr erhofft. Na toll. Ihr seht Flo anstatt des Spiels. Ja, Flo streamt halt nicht seinen Screen, oder? Du könntest theoretisch einfach Screenshine machen. Du kannst doch einfach mein Bild jetzt im Jitsi festnageln. Achso, ja, ich hab ja meinen Kranz auch an. Also, auch wenn das nicht supergeil ist. Oder was meint ihr? Ihr versteht ihn nur nicht, okay. Was hast du? Ich hab mal jemanden auf dem Chaos-Ref eingeladen. Jojo. Okay, ich hab jetzt... Der Survival-Mode ist geil, ihr versteht ihn nur nicht. Das kann sehr gut sein. Ich würde ihn gerne verstehen. Also, ich verstehe nicht nur, was das Ziel ist. Also, was man machen muss. Aber vielleicht kann uns zwei einer aufklären. Kann man sich gegenseitig schlagen? Ja, man kann sich gegenseitig schlagen. Aber... User entered your channel. User disconnected from your channel. So, dann... Au! Der hat gesessen. Wo müssen wir jetzt hin? Was ist denn Faser? Also, Daniel, du wolltest neu starten. Will ich? Hast du doch gesagt. Oh, ach. Egal, ne? So, ich kann das auch abbauen. Jetzt hast du keine Bühne mehr. Ich kann hinzu. Ach so. Hä? Konntest du die nochmal da hinsetzen? Das ist ja... Also, das ist ja deine Ehebühne, die du... User entered your channel. Ach ja, stimmt. ...verliebe ich aufbauen kannst. Ja, ja. Moin. Hallo. Da schrieb gerade jemand, dass man irgendwo eine Straße entlang gehen soll. Und die erspiegelt sozusagen ein bisschen Storyline. Oh, hier ist, äh, Straße. Hier ist tatsächlich eine Straße, ja. Dann... Warte, ich komm dazu. Kommt Monster. Oh. Oh. Alter. Der zackt richtig an. Ey, wir hatten die Scheiße eingesammelt. Ich will auch was einsammeln. Die Dinger muss man alles... Ey. Sparschellen. Wo ist das Ding hin? Ja, flammert das eingesammelt oder so. Ich hab gar nichts. Nee, mitnehmen muss man das, glaube ich, nicht. Das musst du mit einem Sparscheller. Sparscheller? Wie... Wie fein. Ach so, warte mal. Hey. Naja, aber ich hatte eben auch noch ein anderes Stück irgendwie. Ich brauch den Stuff oder sowas. Ha? Okay, warte mal. Hier war noch mehr eben. Ja, dann lass mich auch mal was aufsammeln. Das finde ich nicht so nutzlos. Hier lag noch im Kopf rum, aber... Aber es wird langsam hell. Guck mal, hier ist hell. Glaub ich, die spawnt. Da hinten ist noch so ein Viech. Wo bist du denn? Stefan schon im Spiel? Nee, ich muss erst mal runterladen. Warte, das hast du schon. Ja, ich schwöre ich gar nicht, aber... Meine Pässe war aber wieder voll. Oh, was ist denn... Ich hab auch schon wundervoll... Man kann nur ein Teil irgendwie. Jetzt hab ich irgendwelche Blöcke gekriegt. Flo, willst du nicht sonst vielleicht wirklich einfach auf ScreenShare? Das ist zwar dann nur 5 FPS, aber dann sieht man halt auch, was du machst. Das ist halt Augenkrebs, ne? Also, ja, kann ich machen. Nee, es ist jetzt ja eh schon Augenkrebs. Führe ich nicht. Hey, sonst macht... Du kannst ja mal ein Bild festtackern, dann sehen die Leute doch alles. Ja, aber es ist doch cool, wenn die alle Perspektiven sehen. Ja, aber nicht mit 5 FPS. Was meinen denn die... 41 Zuschauer? Lexos, ich hab 39 bei mir stehen. So, wo laufen wir jetzt hin? Weiß ich nicht. Also, da gibt's eigentlich... Ach da, also... Wie sieht man, wo die anderen Leute sind? Also, bei mir wird nichts angezeigt. Du drehst dich einfach und schätzt dich mit deinem Namen doch. Bei mir nicht. Alter, ist einer. Bei dir ist irgendwas ganz kaputt, Daniel. Vielleicht ärgert mich irgendeiner auch nicht. Ich merke das noch nicht. Ich schreibe gerade, mach mal das Bild in der besten Qualität fest. Wenn ich nochmal Fingerpill fest. Achso, man regeneriert sich von alleine, ist klar. Wo streamt ihr denn? Ja, ganz normal, ich bin noch auf Twitch. Twitch. Ich stream halt die ganze Zeit nicht geguckt. Ja, ich hätte... Nee, 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 ist okay. Nee, 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 das möchte ich jetzt auch nicht mehr drüber reden. Ich hab hier ein Landwissenschaftssimulator-Community-Event gezockt. Uh. Warte mal, hier ist irgendwas. Da hättest du Waldo richtig mit glücklich gemacht. Muss ich dafür Geld ausgeben? Oh man, ey, ich mag das hier gerade alles nicht. Wieso sehe ich nichts? Hallo? Bitte, was ist denn? Guck mal, ich bin hier in so einem Haus. Komm mal hier hin. Ja, ich laufe. Ich renne. Ihr streamt das. Zürtetzie Screenshaling. Ach, krass. Vielleicht... Also hier sind ja ein paar Leute, die ja schon gespielt haben. Rechtsklick. Ah! Okay, das war ja einfach. Na gut, dann bleibe ich das jetzt hier einfach ein. Ja, Pomados. Ja, jetzt kommt es zu spät. Den Hammer weg. Ja, lass abbauen. Nehmen wir alles mit. Fette, schwarze Spinne. Ich muss meine Spinne töten, warte. Was mache ich denn mit? Kann ich denn diese Tänze alles abbauen? Wie geil ist das denn? Mein Inventory glaube ich nur auf Flüte. Ey, man kann ja die ganzen Häuser abbauen. Nehmen wir alles mit. Gut. Und die nehmen wir auch mit. Erstmal brauchen wir alles. Zäune können wir nicht. Seid ihr eigentlich wohl so? Schild will ich. Ey, Flo, die stehen hier unten immer noch. Ich sehe euch halt nicht. Die stehen in dem Haus. Das baue ich gerade auseinander. Ach, da, gegenüber. Baut das auseinander, bis davon nichts mehr übrig ist. Oh, da müssen wir ein bisschen hauen. Erstmal alles looten. So, ich komme auch langsam rein. Wie ging das denn nochmal, dass ich das Inventory aufräume? Wie kriegt man... Das muss man hier jetzt abbauen alles? Kann man die ganzen Teile gebrauchen? Alles farmen hier? Ja, weiß ich nicht. Wir bauen gleich irgendwo eine Base. Wir hätten ja auch einfach das hier nehmen können als Base. Ich brauche mehr Teile dadurch, wenn ich das hier so... Inventory voll. Na toll. Oh, das fällt ja sogar dann runter. Wie lange muss ich ungefähr laufen, bis ich bei euch bin? Halten Tag. Nee, gar nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Wir sind... Oh, Lampen. Mach mal, kann das Licht hier dimmen. Kein Stress. Einfach die Straße entlang. So über so... Ich sehe eure Namen. So Dinge. Wie kann man aus der Third-Person-View wieder wechseln? Ich habe da eigentlich hingekommen, gar nicht so zu sehen. Jetzt kann es mir ein Regenrind runtergefallen. Wenn du mehr weißt, wie man Namen ein- und ausschält, sag mal Bescheid. Wahrscheinlich irgendwo im Hut. Mit X, Flemming. Was macht X? First-Person. Und wie komme ich in die Third-Person, wenn ich das will? Mit C. Mit nochmal C drücken, komme ich immer ein Stückchen weiter weg. Kann ich eigentlich nachher noch einen Charakter, also meinen Charakter umskinnen, oder warte ich ihn jetzt für immer so? Ich komme zu umskinnen. Oh, da kommt ein Dach. Ja, hab ich gesehen. Entschuldigung. Ich habe ja Hunger. Ja, wo kriege ich denn Essen her? Ach so, ich habe Tomaten eingesammelt. Vielleicht kann ich die nicht. Kann man das denn überhaupt essen? Also du musst die dir unten in das Menü ziehen und dann kannst du die irgendwie platzen. Oh, ich habe jetzt hier so eine Tüte Äpfel. Ja, die kann ich nur irgendwo hinstellen. Macht das Sinn? Ich glaube, es gibt eine fändige Base, wo es sowas wie Crafting Tablet und alles, was es schon gibt. Macht das Sinn, Holz zu farmen? Ist das wahrscheinlich so eine Base, die wir gerade zerhacken, oder? Ne, das sieht aus wie eine Tankstelle. Das sind ja für Tankstellen, die aus Holz sind. Sehr alte. Die müsst ihr das ganze Metall mitnehmen, das ist wichtig. Holz. Ja, das Holz nimmst du auch mit, sonst musst du ja erst auf so einem Baum rumklappen. Hier ist das schon fertig. Ich glaube, ich habe genug Zeuge. Nee, das ist da hinten auch noch auseinander. Okay. Das ist gar nicht eine richtig schöne Basis. Hier sind Goldeimer. Wo kriege ich denn was zu trinken eigentlich? Ich bräuchte, also ich habe noch ungefähr nicht mal die Hälfte an Trinken. Tomatenwerfen geht ganz gut. Ja, aber wenn ich, ich nehme jetzt, pass auf, ich gucke mal bei mir. Tomaten, so. Was drücke ich denn dann? E geht nicht. Was schmeißt ihr, was braucht man denn wohl nicht? Wahrscheinlich so komische Blumen im Topf. Wo sind denn Tomaten, Alter? Ich habe die bei mir im Inventar, aber wenn ich die auswähle... Hier. Ach, fuck, das sind alles Gegner, ja. Ups. Was sind denn hier Schönes? Oh, scheiße. Jetzt habe ich die schon wieder aufgenommen, die Kacke. Ich komme hier mit ein paar Robots an. Ja, nee, die doch. Oder doch. Oh, wie esse ich meine Tomaten? Achso, das sind Seeds. Okay, ich habe Seeds. Ich brauche Tomaten. Aha. Mein Scrubb-Beal. Was macht das? Nix. Ja, darf ich mal weitergehen? Ich brauche trinken. Ja, ich habe mehr als genug Sachen. Ich muss jetzt irgendwie Sachen wegschmeißen, habe ich. Ja, aber weh. Ich habe noch nix. Soll ich irgendwas mitnehmen? Ich kann nicht mal einen Plan, was man hier gebrauchen kann und was nicht. Ich nicht, auch nicht. Also ich habe hier nichts, wo ich sage... Was ist das, ein Kuh-Euter? Nehmen wir mit. Fuck, wie die Decks. Habt ihr was zu bringen? Oh, 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 oh. Oh, die verdurfsache. Klopapier. Das muss mit. Oh, ich werde hier gerade ein bisschen... Ja, oh, oh, das sind ja viele. Wo denn? Okay. Ihr kloppt euch die ganze Zeit selber, Alter. Nein, nicht die ganze Zeit. Schäfe im Sparschäler-Schäl. Blitzdose verabschiedet sich auch. Tschau. Schön, dass du da warst. Tschüss, Blitzdose. So, ich brauche jetzt immer noch Wasser. Wo gibt es hier Wasser? Wo hält dieses komische Haus noch? Ich verstehe es nicht. Ich brauche Essen und Wasser, sonst bin ich gleich tot oder so. Oh, jetzt kippt es. Oh, hier ist Wasser. Kann ich das trinken? Oh? Weiß ich nicht. Hier kommt, glaube ich, Wasser, wo ich gerade hinlaufe. Wo laufst du denn hin? Komm. Hallo, ich will das trinken. Ich brauche mal eine Klopapierrolle. Brauche man bestimmt. Habe ich auch eingesammelt. Aber ich stehe gerade im Wasser, aber ich kann es nicht trinken. Ich glaube, das ist nur Deko. Kann das Wasser nicht trinken? Nee, die Klopapierrolle meine ich. Okay, kann ich denn hier? Okay, machen wir einfach mal an der Straße weiter entlang. Achso, man kann kein Wasser, das kommt nur aus Tomaten. Gut, dann brauche ich Tomaten. Wie, ach, krass, echt? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann in das Wasser rein und dann... Also, hallo, falls jemand was findet, ich dehydriere langsam. Ja, ja. Das geht, glaube ich, bei uns allen gleichzeitig. Ich habe noch, also ich hätte Karotten im Angebot. Ja, gib mir, wenn du mir die gibst. Ich habe Tomatensamen. Ich muss, glaube ich... Wo sieht man denn, dass man irgendwas Essbares von Tesch hat? Im Inventar, ganz normal? Steht er, glaube ich. Von Siemens wahrscheinlich. Gar nichts. Ja, und ich habe je... Ich habe euch verloren. Wo seid ihr? Und die Betal geht da. Warte. Wende. Egal, kannst du mal auf mich gucken? Achso, bei euch stehen echt Namen drüber. Bei mir nicht. Das ist der Streaming-Modus. Kann ich die jetzt nehmen? Schmeiß sie da hin. Ja, Moment. So, ich habe jetzt einen Eimer mit Wasser. Kann ich den trinken? Mehr Wasser ist vielleicht auch nicht so gesund. Venturi-Fall. Ich kann Wasser werfen. Yeah. Geh weg! Muss man ja echt viel essen. Das habe ich immerhin schon mal wieder die Hälfte. Aber Wasser... Wasser ist echt schwierig. Ich habe Mais. Wie kann man das essen? Vielleicht müssen wir aber hier die Sachen einflassen. Ja, aber dazu sollten wir uns erstmal entscheiden, wo wir eine Base bauen. Hat schon einer jetzt irgendwie eine Idee, wo... Irgendwo hat er hier... Irgendwie so ein relativ großes Gebäude. Irgendwie ist ja auch eine Weggabelung so, ne? Ach da, ja. Hier sind Tomaten. Daumen, oder was? Redbeetseed, tomatoseed. Hier ist irgendwie die Tankstelle von... Do not enter. Ist das... Das wird wahrscheinlich mein Spiel sein, ne? Wenn ich jetzt rausgehe, dann wird wahrscheinlich auch das Spiel abkacken, ne? Vermutlich, ja. Jetzt wäre echt irgendwie wirklich was in Fragen. Oder wollen wir es so machen, dass wir uns morgen einfach noch mal verabreden zum Spiel? Oh, hier ist ein komisches Vieh. Ah, guck mal, das sieht doch riesig aus. Das sieht doch aus wie eine Base. Gute Nacht, Container. Dankeschön. Dir auch noch viel Spaß. Gute Nacht. Oh, hier ist mir irgendwie... Gute Nacht. Oh, wo bist du denn? Wurde von der Tür schlagen. Requires power. Sam. Wurde ich irgendwas, was power hat? Boah, hier ist ein Bett. Ich kann schlafen. Okay, ich habe ausgeschlafen. Wo ist ein Bett? Hier. In dem, wo 1, 2 und 3 steht. Wenn du aus... Ich glaube, das soll die Base-Cable sein. Hier sind Betten drin. Ach, Doppelbetten. Also, ähm... Was mir eigentlich noch fehlt, was ist das Ziel hier? Ah, ich habe eine Batterie gefunden. Oh. Ich werde mal sehen, ob wir da was für machen können. Wenn ich nicht vorher verloste. Boah, Figge ist die Batterie, die ihr braucht. Okay, und die Batterie muss wahrscheinlich... Ich habe auch eine Batterie. Ja, du hast sie auch eingesammelt. Requires power. Wahrscheinlich muss sie hier hin, Daniel. Ja, genau. Und jetzt kannst du irgendwas machen. Ja, hat schon einer eine Batterie? Ja, richtig. Ah, jetzt bin ich in der Mechanics Station und hier können wir Sachen craften. Aha. Was ist das für Geräusche hier? Das ist ein komisches Gräuel, ja. Ja, mein Typ verdurstet. Wo bist du denn? Ich sehe keine Namen. Sorry. Ich verdurste auch gerade. Wie kann ich denn Karotten hinschmeißen? Wer macht denn da so einen Breitarm? Flasor ist im Debug-Modus. Was? Ich stehe hier unten, Annel. Ja, ich überlege gerade, wie ich hier die Karotte wegschmeiße. Aber eigentlich auch weniger als alle aufnehmen und wegschmeißen. Wie kann ich denn was wegschmeißen, Daniel? Siehst einfach aus dem Inventory auf eine... Also nach draußen. Okay. Im Handbuch gibt's noch nichts zu essen. Hier, ähm... Wollt ihr? Ja. Was? Ja. Ach, Kraft-Bot. Ich seh die scheiß Karotte nicht in meinem Backpack. Hast du für mich auch irgendwas? Nee, ich hab jetzt alles Essbare, glaub ich. Warte mal. Wie wirft man das jetzt raus? Ja, also ich hab die unten auf der Inventory auf 5, aber ich kann... Ich hab hier noch eine hingelegt, Flo. Du gehst ins Inventory mit B oder I und ziehst sie dann raus. Ja, ja. Flo, zieh die mal. Äh, ja, warte, ich muss mal eben was wegschmeißen, ja? Das sind nur Samen, hab ich... Das wurde uns gerade schon erklärt. Können wir die nicht pflanzen? Weiß mal eben meine ganzen Blöcke raus. Wie, wie esse ich die jetzt? Du legst sie auf dein... auf dein Inventory und, äh... Ach, da. Wir brauchen jetzt ja irgendwie trotzdem noch mehr irgendwie... Stein brauchen wir irgendwie, oder? Wir brauchen erstmal was zu essen und zu trinken. Also, ich hab hier ziemlich viel Erde. Ich hab Samen. Ich auch. Davon hab ich auch eine Menge, aber... Wir können hier so ein Craft-Bot bauen. Dafür brauchen wir 20 Holz, 10 Circuits und... Holz? Holz hab ich. Ich baue die jetzt jetzt mal. Ja, da warte. 10 Circuits hab ich nur einen. Oh Gott. Wer heißt denn ich? Daniel. Also, ich hab hier mal 256 Holz hingeschmissen. Wir brauchen Circuits. Das heißt, Circuits. Wir müssen ganz viele, äh... Viecher da draußen killen. Ich hab... Warte mal, ich hab ein... O-Board-Head. Ach, die komischen Geräuschemacher. Ich hab drei Circuits. Wem macht man denn jetzt? Ponen Kick Kit? Woran seht's? Bei mir steht immer nur Block nicht gefunden. Bucket Board, ja. Oder hab ich das, weil ich's auf Englisch auf Deutsch gestellt hab und es gibt keine... Bei mir ist hier ganz viel Holz. Tatsächlich. Bei mir stand bei jedem Item Block nicht gefunden. Circuit Board. Jetzt steht das vernünftig. Ja, wieso ist die Erde da jetzt an der Wand? Ich hab die da dran geklebt. Jetzt müssen wir hier ein paar Viecher töten, damit wir die Boards kriegen. Wo hier in die Wild... Okay, hier ist Wasser. Nee, ja. Ja, wir werden halt gleich über kurz und lang wieder verdurzen. Ah. Warum kann man nicht einfach im Wasser trinken hier? Ich glaub, Stefan... Ah. Ich hab grad hier irgendwie, äh... Matten gepflanzt. Er hält den Kühen Mais vor den Mund und sie essen das. Aber wo sind Kühe? Hast du jetzt grad da so ein Beet hingebaut aus Holz, oder wie? Nee, einfach die Erde auf dem Boden. Wie ging das irgendwie? Hat er gesagt, Left-N-Aus-Button. Erde? Ja. Ich will die andere auch nochmal hier. So, ich hab hier auch... Was ist denn O-Game? Wo sollen denn Kühe sein? Ich hab keine Tomaten sein. Ich hab nur noch hier rote Bede. Ich hab... Was ist denn das? Ich glaub, das ist auch der rote Bede. Bersi. Ach, ich hab auch noch mehr Erde. Ich hätte noch Karottensam, Tomatensam, Benzin. Wo hast du denn Erde her? Aus diesen... Äh, anderen Dingern, die da... So anderen, die wir kaputtgekloppt haben. Ah, Soilbag, ja. Soilbag? Bag. Ist das nicht heißes? Ja. Use them on the ground and place your seats. Äh, Leute? Ja, ich bring hier mal so ein paar Dinger mit zum kaputthacken. Da wird die... Haben Circuit Boards. Boards, die brauchen wir. Versuchen wir noch mehr, um zu locken. Muss man die Blumen jetzt irgendwie gießen? Jetzt mal, ne? Mit mehr Wasser vielleicht? So. 22, 23 Stunden noch, bis die Tomaten fertig sind? Ja. Boah, ja. Wir sterben einfach voll. Hat noch irgendwer was zu trinken? Oh, guck mal, die Erde ist nass geworden hier. Also wie hast du das gemacht? Geworfen, die Erde. Das Wasser. Einmal zum... zum Meer. Und dann hier... mit der Left Nose Button... Throw. Oh. Auch. Muss man diese blauen Dinger kaputt hauen? Ne, hab ich nicht, was das ist. Ich weiß ja, bei dir waren ja... Oh, da hab ich auch noch welche. Irgendjemand stirbt schon wieder. Ja, ich. Ich hab hier noch irgendwas gefunden. Was ist denn das? Wo... Irrst du denn das Wasser? Ich hab so einen blauen Eimer, der stand hier irgendwo am Meer. Hab ich mal eingesackt. Was auch immer das ist. Ich kann... Ich hab ne Wending Machine. Können wir die irgendwo für brauchen? Knapp. Wie krieg ich denn... Warte, ich kann dir den Eindruck geben. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Nö, keine Ahnung. Also falls mal jemand irgendwie... Essen oder trinken hat... Ja, hier... Trinken, ja. Wie gebe ich das ab? Einfach aus dem Editorial rausschmeißen. Achso, in der Editorial, ja. Habt ihr in Achtung, diese Circles? Ja, ich hab hier... Hier Stück. Ich hab da vorne, glaub ich, welche hingeschmissen. Wo soll ich die hinpacken? Ja, zwei Stück hab ich. Ja, gib mal mein... Liegen hier vor mir. Noch mehr jemand? Jeder von? Nee, ne? Ich hab keine. Hol nochmal eben so ein paar Viecher. Das brauchen wir noch. Ich... CircuitBot hätte ich noch eins. Ja, ne... Ach, toll. Ich weiß nicht, ob wir hier ein CraftBot bauen müssen. Wo wir es sind, brauchen wir denn hier noch mehr? Ja, gute Nacht, Snowsurfer. Bis bald. Gute Nacht. Gute Nacht. Und so, hier am CraftBot kannst du ja auswählen, was du craften möchtest. Ah, okay. Zum Beispiel Räder oder... So Sachen. Na, wie heißt das? Bearrings, also, ja. Lager. Kugel-Lager. Kugel-Lager. Bearrings. Dann haben wir euch schon mal Scrap Mechanic vorher gespielt, bevor dieses Survival-Mode kam. Ja, vor dem Survival-Mode, ja. Ah, ich auch. Auch nicht viel. Nee, wir auch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Raketen in die Luft geschossen. Aber das war lustig. Ja. Oh, ich bin tot. Ups. Warum? Äh, wir waren ein paar Bots. Nee, wir haben gerade gemacht. Scheiße. Wo bist du jetzt? Ähm... Ja, wo du das letzte Mal geschlafen hast. Boah, hab ich ein Glück, Alter. Was getan hab. Ich hab durstet, ja. Aber anstatt, dass ich dann wieder komplett voll bin, ne? Mit Essen und Trinken, Pustekuchen. Ich hab grad... Oh, okay. Nee, Mais... Mais kannst du vor Kühe stellen und die geben dann... Okay, dann... Warum rollt ihr lang, Alter? Alter, das ist... Du willst ja blöd bei dem Spiel, bis du da irgendwann mal ein Fahrzeug gebaut hast, was... Funktioniert. Oh, wo kann man denn eine Kuh bauen? Ich will eine Kuh bauen. Oh, hier ist ja schon ein halbes Fahrzeug. Ach, wir brauchen Motoren, ne? Das wird schwierig. Also, das sieht nur so aus wie ein Fahrzeug, aber... Ah, hier ist... Da sind keine Kugellager drin und nix. Okay. Und das ist... Man braucht hier Stein, oder was ist das andere Material, was man für Kugellager braucht? Also, ich hab tatsächlich ein Kugellager. Brauchen wir Räder? Ich hab hier schon eine Räder. Okay, da brauchen wir keine Räder. Da steht keine Räder, genau. Oder... Also, hast du diese Gammelräder, oder... Oh, nee, das ist ein gutes Rad. Ja, das ist... Dann bringst du das mal mit. Dann bringst du das mal mit. Ich hab ganz viel Honig. So, ich hab jetzt noch ein Circuit-Board. Und ganz viel Honig. Ach, da ist die... So, ich hab jetzt noch ein Circuit-Board. Okay, mit dem Honig kann man gar nichts anfangen. Das ist ja scheiße. Ich hab aber zumindest Essen, oder? Nee. Okay. Ich mach jetzt mal die Tine Wittler und mach uns Lampen im Schlafzimmer. Der pennt jetzt eigentlich in der 1. Ist mir egal, oder? Ja. Die sind ja schon Lampen. Aber man kann nicht genug Lampen. Da geht's, glaube ich, einfach nur um den Respawn-Point. Also, du musst einmal dich ins Bett legen, dann respawnst du da, wo du gestorben... Also, wo du das letzte Mal gepennt hast. Hier, schöne Lampe. Ah. Scheint der Typ mit Augen auf. So, wo mach ich die hin? Ey, soll ja erstmal jeder... Hier fehlt ja... Hier fehlt ja eine Lampe. Guck mal, wie schön. Oh, oh, warte mal. Kann ich eine Lampe vielleicht dahin machen, wo wir... Oh nein, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Genau. Kann ich hier eine Lampe hinmachen? Äh, vielleicht sinnvoll, dass wir hier Licht haben. Warum kann man hier eigentlich so sterben? Wäre auch noch so ein ordentliches Rad. Ich sterbe jetzt dann wohl auch. Schicke Lampe. Hä? Schicke Lampe. Ja, die hab ich... Ich mach jetzt mal über Lampe hin. Oh, schön hell. 16 Stunden. Warum kann ich einen Cardboard-Block craften? Wann kann ich das craften? Oh, das kann ich auch craften. Aber ich kann hier Bearrings craften. Was ist das für ein Material? Ah, hier, das Connect-Tool. Das ist ja das, was man... Ja, das hab ich schon hier. Wie kommt man da denn ran? Ey, dreh das. Ich will das. Boah. Boah. So, Honig anpacken. Ja, was das für Geräusche macht? Ich hab' alle meine Sachen verloren. Ja, du musst dein Ding wieder aufsammeln. So, brauchen wir jetzt noch Circuit Boards? Immer. Ja, immer, ja. Ich hab' hier ganz viele. Bye. Muss ich alles rüberziehen hier? Das ist ja allein. Liegen hier auf dem Boden. Nee, mit Schiff. Ey, was machst du denn? Warum machst du das weg? Weiß nicht. Ich hab' nicht. Ich baue hier grad einen Zaun, Alter. Ups. Und du haust Rachen wieder alle weg. Nee, ich bring' mir neue. Ich sitz hier und puzzel die irgendwie da ran. Dreh mich um, haut der mit dem Hammer alles zu klumpen. Gar nicht bewusst, dass das eine... Naja, ich dachte, wir könnten das hier mal ein bisschen zumachen, damit wir... Echtens macht's auch gar keinen Sinn, das hier zuzumachen, weil dann können wir einfach so rumbauen einmal. Was sind das eigentlich hier für Kästen, die wir hier stehen haben? Nicht eben, äh... Bearings. Daniel, hattest du nicht diese Bearings, äh, die Lager? Äh, ja, aber nur, äh, eins. Was sind das eigentlich für Dinge? Ja, das was für Material, was ist denn das? Sag doch hierzu, wie brauchst du dafür... Soll ich ein paar von den Bearings craften? Ja, geil, mach mal. Und, äh, Kuh ist drehen. Wieder was gelernt, ist ja logisch. Zwei hab ich, hab ich. Ja, man braucht ja sechs Stück. Wie ist das? Sechs? Lenken. Also vier für die Räder und zwei zum Lenken, genau. Da reicht auch eins zum Lenken. Ah. Aber wo kriegt man das Material her? Woaus die Bearings sind? Äh, diese... Sparschäler gedulden uns da. Diese langen Stammen da. Diese langen Stammen? Ja, die aus... Menschen, äh, hier aus den Viechern rauskommen. Achso. Na gut, das weiß ich nicht. Muss man jetzt eigentlich diesen ganzen Metallschrott auch mit sich rumschleppen? Braucht man das überhaupt? Äh. Mehr Viecher töten jetzt? Wir brauchen ja auf jeden Fall noch so einen Steuersitz. ein Blatt eingesammelt als Beschreibung. Used for a warding standing. Take a seat. Oh, hier liegt ein Steak. Kannst du das gar essen? Kannst du nicht essen, irgendwie. Oh. Ah, okay. Sinn. Hast du noch dein Eimerchen? Weil das, was ich hier gepflanzt habe, irgendwie das wächst, glaube ich, nicht. Ah, okay. Ja, ich komme. Ich kann dir den Eimer auch geben, dann kannst du das mal im Stream zeigen, wie das geht. Ja, okay. Ja, gib mir mal den Eimer, dann zeige ich das natürlich gerne. So, jetzt habe ich ein Eimerchen. So, da läuft man hier nämlich hin. Aber das ist doch alles. Ja, bei mir steht keine Zeit dran. Ach so. Aber die Erde ist doch dunkel. Ja, aber warum steht denn deine Zeit aber hier nicht? Soll sie nicht. Das habe ich auch noch nicht. Also es ist bei mir auch nur eine Zeit, ja. Kann man eine Kuh irgendwie schlachten oder so? Nee. Ich habe noch Korn. Soll ich das dir? Du hast das ja schon dahingestellt. Komm her, komm her. Wir können die melken. Ich habe kein Korn mehr. Ich habe ihr schon alles gegeben. Ich habe ein Eimer sogar, dann können wir das da reinmelken. Komm her. Nee, die droppt dann so eine Flasche. Komm her. Ja, ich habe nicht. Also ich brauche auch ganz dringend was zu trinken. Ja. Wo bist du denn? Bei wer? Kannst du die Kuh irgendwie einsammeln? Nee, die läuft hier rum. Ich habe auch noch 22 Korn. Achso, ich habe nur acht. Boah, Flo, wo bist du denn? Wahrscheinlich bin ich gleich tot, bevor ich da bin. Heute ist das nicht. Ich sterbe eigentlich noch gleich wieder. Also was muss ich jetzt machen? Das Korn dann? Das Korn vor die Kuh legen. Hier Stück oder so und dann... Da ist eine Flasche gespawnt. Ja, los, schnell. Der, der es am dringendsten braucht. Schnell was trinken. Ja, warte mal. Wie viel hast du noch? Ja, es klingt noch rot. Keine Ahnung. Achso, bei mir ist es noch blau. Aber hier ist... Warte, ich habe hier... Komm hier, schön. Machen wir erst mal Milch. Wir brauchen alle trinken. Ja, alles hinschmeißen. Damit können wir sonst nichts anfangen. Können wir die irgendwie zu uns bewegen? Vielleicht. Hier ist noch ein Roboter in der Nähe. Ich habe Toilet-Paper, vielleicht kann ich sie damit... Vielleicht müssen wir das Mais, sondern nicht alles vor sie schmeißen, sondern... Dass man sie damit Stück für Stück lockt, ne? Ja. Sammeln wir das nochmal auf. Ja, cool. Und dann so ein bisschen hierher... Hierher locken. Nein, diese Hebelbühne habe ich mit Absicht drunter gebaut. Genau, dass man die... Ja. Schiffkirchen, ja moin. So, wir müssen die Lichter noch mitnehmen. Ja, stimmt. Produziert ja unterwegs trinken. Schauen wir mich um die Milch. Und trink sie unterwegs. Ich hole nochmal ein bisschen Korn. Gucken wir mal, was ich finde. Noch jemand am Verdursten? Ja, ich sterbe gerade. Und tot. Hast du... Ja. Jetzt hat sie das Interesse verloren. Ey, nicht weglaufen! Soll ich noch was behalten sollen? Hier war doch noch jemand, Mais. So? Ja. Weglaufen. Ey, du blöde Kuh! Die ist auch noch eine. Ja, die ist gerade einfach wieder abgehauen. Ich habe kein Korn mehr. Ja, ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade wieder welches gesammelt. Ein Inventory ist voll. Ich muss... Kannst du jetzt noch schnell hier hinkommen? Weil ich habe auch gleich nichts mehr. Okay. Ja, 18. Ah, sie kommt schon mal in die richtige Richtung. Ja, ich nehme sie immer wieder weg. Ich logge sie gerade mit einem Korn weiter. Geil. Ey, wenn sie mit dem einen Korn trotzdem Milch droppt, ne? Wo seid ihr eigentlich so? Also, seid ihr noch irgendwo in der Nähe? Ja. Da ist sie weiter hoch auf der rechten Seite. Sind die Abstände eigentlich so gut, oder? Weiß ich noch nicht. Ne, ich weiß nicht, ob sie gerade ist. Jetzt haut die gleich ab. Und ich habe noch zwei. Boah, ich finde, du hast ja gleich wieder an. Und dann brauchen wir ihn auch. Oh ja. Oh, jetzt sag ich mir jetzt auch langsam, ich bin thirsty. Hast du noch Milch? Ne, ich habe... Eine habe ich noch. Willkommen. Lassen wir... Soll ich zu dir kommen? Wollen wir ein Gehege bauen, wo wir die einsperren? Ja, bauch schon mal eins. Ja, das Problem ist, hier ist nur noch... Hast du noch Korn? Ja, ich nehme einfach das, was hier ist. Ja, Flemming. Gut, dann habe ich jetzt alles. Nein, 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 nicht wieder abhauen. Okay. Sofort gegessen, oder was? Ja. Okay, meinst du, ich habe keins mehr? Ich brauche mehr, mehr Circuit Boards. Ich habe auch... Echt? Ja. Ich möchte mal so einen Sitz hier. So, jetzt kann ich aber kein Gehege bauen. Was machen Sie was von Sitz? Ach, zum Steuern? Ja. Dein Scrap Seat, oder? Ja, der Over... Äh, Scrap Driver Seat, ne? Ja. Also den Driver Seat. Ja, aber da, warte mal, aber ich brauche ja dieses... Warte, ich werfe das nochmal hin, hier. Wie, wie, kriegst du die noch bis zu dir, bis rüber, oder soll ich jetzt hier einfach bauen erst mal? Also, ich weiß noch nicht, wie ich es bauen soll, aber... Wie viel Driver Seats bauen wir? Einer, reicht das? Einer, ja. Dann noch normale Crap Seats, wo wir so einen Sitz, so ein Fahrzeug für uns alle bauen, oder was? Ja, keine Ahnung, also ein Fahrzeug bauen wir halt irgendwie... Ufo, glaube ich, ne? Dann sollen sie auch hier schon irgendwie einmal ummauern, die Kuh. Die umhauen, die brauchen wir noch. Nein, einmauern. Es braucht doch nur einen Gang, dass die nicht wieder wegkommt. Man kann die auch anschieben, so ein bisschen. Nein! Oh, jetzt letzte Korn gegessen. Nein! Wo schieben wir die jetzt hin? Wir bauen es rein, oder? Haftzimmer! Geht hier gleich zum Zombie, so wie bei Minecraft. Ist das bescheuert, ey. In die Richtung. Oh, jetzt habe ich sie. Oh, ich bin schüttelnd. Die Tomaten und sowas sind gleich mal fertig, geil. Das Licht bringt ja überhaupt nix, ey. Wir hatten dieses Auto gebaut. Irgendwer hat es angefangen und ich habe da ein bisschen Sachen dran gebaut. Das ist ungerade. Soll ich den Sitz dann in die Mitte setzen? Klar nicht. Sollten wir den nicht vielleicht in eine Wiese stellen? Nur so? Quatsch. Ich muss ja eh was zu essen haben. Aber, ähm... Okay, gut. Okay. Ich muss ja irgendwie einzelne Teile. Ja, oder? Kostieren. Auf Kuh. Ich habe einfach mal was anderes hingemacht. Das ist gerade noch da. Oh, jetzt. Und, und. Oh, oh, oh. Stopp, stopp, stopp. Wie, da kommt die drüber. Gib die mal runter. Ich will da drin bleiben. Oh, shit. Ey, ich geh weg, Alter, ne? So. Schön. Ja, reicht. Stacheldreieb. So, was kann man mit der Kuh jetzt machen? Kann man die hier so aufdingsen? Und füttern. Dann wird die fett und was macht die dann? Ich. Ich habe Milch. Ach, da kommen diese komischen Kanten her. Sammelt man die automatisch auf, oder was? Ne, ne, die kackt die halt aus. Das ist der Fachterminus. Ja, die kacken halt natürlich. Aber vielleicht das ein bisschen größer machen so. Die fühlt sich, glaube ich, ein bisschen... Ich mache es nach. Oh, da habe ich ein schönes Gewege. Ich mache da jetzt erstmal Licht. Ich habe jetzt eine Lampe genommen von den Blumen. Die brauchen wir da eh nicht. Ich habe nochmal sieben Korn gefunden. Oh, hier ist noch mehr. Ah, das ist noch nicht nachgewachsen, ja. Können wir noch irgendwas? Brauche ich das halt auf Stachliteratze. Oh, die Tomaten sind gleich fertig. Wir brauchen auch noch einen Tank, ne, oder? Drei, zwei, eins. Wir halten nix, ey. Ja, Tomaten. Oh, hier, unsere Kuh hat Licht. Geil. Hier, hinten bei den Tomatenbeets sind so ein paar Roboter. Ja. Oh, oh. Die machen die auch kaputt. Die machen die Tomatenschrott. Was? Oder haben wir die Schrott mitgemacht? Nee, die haben die... Da braucht man Licht, damit die da nicht rangehen. Nee, ich würde auch hier einen Zaun umbauen. Was sagt der Chat? Ob ich den 3D-Drucker fertig gebaut habe? Was der andere... Na ja, Grundgerüst ist geschafft. Ich glaube, er hat es geschafft, aber wenn er für das Fertigbauen braucht, wie er es für das Anfang dauert, dauert es ja ewig. Der Ding ist einfach emotionslos. Was? Er hat eine CNC hinter sich, aber will noch nicht drüber sprechen. Ja gut, das ist aber nicht das Barcube XL, den er vor x Jahren angefangen hat. Äh, was? Wo bin ich emotionslos? Ich glaube, ich habe da... Also, alle, die jetzt gerade mitspielen, die kennen die Geschichte, warum das so lange dauert. Und da ist sehr viel Emotion drin. So, wir brauchen Benzin. Benzin habe ich. Ich habe auch Benzin. Ja, damit, komm. Das kippt in den Motor hier. Ja, hier. Komm rein da. Ja, ich habe das hier hingestellt. Ich wollte jetzt mal hier Licht dran machen. Ähm, wir machen das eben. Hast du alle Reifen miteinander verbunden? Ja, aber irgendwie... Nee, der dreht hier falsch rum. Der hintere dreht hier falsch rum, ne? Der auf deiner Seite hinten. Was, irgendwie? Mit Rechtsklick. Einmal mit Profis arbeiten. Nee, ist das noch mit viel verschweißen. Das geht doch irgendwie. So, jetzt. Hast du denn so ein Building Tool? Krass, wir haben ein Auto. Ja. Hat das auch? Ey. Sale. Wir sind for sale. Ich habe noch ein Circuit Board. Braucht ihr noch eins? Immer. Dann brauchen wir aber noch mehr Sitze, oder? Ja. Baut Sitze, dafür brauchen wir die Boards. Web Seats. Wollen wir jetzt mal ein bisschen größer bauen, oder länger? Im jeden Fall irgendwie passiert auch nicht. Wie geht's eigentlich, der Coup? Der geht gut. Technisch ist das Ding komplett für den Arsch. Was baust du denn für ein Riesengehegel? Ja, der muss gut gehen. Okay. Ne, ja klar. Die hält ja uns gerade auch am Leben. Sehr gut. Ja. Ich kriege ganz heute die Milch von ihr. Ihr. Und... Alle anderen, weil du durst mir elendig. Äh, kann noch jemand hier mal die Sachen gießen? Ja, achso, ich habe den Eimer. Ja, warte. Dann trinken wir. Laufen. Ich schmeiße. Oh, nein. Ja, wieso? Ich habe das Open-Shirt kaputt gemacht. Oh Gott. Wieso bin ich gerade rausgeflogen? Ja, das steht hier. Keine Ahnung. Ich meine, ich wollte eh raus, aber... Boah, ich muss jetzt für jede Pflanze mit diesem Scheiß-Eimer laufen. Das müssen wir auf jeden Fall automatisieren. Ich habe schon Rohre irgendwie. Warum nur eine Pumpe? Spaß gemacht mit euch, Jungs. Wir sehen uns morgen vielleicht. Jo. Sind ja auch. Tschüssi. Guten Nacht. Ciao, ciao. Bitte. Ich darf es auch keinem erzählen, wie wir jetzt gerade das Bild irgendwie noch in den Stream übertragen. Nee, für da ist das wirklich nicht so das Sinnvollste. Naja, aber das war ja einfach nur, der Stream darf nicht ausgehen. Ja. Unauthorized farming detected. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Oh oh. Hier machst du das ja mal von der anderen Seite gleich machen. Ein Eimer pro... Nee, das hast du jetzt drei auf mal gemacht. Wie wär's? Ich hab das ja jetzt gemacht. Das ist ja cool. Ich glaube, das ist noch sehr beta in das Spiel. Ich hab' nur einen gemacht. Uah. Jetzt brauchen wir einen größeren Eimer. So, eigentlich müsst ihr da jetzt auch mitfahren können. Geht das? Kann ich dir noch nicht sagen. Ich laufe im Eimer hin und her. So. Können wir jetzt mal irgendwo hinfahren? Reifen wir nach unten, ne? Ja, kann man mal irgendwie andere reifen? Was ist das denn? Was ist das denn im Kühlschrank? Wie Milch, oder was? Was? In der Winding-Maschinen. Ja, ich hab' ich irgendwo mitgenommen und... Ach, irgendwer hat die Milch. Och, leck mich doch über Arsch, nochmal. Ich glaube, wir müssen die Kuh für Tanne. Die macht keine Milch mehr. Die macht nur Milch, wenn du der Mais hinstellst. Das war noch nicht los. Mann! Ich muss immer noch. Ich verhungere. Warte. Wir wollen... Hat irgendjemand Obst? Wir haben ja so alte Obstände. Kann man da vielleicht Neues rein? Dann kann man sich das ja mal rausnehmen. Ich glaube, das ist aber nur Deko, oder? Witte Obstände. Deko. Kann man dem Motor noch mehr Power geben hier? Habt ihr noch einen Platz für mich frei? Leider komm' ich mit. Ah, ihr habt ganz viele Sitze drauf gemacht hier. Ich hab' gar nicht... Oh Gott. Wir brauchen nochmal irgendwie anständige Reifen. Weißer nicht Offroad, ne? Wo seid ihr denn gerade? Wir fahren mit dem Auto. Wie viel Benzin haben wir denn noch da drin? Nicht, dass wir gleich in der Pampa stehen bleiben. Alles gut, alles gut. Ihr habt ja sogar einen Sitz für mich. So, sagen wir da mal hin. Wollen wir Daniel noch eben einsammeln? Äh, wir fahren schnell. Ich glaube, wenn man jetzt pfährt oder geht, das macht nicht so viel Unterschied. Hier ist ja auf jeden Fall viel Korn, würde ich sagen. Kann man da irgendwas machen? Da hättest du noch eine Kuh. Zwei. Nee, eine. Wollen wir die denn jetzt rüberkriegen? Wollen wir die denn jetzt da rüberkriegen? Rüberkriegen oder so? Tue das gleich. Oh, tatsächlich. Ich habe gerade die Kuh getötet. Die ist weggelaufen. Genau, die steht glaube ich da auch auf, ne? Oh, hier ist Mais. Die Kuh hört nicht auf, wegzulaufen. Hey, kann ich mal helfen hier hinten? Ah, ich verdurste. Oh, ist die Kuh noch irgendwo da? Äh... Ich sehe sie nicht. Doch, ich sehe sie. Noch da hin. Sie läuft noch. Inventory voll. Ich höre Roboter. Ja, ich bin gestorben. Könnte ich mein Kram einsammeln? Wo bist du? Den musst du selber machen. Ah, da unten in dem Feld sind zwei. Hey! Lass mich jetzt an... Oh, der kippt gleich gerade. So? Ja. Äh, wenn wir das Korn eingesammelt haben. Ja. Wollen wir dann runter zu dem Feld und den Robotern mal eben den Kopf einhauen? Ja, ich muss mal eben so ein paar Sachen wegschmeißen, damit ich etwas mitnehmen kann. Flo, hast du noch was zu essen? So zu trinken. Äh, ja, Chris, wo müssen wir hin? Ähm... Na runter, da unten. Okay. Weiß nicht, also Gesundheit habe ich noch, aber Essen und Durst habe ich nur noch die Hälfte. Welche machen wir zuerst? Der ist schon tot. Soll ich den mal eben zu refine? Ja. Oh. Nein, 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 nein. Wo ist es hin? Der Flemming, das war ganz schön knapp. Mhm. Weil man stirbt ja, wenn man die fällt. Oh, okay. Das ist recht. Nee, also, war das Fluch. Fluchte riecht einfach die zwei. Ja, ich komme. Einer ist schon kaputt. Die Ports habe ich. Dahinten ist noch eins gelandet, glaube ich. Äh, das ist so ein... Und ja, was von euch zuerst noch trinken dabei? Äh, ich hätte Milch. Nee, mega. Irgendwas. Kann ich auch einzeln Milch raushauen, oder? Ja, aber ich trinke halt eine. Ich brauche, glaube ich, meinen ganzen Stack raus. Okay. 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 So, äh... Flam, kannst du mir noch irgendwie eine Notmilch wiedergeben? Aha, ja, klar. Aldo fragt nach, äh, LS19. Geht gerade nicht, wir müssen Korn sammeln für die Kuh. Ach du Scheiße. Was denn? Boah, hast du, äh, Flam, hast du die Milch irgendwo hingeschmissen? Ja, nehm dir. Ach da. So, wo seid ihr? Du. Oh Gott. Ja, genau. Da müssen alle, alle, ja. Jetzt bin ich hungry, auf jeden Fall. Sterb gleich. Oha, oha. Oha. Alle rauf hier, komm los. Alter, okay, ich glaube, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Nein, habe ich. Kann mal jemand, jemand, der denn noch lebt, schnell zum Auto laufen und... Ja, aber hier liegen Keile. Ich würde interessieren, wo ihr seid. Ganz weit weg. Wo bist du? Dann können wir da zusammen hinlaufen. Holt ihr das Auto? Sind da noch Roboter, Flam? Ja. Bist du gerade gestorben, Flo, oder was? Ja. Ja, die alle. Ne, ich lebe noch. Ach so, ja. Aber, äh, ich möchte sagen, wir sammeln die Teile gleich als wir. Ja. Ach so, aber du siehst ja, wo du gestorben bist, ne? Ja. Wie viel waren denn da gerade noch, Flam? Eine oder zwei, glaube ich. Ich warte mal, bis ich geheilt bin. Hat noch jemand Sachen zum Essen dabei gleich? Ne. Ich habe noch keine Milch. Ich habe eine Milch noch. Also, stellen wir fest, wir haben ein Essensproblem. Aber wir können die Kuh gleich füdern, weil ich dir. Hast du schon mal schwimmen gegangen? Schande. Einer. Ich sehe, sind es noch vier Roboter? Na, tauchen, ne? Die Tools behält man zumindest. Man stirbt. Also, das sind noch relativ, äh, viele Roboter, ne? Kann man die vielleicht mit dem Auto ummelden? Das heißt ja dann vielleicht einfach nur, dass, äh, da richtig viel geiles Zeug ist. Ja. Also, links davon sind auf jeden Fall noch ganz viele im Feld. Oh Mann, ich habe euch schon wieder verloren. Äh, Flo? Ja, ich bin noch im Inventory. Hier raus. Oh, scheiße. Hier liegt noch ein Inventory. Kann das sein? So ein Sack? Ja, ich habe noch einen. Willst du das wiederholen, oder? Aua, 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 aua. Geil, Komponent-Kit. Sehr gut. Damit können wir irgendwas Cooles bauen. Ihr könnt übrigens, äh... Ich brauche was zu essen. Oh, scheiße. Oh, habe ich Glück. Daniel hat richtig hart ein Struggle. Au. Gott. Daniel ist ja auch einfach mal direkt hochgelaufen, ne? Ihr könnt euch auf diese, äh, hier, Hebeldiene stellen. Das ist sehr praktisch, übrigens. Warte, wenn wir was essen. Ich habe es nur gerade nicht gezeigt gekriegt. Okay, ich habe beide kaputt gekriegt. Also bei mir ist noch ein bisschen Milch im Rucksack. Oh Gott, hier ist alles voll. Nicht schon wieder sterben. Oh Mann. Ihr könnt euch halt auf die Hebeldiene stellen. Dann könnt ihr euch nicht mehr, äh, treffen. Was ist hier noch? Ah! Okay, ich bin gestorben. Äh, das war nicht so. Puh, also da liegt auch noch, glaube ich, mein ganzer Loot. Die liegt auch noch rein, ne? Noch irgendwo was zu essen? Äh, ich habe nämlich auch nichts. Ich laufe jetzt erstmal und hole meinen... Sonst müssen wir die, äh, Kuh halt wieder ein bisschen füttern. Ja, ich hätte genug Korn. Äh, das liegt aber alles da hinten, wo wir gerade eigentlich alle sind. Essen. Wir haben ein Essensproblem. Ja. Vor allem ich bin... Also wenn ich gleich ankomme, werde ich wahrscheinlich schon wieder Hunger haben. Und ich muss gleich mal nach dem Bett. Ich höre ja schon wieder diese komischen Viecher. Ja, die sind halt überall. Nein, hier oben gibt es, äh, Batterien und... Essen? Nee. Darf doch nicht wahr sein. Äh, Component Kit. Also ich habe noch ein Viertel Nahrung. Component Kit ist für irgendwas, war das geil. So ein, so ein, äh, Food Bot kann man bauen. Dafür brauchen wir Component Kits. Ah, gut. Food, food klingt gut. Ja. Ja, ich bin auch schon wieder empfangen hier. Das heißt, ich sammle jetzt eigentlich gleich mein Loot ein und dann könnte ich versuchen, wirklich viel Strecke zu schaffen bis zurück, damit ich das nächste Mal nicht so weit laufen muss für Loot. Ja. Sammelt ihr das gerade noch alles ein, oder? Ja. Flo kann es mir doch von der Milch geben. Wolltest du gerade an meinem Loot bei? Ja, eine Milch. Oh, scheiße. Muss ich das alles einzeln wieder rüberziehen, oder? Ja, komm her, lauf doch nicht weg. Shift. Achso. Muss ich aus dem Backpack alles wieder einzeln reinziehen? Shift Brücken. Hier oben gibt es nichts mehr, oder? Shift. Nee. Ja. Ja. Ah. Ich konnte aber nichts anfangen. Wenn ich jetzt einfach nur Shift, 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 Shift brille, danke für Daniels Tastatur-Tourette. Ich bin das. Vorne. Auto? Ja. Oh, hier, wollen wir den Meister mitnehmen? Schon wieder hungry. Ja, natürlich. Warte, 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 warte. Ja, sorry, der ist gleich losgefahren. Warum fehlt den Sitz? Ich weiß nicht, wo ist Daniel denn? Ja, der Monster wahrscheinlich kaputt gehauen. Ich bin hier sehr weit oben. Gut, Daniel muss sowieso laufen. Ja, okay. Dann fahr mal zurück. Wahrscheinlich stellen wir jetzt einfach auf dem Weg alle drei langsam nach und nach. Warum muss ich laufen? Weil ein Sitz kaputt gebissen wurde. Achso. Da kannst du die auch mal geradeaus fahren, ey. Wie denn mit den Reifen? Dass dir überhaupt sich irgendwas dreht. Man kann mit dem Motor auch nur zwei Reifen antreiben. Ja, immerhin ein gutes Rad. Alter, da ist man ja schneller, wenn man läuft. Aber man muss sich nicht so anstrengen. Aber es geht mehr auf die Gelenke. Wer hat die Karre gebaut? Nein, nein. Wieso, was ist mit der Karre? Nein, die ist gut. Das wollte ich hören. So, warte, ich fülle jetzt erstmal die Kuh. Lass mich mal hier raus. Ach, ich springe einfach ab. Ja. Au. Gut gebrauchen, Finger. Hä? Fülle die mal. Ich brauche. Ja, denkst du was. Wo haben wir denn eigentlich den Motor her? Ja, das braucht, glaube ich. Ja, was bringt das? Au. Das Korn kann ich alles fressen. Und dann... ist Korn. Für Milch. Schön. Ja, ich stehe hinter der Kuh. Oh, ich habe noch die Banane. Die esse ich jetzt. Das ist jetzt spät genug. Jetzt darf man auch Bananen im Livestream. Wie viel... Wie viel... ähm... Kits haben wir? Component Kits? Ja. Äh... Eins. Ich habe auch noch ein paar gefunden in dem Gebäude hier. Wir brauchen zehn. Und irgendwie Metall oder so. Ja, ich habe da 45. Das ist das, wenn du dir die ganzen Roboter da sparschierst. Nee, 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 nee. Richtig. Stahl oder sowas, was das ist. Ja, genau. Aber das kommt von den Roboter, wenn du die sparschierst. Nein, 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 nein. Das ist das Orangene. Ja, für den Craft? Ja. Guck dir mal den Cookbot an. Ach so, Cookbot, ja, okay. Den brauchen wir unbedingt. Naja, aber hier schreibt jemand im Chat, dass wir Craftbot nehmen sollen. Das empfiehlt er uns. Ja? Ja. Okay, dann brauchen wir... ...diese Circuit-Dinger. F-Kits. Wie... ...macht einen Craftbot, da kann man Metall machen. Ja. Okay. Das ist aber nicht unser Essensproblem. Doch, dann können wir den Cookbot machen. Und Fleisch habe ich... ...hat findet man ja ständig irgendwo. Okay. Wir brauchen jetzt diese komischen Kids. Ganz viele. Jetzt. Ersepp. ... Hallo? Was? Ich habe gerade... ...eventuell kurz mal eben den Titel gendert. das ist jetzt 33 tage after show und aus bin aus just chatting raus in was brauchst du was component geht habe ich nicht kann jetzt geben hier blinkt immer das leuchtet aber auch ich bin hungry ich bin hungry musste sterben ich habe nur ein mitgegen du hast gleiches gemüsefeld fertig wer doppelt denn hier ja ich möglicherweise jetzt ist wieder gut ich habe nämlich nicht mehr so viel sieht jetzt habe ich vergessen wo das geleuchtet hat das kann man mit dem bienenwachs machen was kann man hier kommen ganz viele roboter hinter mir hinter mir hinter mir ich bin zu zwei das klang nach so viel mehr wir müssen uns gleich mal personen bauen und so alles da ja wo sind noch roboter ja noch ich gucke räder und motoren okay dafür braucht man den craftball wahrscheinlich das gemüse sieht so fettig aus aber wie ernst man das jetzt ich habe recht im haus hast du inventory voll aber entscheidend kann man nicht jetzt war nur eine oder nicht mehr darauf rum wir haben tomaten Ich kann auch direkt mal neue Seen hier wieder. Hast du noch welche? Oh, jetzt noch ein Roboter. Ich bin dehydrated. Okay, ich brauche mich. Ich brauche was zu fressen. Ah, man kriegt aber auch neue Samen, wenn man die erntet. Irgendjemand hat noch so einen Sack Erde aus Versehen. Ja, ich habe den hier aus Versehen. Ich hatte Milch immer an Gebot. Warte mal, wo willst du den Sack Erde denn haben? In der Mitte. Wo so ein Loch ist. Und, äh... Der Eimer, ne? Der wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er da liegen bleibt. Können wir jetzt schon wieder gießen? Ah, ja. Boah, Alter, hier ist gerade richtig gefährlich geworden. Wir machen übrigens anscheinend äh, die... äh, hier, Monster unsere Bude kaputt. Das ist das große Ding. Der hat ja die ganze Zeit gegengekloppt. Ich habe schon zwei Stücke totgemacht. So. Hier draußen war einer. Und hier hinten auch. Okay. noch Scrap Reels, drei Stück. Das wollte ich nicht. Es gibt... Also US Upgrade. Das machen wir das halt. Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Was machst du da? Ich habe hier noch zwei Tomaten. Zwei habe ich gegessen. Also ich bin nicht ganz voll. Also... Nee, ich auch nicht. Ich habe auch noch ein Drittel frei. Oder ein Viertel. Ja, das ist bei mir genauso. Also... Okay, ich habe die mal hier... Oh. Ich habe die eingesammelt. Haben sie besser als Bau. Oh, ich habe, äh, Seeds. Äh, genau. Immer wenn du welche abbaust, dann kriegst du noch neue Seeds. Möchtest du die irgendwo hinpacken hier? Ähm, da ist noch ein. Ahmd. Wollen wir noch mehr Erde? Naja, wir könnten mal vielleicht zurückgehen, weil da war noch irgendwo Erde. Ja, nee, ey, ich rass jetzt zurück halt einfach. Ähm... Wolltest du das Auto eben nehmen? Manchmal triffst du drei Felder auf einmal, manchmal nur einen. Oh, Entschuldigung. Geht. Will jemand mitkommen? Fahr nicht ins Essen. Nee, fahrt nicht. Ich mache jetzt... Ihr musst hier erst gießen. Warte, stopp, stopp. Ich komme mit. Oh, da gab es abgewählt. Was? Warte mal. Kannst du ein Upgrade machen? Warte mal kurz hin. Ja. Kannst du mal den... Wir müssen mal den Antrieb auf Front umstellen. Ja, so. Oh, wieso mache ich das hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Was umstellen willst du? Antrieb muss auf Frontantrieb umgestellt werden. Ja. 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 Welten besser? Kommst du mit? Ja, sofort, oder? Ich habe nur drei Plätze, ne? Wir können aber eben einen bauen, ne? Ja, die ist jetzt hier zu Ende. Und dann seid ihr doch wieder da, oder nicht? Obwohl wir jetzt irgendwie länger wegbleiben. Ja. Mach's jetzt. Warte das eigentlich? Ja, Musik. Ich schiebe die Farben zum Wasser. Ja. Wofür braucht man eigentlich Sitze? Auch ich. Kann ich denn, wenn ich die Farben verschiebe, muss ich dann alles abbauen und wieder neu pflanzen? Dann setz dich mal bitte hin. Warum? Mach mal. Ob man dann schneller ist. Ne, ne. Wir sind ja Mode-Event schon auf volle Pulle. Ja. Er gefurzt. Aber wir haben, glaube ich, einen verloren. Hä? Hier rechts gäbe es diese Läden. Was? Hier rechts sind diese Marktdinger. Da gab es halt irgendwie diese Samen und... Ja. Ja, der gibt's halt hier. Also das nächste Mal gießen macht jemand anders, übrigens. Ist echt blöd. Ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. Ich bin es im Eimer und rennst immer hin und her. Unsere Kuh. Ist jetzt irgendwas gefunden? Ja, dann sag L. Kuh. Der liegt hier dann rum, oder was? Ja. Der liegt hier dann rum, oder was? Ich hab noch einmal gefunden, hier. Ach, hier drüben ist auch noch was. War mit. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es. Und dann muss ich nicht auch mal was. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Chemie, Batterie und ... Nee. Alter. Ich glaube, das ist für die Spargel-Gebäude. Ja. Auch gar kein Wind. Hast du das Riesengebäude? Ja. Blauer? Ja. Vielleicht kein Sinn, da jetzt alleine hinzufahren. Nee. Falls ihr mich seht, könnt ihr mich abholen. Ich bin ein bisschen lost. Ja. 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 Ah, das ist ja voll weit, bis ich da rüberke... Ja. Ja, da rüberkomme ... Ich werde hier noch ein paar drinnen. Den Hengen gefangen hat er. Bevor die Minecraft-Mucke im Hintergrund. Bei euch auch? Es ist gerade ein bisschen Musik angefangen, ja. Oh. Hier. Component-kit. Das war's. Das war's. Objektiv. Es wurde gesagt. Das war's. Das ist, was ich aus? Ich werde das Korte auf in. Das war's. Lattery Pack. Ich hatte noch ein bisschen Erde. Ja, man kann es gerne hier hinwerfen. Ja, man kann es gerne hier hinwerfen. Ich habe hier noch ein schönes Schild gesammelt. Ich habe hier noch unglaublich viel Holz. Ja, dann bau doch hier mal weiter. Boah, Alter. Oder gib mir das, dann baue ich die Wand hier für dich. Ich habe noch Component Kit und Glowstick. Nein, ich bin tot. Das ist ganz ungünstig. Hat Daniel denn das Safe Game jetzt bei sich? Hört ihr mich noch? Ja. Also... Wolltest du es mit Safe Game? Eventuell ist das Auto weg. Inwiefern eventuell? Ich bin bei diesem ganz großen Gebäude gewesen und da hat jemand mit so einer Kartoffelkanone auf mich geschossen. Okay. Da muss irgendwie richtig geiler Shit sein. Blöderweil ist jetzt ja auch mein Inventar da. Ich hatte recht viele von diesen Component-Gitboards. So, jetzt ein Stück Mauer klauen. Ich werde mich auch verabschieden für heute. wäre dann... Ich muss meine Sachen holen und dann wäre ich auch gleich weg. Aber ich... Bin ich noch nicht. Tschüss. 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 23 Leute hier. Oh, da ist ja auch schon ein Do-Not-Enter-Shield. Ja, habe ich da schon dran gemacht. 243. Ja, ich habe einfach beides dahin gekrängelt. User disconnected from your channel. So, was hätte ich denn noch? Ich habe hier noch... Oh, ein Eimer. Waterpocket. Ah ja. Das ist gut. Dann stell den mal zu den Erntesachen. Hier liegt noch ein Sack? Ja, der ist leer. So, warum liegt der denn da noch? Das habe ich auch nicht verstanden. Das war nicht meiner. Das kann sein. Weil der von Dingens, der ist ja schon... Huffelein. Ich habe hier noch ganz viele Seeds. Das kann ich alles hier hinlegen. Das mit dem Gelänge verstehe ich auch nicht. Das hatte ich auch. Oh, ich habe einen Fertilizer. Interessant. Mal gucken, was da passiert, wenn ich den benutze. Daniel hat bestimmt irgendwelche E-Mails von Twitch bekommen. Weiß ich nicht. Twitch-Partner und so. Also, ich kann hier jetzt irgendwie so VIP-Krams machen, tatsächlich. Schau mal, das heißt. Auf der Channel kann jetzt nach einem Tag mehr... Also, ich kann zehn Leute zum VIP machen. Also, in diesem Community-Ding, wo ich euch zum Moderator gemacht habe. Was auch immer das dann bedeutet. Wir sind auf jeden Fall die schlechtesten Streamer der Welt. Vielleicht würden andere sagen, boah, geil, endlich habe ich das geschafft. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen ja nicht mehr, dass man... Ich wusste das. Aber ich habe nicht dran gedacht. Casual Shetting-Dings. Just Shetting an Mahmoud. Also, hier ist richtig krasser Schild irgendwie. Ja, aber du bist ja da draufgegangen. Ja, ich habe aber meine Sachen gerade weggeholt. Ich weiß nicht, ob man den Roboter einfach über den Haufen fahren kann. Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt jetzt auch nicht nochmal. Verbaut. Also, VIPs, die können in den Chat schreiben, auch wenn andere es nicht dürfen. Okay. So ähnlich. Gut, das taugt jetzt. Also, du kannst halt irgendwie Slow-Chat anmachen und sowas. Dass halt die Leute nicht rumnerven können. Oder so doll. Macht dann Sinn, wenn man 10.000 Viewer hat oder so. Ja, übernächste Woche. Richtig steil gehen. Wie viele Follower hat denn der Channel jetzt? Der hat richtig dazugehört, denkst. Ja, 127. Wie viel? 127. Ach, krass. Also, das sind, also, wo wir angefangen sind, waren es, glaube ich, 50, 60 oder sowas. Echt doch so viel. Also, nee, heute, also, wo der Stream angefangen ist. Ja, ja, aber 50, 60, ohne dass je Content drauf war. Ja, gut, aber wir haben ja gesagt, von wegen hier, da wird gestreamt. Ja, okay, ich glaube, dagegen ist das ja schon normal. Ja, so, aber ich glaube, ich habe hier immer noch rote Bietes. Also, ich habe das Video auch geschickt von Waldo, der ganz traurig guckt. Warte, was? Ich habe nichts geschickt. Ich habe nur von Brian gekriegt, dass es langweilig ist und passiert hier noch was. Aber das war auch schon vor einer Stunde. Ja, Waldo, das tut uns echt leid. Aber wir können jetzt noch Landwirtschaftssimulator anfangen. Ich bin tatsächlich, also, wobei, gut, inzwischen ist es 21, okay. Ja, ich bin tatsächlich irgendwie, also, gefühlt ist, als wenn es 4 Uhr ist, so. Echt? Genau. Ja, so ein bisschen Matsche, weil ganz drach, ja, irgendwie unter, was heißt unter Strom gewesen, ist jetzt übertrieben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt von 17 Uhr, hast du, also, zwei, dreimal kurz weg, aber überleg mal, von 17 Uhr bis jetzt haben wir 21. So, und vorher noch, weiß ich nicht, so ein, zwei Stunden Vorbereitung. Ja, also, der Stream, der läuft jetzt 8 Stunden 20 und, ja, genau seit irgendwie frühen Nachmittag bin ich am Rechner und beschäftige mich damit. Und, ja, ich finde aber, dass man feststellt, also, wenn jetzt jemand sagt, das ist ja nur da rumsitzen, schocken oder irgendwas machen am Computer, das kann jeder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt festgestellt, das ist echt anstrengend. Ja. Also, das ist jetzt 8, guck mal, wenn wir jetzt 8 Stunden hier sind, ne? Also, das, man fühlt sich, gut, jetzt ist es auch 1.20 Uhr und so, aber trotzdem fühlt es sich an wie, du hast den ganzen Tag gearbeitet, wirklich platt. Also, es hat Bock gemacht, gar keine Frage, auch voll viel Spaß und, ähm, so, also, wirklich cool, aber anstrengend ist es. So. Also, Respekt an den ganzen Streamern. Jetzt überleg mal, du hast da irgendwie, du streamst und hast da irgendwie, was weiß ich, 1.000, 2.000 Leute, die dir zugucken. Dann gehst du einmal kurz aufs Klo und dann sind schon 500 wieder weg. Ja, Moogame, äh, ein Craftboard können wir noch nicht bauen, weil wir nicht genug Component-Kids haben. Ich habe nur 3 und die anderen haben, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe 4. Okay, wir brauchen aber 10. Ja, da liegen doch noch ein paar im Lager rum. Sicher? Die Component-Kids? Also, hier liegen noch weg auf dem Grund. Nicht die Circle-Boards, ne? Hier liegt ein... Component-Circle... Achso, okay. Jetzt auf jeden Fall ein Component-Kit. Oh. Ich habe es aufgesammelt. Okay, dann habe ich doch nicht die... Wann mach ich... Jetzt mal kurz. Ah, ich habe 10 Stück. Was? Circuit? Component-Kids. Wir brauchen... Hier kommen Roboter! Hier kommen Roboter! Dann gib her! Warte, Roboter! Wo bist du denn? Ach dann... Dann gab es die... Roboter! Aua! Ich kriege die Götter nicht auf den Sack! Du dummer Sack hier! Schon wieder? Irgendwo hört man noch nach, was... Oh, dann ist noch einer! Wir müssen noch mal hin! Der läuft vor mir weg, Alter! Äh, was wollen wir jetzt craften? Den... Wir müssen den scheiß Craft-Bot hier... Hier oben! Craft-Bot! Äh, ich brauche noch... Äh... Die Circuit-Boards... Hier! ... am Stück... Und noch 75 habe ich... 90 brauche ich... Äh, von diesen... Anderen... Da, genau... So, wir sind hier schon wieder am Sterben. Craft-Bot, also? Ich habe hier gerade noch... Äh... Eine rote Beete... Geschmissen. Alles gut. Okay... Irgendwas passiert hier gerade. Dann hätten wir möglicherweise das... Craft-Bot gefahren müssen. Hey, Glück gehabt. Was ist das? Das ist der Craft-Bot. Ach, du Schande, der ist wirklich mächtig. Oha! Ich frage mich ja wirklich, ob man das... Also das Sammeln und sowas dann auch später automatisieren kann. Weil ich überlege mal, wenn du so für Düsen und sowas da die Sachen alle sammeln musst... Ich glaube, wir können den noch upgraden. Wie viel von den Dings-Kits hast du noch? Welche Kits? Oh, ich habe hier irgendwas noch. Die Component-Kits? Gut, oder? Äh, Component-Kits habe ich jetzt keine mehr. Okay. Dicke, hast du noch Component-Kits? Nee, ich habe eine Registrierkasse. D und Schild. Okay, schade. Kann man eigentlich mit Chemical machen. Also ich würde jetzt tatsächlich noch... Ähm... Und... Dass wir... Sobald es wieder hell ist, man mehr sieht, das ganze B-Zeug am Wasser aufbauen. Ja. Weil die sind hin und her laufen. Mr. Who Game schon gesagt? Das macht keinen Sinn. Oh! Explosive Canister. Ja, da sind sie. So, und was machen wir jetzt damit? Ich auch nicht. Erstmal ein Upgrade machen. Upgrade, Upgrade. Wir brauchen ja das Ding hier, um Metal-Blocks zu machen. Die Metal-Blocks können wir dann so ein Cook-Board machen. Äh, öh, großer Ding hin. Oh, jetzt ist es umgefallen? Wie dumm ist das denn? Du hast es halt auf den Rücken gelegt. Ja, aber ich habe... Wie dreht man das nochmal? Oh, scheiße. Puh. Oh, wie es richtig ist. So? Das sind wir noch nicht, ne? Oh, Mann, ey. Inventil voll. Aber man kann es ja immer noch usen. Meinst du, Jonas wäre stolz auf uns? Wo sollten wir denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Ich wollte es eigentlich nur ein bisschen an der Seite stellen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Zaun. Weil das ist ein Klimazahn gerade ein bisschen... So, ich bin nochmal raus. Was? Ja, wollen wir... Also, ich bin tatsächlich auch mit irgendwie Spielen durch. Also, ich... Wollen wir sonst vielleicht... Für heute Feierabend machen dann? Oder wie ist so dein Befinden, Figge? Ja, ich wollte... Also, wenn wir jetzt eben hier in den Garten hin basteln... Äh, dann können wir... Das können wir doch noch gehen dann. Ja, aber ich muss tatsächlich jetzt. Okay. Gut, dann... Ähm... Ja, Michi und Kräuler. Mehr Zäune gibt's später. Wahrscheinlich sind fünf Leute von denen, die zugucken. Äh, Breakfast können wir auch spielen. Nee, eigentlich will ich ihn nicht spielen. Ich bin durch. So, was heißt denn... Was heißt Steep? To Steep? Wo ist... To Steil? Dieb heißt Steil? Krass. So. Äh, so eine Ehre. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Und... Bis zum nächsten Mal. Ja. So. Dann, äh, muss ich noch meinen Endscreen hier, äh... Mal machen. So, liebe Leute. Tschö mit Ö. Und, äh, war schön mit euch. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.